Der Untertan Ein Hörspiel nach dem Roman von Heinrich Mann Hörspielbearbeitung Walter Andreas Schwarz Regie Ludwig Krämer Dietrich Hessling war ein weiches Kind, das am liebsten träumte, sich vor allem fürchtete und fiel an den Ohren litt. Ungern verließ er im Winter die warme Stube, im Sommer den engen Garten, der nach den Lumpen der Papierfabrik roch und über dessen Goldregen und Fliederbäumen das hölzerne Fachwerk der alten Häuser von Netzich stand. Wenn Dietrich vom Märchenbuch, dem geliebten Märchenbuch, aufsah, erschrak er manchmal sehr. Neben ihm auf der Bank hatte ganz deutlich eine Kröte gesessen, halb so groß wie er selbst. Oder an der Mauer dort drüben stag bis zum Bauch an der Erde ein Gnom und schielte her. Fürchterlich als Gnom und Kröte war der Vater und obendrein sollte man ihn lieben. Dietrich liebte ihn. Wenn er genascht oder gelogen hatte, drückte er sich so lange schmatzend und scheu wedelnd am Schreibpult umher, bis er Hessling etwas merkte und den Stock von der Wand nahm. Jede nicht herausgekommene Untat mischte in Dietrichs Ergebenheit und Vertrauen einen Zweifel. Der Vater hatte selbst gearbeitet. Er war Bütten-Schöpfer gewesen, in den alten Mühlen, wo jeder Bogen mit der Hand geformt ward. Hatte dazwischen alle Kriege mitgemacht und nach dem letzten, als jeder Geld fand, eine Papiermaschine kaufen können. Ein Holländer und eine Schneidemaschine vervollständigten die Einrichtung. Er selbst zählte die Bogen nach. Die von den Lumpen abgetrennten Knöpfe durften ihm nicht entgehen. Sein kleiner Sohn ließ sich oft von den Frauen welche zustecken, dafür, dass er die nicht angab, die einige mitnahmen. Eines Tages hatte er so viele beisammen, dass ihm der Gedanke kam, sie beim Krämer gegen Bonbons umzutauschen. Es gelang. Aber am Abend knete Dietrich sich ins Bett und betete, angstgeschüttelt. Oh, lieber Gott, ich weiß, du bist schrecklich. Aber ich bitte dich von ganzem Herzen, lass mein Verbrechen nicht entdeckt werden. Der liebe Gott brachte das Verbrechen dennoch an den Tag. Dem Vater, der immer nur methodisch Ehrenfestigkeit und Pflicht auf dem verwitterten Unteroffiziersgesicht den Stock geführt hatte, zuckte diesmal die Hand. Und in die eine Bürste seines silbrigen Kaiserbartes lief über die Runzeln hüpfend eine Träne. Mein Sohn hat gestohlen. Mein Sohn hat gestohlen. Dann sah sich das Kind an wie einen verdächtigen Eindringling. Du betrügst und stielst. Du brauchst nur noch einen Menschen totzuschlagen. Frau Hösling war Zeuge dieser Szene. Sie fühlte sich verpflichtet, ihren Gatten zu unterstützen. Dietl, bitte sofort den Vater um Verzeihung. Knie nieder vor ihm, bitte ihn um Verzeihung, denn er hat deinetwegen geweint. Dietrichs Instinkt sagte ihm, dass dies den Vater nur noch mehr erbosen würde und war nicht zu bewegen, der Mutter zu folgen. Mit der gefühlstätigen Art seiner Frau war Hösling durchaus nicht einverstanden. Sie verdarb das Kind fürs Leben. Übrigens ertappte er sie gerade so auf Lügen wie den Dietl. Und hätte sie sich in die Werkstatt getraut, würde sie auch Knöpfe gestohlen haben. Sie betete mit dem Kind. Aus dem Herzen. Nicht nach Formeln. Und bekam dabei gerötete Wangenknochen. Sie schlug es auch, aber Hals über Kopf und verzerrt von Rachsucht. Oft war sie dabei im Unrecht. Dann drohte Dietrich, sie beim Vater zu verklagen. Tat so, als ging er ins Kontor und freute sich irgendwo hinter einer Mauer, dass sie nun Angst hatte. Dennoch hatten die beiden von Gemüt überfließende Dämmerstunden. Aus den Festen pressten sie gemeinsam vermittels Gesang, Klavierspiel und Märchen erzählend den letzten Tropfen Stimmung heraus. Die Mutter näherte ihn mit Märchen. Sie führte ihn über den Wall nach der Burg. Dort genossen sie das wohlige Grausen, wenn die Rede auf das Gespenst kam, das dort sein Unwesen treiben sollte. Ecke der Meisestraße hinwieder, musste man an einem Polizisten vorüber, der, wenn er wollte, ins Gefängnis abführen konnte. Dietrichs Herz klopfte beweglich. Wie gern hätte er einen weiten Bogen gemacht. Aber dann würde der Polizist sein schlechtes Gewissen erkannt und ihn aufgegriffen haben. Es war vielmehr geboten, zu beweisen, dass man sich rein und ohne Schuld fühlte. Und mit zitternder Stimme fragte Dietrich den Schutzmann nach der Uhr. Nach so vielen furchtbaren Gewalten, denen man unterworfen war, nach den Märchenkröten, dem Vater, dem lieben Gott, dem Burggespenst der Polizei und dem Doktor, der einen im Hals pinseln durfte und schütteln, wenn man schrie, nach allen diesen Gewalten geriet nun Dietrich unter eine noch furchtbarere, den Menschen auf einmal verschlingende, die Schule. Dietrich betrat sie heulend. Und auch die Antworten, die er wusste, konnte er nicht geben, weil er heulen musste. Allmählich lernte er den Drang, zum Weinen gerade dann auszunutzen, wenn er nicht gelernt hatte, denn alle Angst machte ihn nicht fleißiger oder weniger träumerisch und vermied so manche üble Folgen. Dem ersten Lehrer, der ihn und sein System durchschaut hatte, schenkte er seine ganze Achtung. Immer blieb er den scharfen Lehrern ergeben und willfährig, den gutmütigen, spielte er kleine, schwer nachweisbare Streiche. Denn Dietrich war so beschaffen, dass die Zugehörigkeit zu seinem unpersönlichen Ganzen, zu diesem unerbittlichen, menschenverachtenden, maschinellen Organismus, der das Gymnasium war, ihn beglückte. Dass die Macht, die kalte Macht, an der er selbst, wenn auch nur leidend teilhatte, sein Stolz war. Am Geburtstag des Ordinarius begrenzte man Katheder und Tafel. Dietrich umwand sogar den Rohrstock. Die Macht, die ihn in ihrem Räderwerk hatte, vor seinen beiden jüngeren Schwestern, vertrat Dietrich sie. Sie mussten nach seinem Diktat schreiben und künstlich noch mehr Fehler machen, als ihnen von selbst gelangen, damit er mit roter Tinte wüten und Strafen austeilen konnte. Sie waren grausam, die Kleinen schrien. Und dann war es ein Dietrich, sich zu demütigen, um nicht verraten zu werden. In Untertertia geschah es einmal, dass Dietrich, den Machthabern nachzuahmen, jede Rücksicht vergaß, sich blindlings betätigte und zum siegestrunkenen Unterdrücker wurde. Er hatte, wie es üblich und geboten war, den einzigen Juden seiner Klasse gehänselt. Nun aber schritt er zu einer ungewöhnlichen Kundgebung. Aus Klötzen, die zum Zeichen dienten, er baute auf dem Katheder ein Kreuz und drückte den Juden davor in die Knie. Er hielt ihn fest, trotz allem Widerstand. Er war stark. Was Dietrich stark machte, war der Beifall ringsum. Die Menge, aus der heraus Arme ihm halfen. Die überwältigende Mehrheit drinnen und draußen. Denn durch ihn handelte die Christenheit von Netzig. Wie wohl man sich fühlte bei geteilter Verantwortlichkeit und einem Schuldbewusstsein, das kollektiv war. Nach dem Verrauchen des Rausches stellte wohl leichtes Bangen sich ein, aber das erste leerer Gesicht, dem Dietrich begegnete, gab ihm allen Mut zurück. Es war voll verlegenen Wohlwollens. Andere bewiesen ihm offen ihre Zustimmung. Dietrich lächelte mit dem demütigen Einverständnis zu ihnen auf. Er bekam es leichter seitdem. Die Klasse konnte die Ehrung dem nicht versagen, der die Gunst des neuen Ordinarius besaß. Unter ihm brachte Dietrich es zum Primus und zum geheimen Aufseher. Wenigstens die zweite dieser Ehrenstellen, behauptete er auch später. Übrigens genügte er bei zunehmender Schulpraxis in allen Fächern, ohne in einem das Maß des Geforderten zu überschreiten. Und seit seiner Versetzung nach Prima galt seine Gymnasialkarriere für gesichert. Und bei Lehrern und Vater drang der Gedanke durch, er solle studieren. Chemie. Chemie hat Zukunft. Und er wird nach Berlin gehen. Nach Berlin? In die große Stadt? Ich habe viele Freunde in Berlin. Hurricane Köppel zum Beispiel in der Blöckerstraße. Der Junge geht nach Berlin. Nach Berlin, wo der alte Hässling 66 und 71 durch das Brandenburger Tor eingezogen war. Weil Dietrich in der großen Stadt sich aus der Nähe der Friedrichstraße nicht fortgetraute, mietete er sein Zimmer droben in der Tiegstraße. Da hatte er nur in gerader Linie hinunter zu gehen und konnte die Universität nicht verfehlen. Er besuchte sie, da er nichts anderes vorhatte, täglich zweimal. Und in der Zwischenzeit weinte er oft vor Heimweh. Doch so verlassen ihm um das Herz war, ging er doch noch immer nicht mit dem Brief des Vaters in die Blücherstraße zu Herrn Göppel, dem Zylulosefabrikanten, der aus Netzig war und auch an Hässling lieferte. Am vierten Sonntag besiegte er seine Scheu und kaum watschelte der gedrungene, gerötete Mann, den er schon so oft beim Vater im Kontor gesehen hatte, auf ihn zu. Da wunderte Dietrich sich schon, dass er nicht früher gekommen war. Herr Hässling Junior also und Studiosus in Berlin. Ja. Und wie sieht es in Netzig aus? Alles gesund? Ja, soweit ich weiß, ja. Ja. Ein Gläschen Bier? Och, nein, das... Wo es doch die Stunde des Frühschoppen ist. Na, also ich sage nicht nein. Agnes! Ja, Vater? Eine Flasche Bier, bitte. Und es ist Besuch da. Machen Sie es doch bequem, Herr Hässling. Danke. Und das gleich vorweg. Sie bleiben natürlich bei uns zum Mittagessen. Aber nein, nein, Herr Göppel, vielen Dank. Keine Umstände, junger Freund. Sie sind unser Gast. Also gut, ich danke Ihnen. Und nun erzählen Sie noch mal. Was gibt es für Neuigkeiten in Netzig? Na ja. Es ist ja einige Zeit her, dass ich dort war. Und vor allem, wie geht es unserem verehrten Herrn Buck, zu dem ich schon als junger Mann, als mein Kinnbart noch nicht so grau war wie jetzt, bewundert emporblickte. Der alte Herr Buck war eine Achtung gebietende Persönlichkeit der Stadt Netzig. Er hatte einen Zylinder auf und unter seinem Überzieher sahen häufig Fackschöße hervor, binden am Tag. Denn er ging in Versammlungen. Er bekümmerte sich um die ganze Stadt. Hut ab, sage ich. Das ist ein Mann. Einer von denen, die das deutsche Volk hochhalten sollte. Höher als gewisse Leute, die immer alles mit Blut und Eisen kurieren wollen und dafür der Nation riesige Rechnungen schreiben. Ja, muss ja wohl nicht deutlicher werden. Was der Herr von Bismarck uns da beschert. Naja, Freiheit ist eben eine Idee. In Wirklichkeit gibt es es nicht. Ja, gewiss. Dass wir hier dennoch als freie Männer sitzen können, das verdanken wir solchen Leuten wie dem alten Buck. Heute sollen wir uns mit Kürassierstiefeln treten lassen. Oh, das Bier. Es hat etwas länger gedauert. Ich habe es noch etwas gekühlt. Das ist meine Tochter Agnes. Guten Tag. Und das ist der junge Herr Hessling aus Netzig, der hier in Berlin sein Studium begonnen hat. Hessling, mein Name. Guten Tag. Dietrich stand da in seinem faltenreichen Gehrock als magerer Kadett und war rosig überzogen. Das junge Mädchen hielt noch immer ihre Hand ausgestreckt, die er endlich ergriff. Angenehm. Guten Tag. Sie wollte nett sein, aber was war mit ihr anzufangen? Gefällt Ihnen Berlin? Ja, ja. Waren Sie schon im Theater? Nein, nein. Ach, für sowas habe ich keine Zeit. Herr Hessling studiert Chemie. Ach, ja, so. Ja, ja, das ist überhaupt die einzige Wissenschaft, die Berechtigung hat. Dietrich war es ganz schwül geworden. Er fühlte sich feucht vor Ungemütlichkeit. Ja, trinken Sie, Herr Hessling. Ja, also, zum Wohl. Ja, zum Wohl. Sie haben auch noch Ihre Mutter, nicht? Ja. Dann können Sie sich freuen. Meine ist längst tot. Ach, ja. Ich werde wohl auch nicht lange leben. Aber Kind. Man hat so Ahnungen. Tag. Oh, Besuch. Bleiben Sie nur, Herr Mahlmann. Das ist Herr Hessling aus Netzig. Ein Studiosus wie Sie. Ach so. Mahlmann. Angenehm. Hessling. Was studieren Sie denn? Chemie. Tag, Agnes. So, Chemie. Ich will Ingenieur werden. Auch sehr interessant. Trinken Sie ein Gläschen Bier mit uns, Herr Mahlmann? Schlage ich nicht ab. Herr Mahlmann ist unser Zimmerherr. Ah, ja. Ich wollte Sie nur an unsere Verabredung erinnern, Agnes. Sie wissen, der Sonntagsspaziergang. Ja, aber doch nicht jetzt. Wir essen gleich. Sie können auch hierbleiben, Herr Mahlmann. Ich will mal sehen, was die Schwestern in der Küche vorbereitet haben. Und ich dachte, wir könnten erst noch einen Spaziergang machen, Agnes. Durch die Anlagen. Ein bisschen frische Luft vor dem Essen tut Ihnen sehr gut. Der Mecklenburger übernahm Agnes mit solcher Autorität für sich in Beschlag, dass Diederich an dem Gespräch nicht teilnehmen konnte. Er war sich also selbst überlassen und entdeckte, dass Agnes so in Ruhe betrachtet viel von ihren Schrecken verlor. Eigentlich war sie nicht hübsch, fand er. Sie hatte eine zu kleine Nase nach innen gebogen, auf deren freilich sehr schmalem Rücken Sommersprossen saßen. Ihre gelbbraunen Augen lagen zu nah beieinander und zuckten, wenn sie einen ansah. Die Lippen waren zu schmal, das ganze Gesicht war zu schmal. Wenn sie nur nicht so viel braun-rotes Haar über der Stirn hätte und dazu den weißen Teint. Ihre Fingernägel sind auch nicht ganz sauber. Ja, Sophie. Ich will heute in den Tiergarten gehen. Ich will die Rehe sehen. Komm, bitte. Kinder, Kinder, seid doch ruhig jetzt. Wir wollen uns nebenan zu Tisch begehen. Das ist angerichtet. Herr Hessling, Sie bitten. Oh, ich habe sie ja noch nicht einmal bekannt gemacht. Das ist meine Schwester Sophie. Angenehm, Göppel. Hessling, Dietrich Hessling aus Netzich. Ach, aus Netzich. Meine Schwester Bertha, mein Schwager. Angenehm, Hessling. Sind Sie denn schon länger in Berlin? Nein, noch nicht so sehr lange. Tisch bitte. Agnes, Ihr Arm, bitte. Jawohl, immer wie es sich gehört. Ich werde Herrn Hessling bitten, meinen Tisch zu sein. Um den langen Familientisch raschelten die seidenen Sonntagskleider. Die Gehröcker wurden über den Knien zusammengelegt. Das Essen begann. Erst gab es Suppe, dann Kalbsbraten und Blumenkohl und Salat. Ich nehme nicht zu viel von dem Salat, Agnes. Er ist nicht gesund, finde ich. Ja, trink lieber etwas mehr Rotwein, der kann nie schaden. Prost. Greifen Sie natürlich nicht zu, Herr Hessling. Kinder, esst doch langsam. Es nimmt euch ja niemand etwas weg. Bitte, Herr Hessling. Danke. Sie dürfen sich aber auch selbst bedienen, Herr Hessling. Und nicht schüchtern. Nein, Schüchternheit ist meist eine Schwäche, die sich unangenehm auswirkt. Diederich saß von Agnes weit weg und konnte sie nur sehen, wenn er sich vorbeugte, was er sorgfältig vermied. Da seine Nachbarin ihn jetzt in Ruhe ließ, aß er große Mengen. Wann fängt denn das Konzert an am Dienstag? Um acht. Was denn für ein Konzert? Das philharmonische Konzert. Es spielt ein sehr bedeutender Pianist. Aber du kannst doch nicht allein ins Konzert. Und dann allein nach Hause. Nein, Agnes, das solltest du nicht tun. Ach, Papa, erlaub es mir doch. Es ist viel besser für dich, wenn du früh schlafen gehst und dafür zeitig aufstehst und gleich einen kräftigen Morgenspaziergang machst. Du hast dich diesen Winter überanstrengt und bist immer so blass. Wissen Sie, Herr Hessling, sie war schon als Kind sehr anfällig und skrophulös. Ich habe mich gar nicht überanstrengt. Ihr lasst mich niemals aus dem Hause. Ihr seid schrecklich. Ach, es ist ja sicherlich nur gut gemeint. Aber ein Konzert ist ja etwas Erbauliches, gewissermaßen. Dietrich nahm innerlich Partei für Agnes. Er hat eine Wallung von Heldentum. Er hätte machen wollen, dass sie alles dürfte, dass sie glücklich waren, dass es ihm dankte. Würden Sie denn auch in das Konzert gehen, Herr Hessling? Ach, ich weiß nicht. Agnes beugte sich vor, um ihn zu sehen. Was ist denn das für eins? Also, ich gehe nur in Konzerte, wo ich Bier trinken kann. Sehr vernünftig. Lassen Sie mich mit Ihnen anstoßen, Herr Hessling. Es lebe das Bier und der Wein not ab. Agnes hatte sich zurückgezogen und Dietrich bereute seinen Ausspruch. Ja, wo bleibt denn die Creme? Ja, die Creme. Wir sind doch alle schon so gespannt. Agnes, komm, willst du nicht mal nachsehen, wo Marie mit der Creme bleibt? Bevor sie ihren Kompottteller hingesetzt hatte, war Dietrich aufgesprungen, sein Stuhl flog an die Wand und festen Schrittes zur Tür geeilt. Marie, der Creme! Rot und ohne jemand anzusehen, ging er wieder an seinen Platz. Immer galant, so soll es sein. Herr Göppel lächelte zärtlich zu Agnes hin, die nicht von ihrem Kompott aufsah. Dietrich stemmte das Knie gegen die Tischplatte, das hier anfing, sich zu heben. Gott, oh Gott, hätte ich das noch nicht getan. Was studieren Sie eigentlich, junger Mann? Chemie. Ach so, Physik? Nein, Chemie. Ach so. Dumme Gans. Die ganze Gesellschaft passte ihm nicht. Von feindseliger Schwermut erfüllt sei er da rein, bis die letzten Verwandten aufgebrochen waren. Ich begleite euch hinaus. Wiedersehen, Agnes. Ich komme hier mit raus. Tja, dann will ich auch gehen. Vielen Dank, Herr Göppel. Nicht zu danken. Ich habe mich über Ihren Besuch sehr gefreut. Auf Wiedersehen, Herr Göppel. Auf Wiedersehen, Herr Hässling. Kommen Sie doch nächsten Sonntag wieder. Tja, vielleicht. Vielen Dank. Dietrich war fest entschlossen, das Haus nicht mehr zu betreten. Dennoch ließ er tags darauf alles stehen und liegen, um sich durch die Stadt bis zu einem Geschäft zu fragen, wo er für Agnes das Konzertbillard kaufen konnte. Als er dann erfuhr, es koste 4,50 Mark, riss er vor Schreck die Augen weit auf. So viel Geld, um einen zu sehen, der Musik macht. Na ja, was ist ja für Agnes. Bei diesem Gedanken war er von sich selbst erschüttert. Immer weicher und glücklicher ging er durch das Gewühl. Es war das erste Geld, das er für einen anderen Menschen ausgegeben hatte. Er legte das Billett in einen Umschlag, in den er nichts weiterlegte, und schrieb die Adresse, um sich nicht zu verraten, mit Schönschrift. Wie er dann am Briefkasten stand, kam Malmann daher und wollte sofort mit ihm gehen, um sich Dietrichs Bude einmal anzusehen. So, da sind wir. Aha. Sieht ein bisschen aus wie bei einer alten Dame. Ja, finden Sie? Diese Kaffeekanne haben Sie bestimmt von zu Hause mitgebracht. Dietrich schämte sich heiß und als Malmann die Chemiebücher verächtlich auf und zuklappte, schämte Dietrich sich seines Faches. Bitte, bitte setzen Sie sich doch. Danke, danke. Der Mecklenburger wälzte sich ins Sofa. Wie gefällt Ihnen denn die Göppel? Netter Käfer, was? Ja, 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 ja. Nun wird er wieder rot. Pussieren Sie doch. Ich trete zurück, wenn Sie Wert darauf legen. Ich habe Aussichten bei 15 verschiedenen. Ach, nein, nein. Wissen Sie... Sie, da ist nämlich was zu machen. Ich müsste gar nichts von Weibern verstehen, die roten Haare. Und haben Sie nicht gemerkt, wie Sie einen ansieht, wenn Sie meint, man merkt es nicht? An mich nicht. Doch, ich pfeife auch darauf. Ihr schade. Kommen Sie, wir machen einen kleinen Bummel. Aus diesem kleinen Bummel ward eine Bierreise. Die ersten Gaslichter sahen die beiden betrunken. Etwas später in der Leipziger Straße bekam Diederich ohne Anlass von Mahlmann eine mächtige Ohrfeil. Das ist aber doch eine... Vor dem Wort Frechheit schlag er zurück. Der Mecklenburger klopfte ihm auf die Schulter. Recht freundlich, Kleiner. Alles bloß Freundschaft. Komm, pump mir mal 10 Mark. Ich habe nur noch 10. Ja, dann gibst du sie mir eben. Vier Tage später fand Diederich ihn schwach vor Hunger und teilte ihm von dem, was er inzwischen anderswo gepumpt hatte, großmütig 3 Mark mit. Sonntags darauf ging er wieder zu den Göppels. Mahlmann führte das große Wort. Unser Chemiker hat sein ganzes Geld glattweg verlumpt und muss sich heute erst mal richtig satt essen. Es ist wahr, mit weniger leerem Magen wäre Diederich sicher nicht zu den Göppels gegangen. Wie er jetzt Herrn Göppel verständnisvoll zu sich herübernicken sah, schämte er sich. Auch Agnes sah ihn traurig prüfend an. Ich wollte, ich wäre nie geboren. Sie verachtet mich. Nehmen Sie noch von der Creme, Herr Hässling. Nein, danke, danke. Aber sie hat mich ja schon immer verachtet. Es ist alles eins. Sagen Sie, Herr Hässling, habe ich das Konzertbejet vielleicht Ihnen zu verdanken? Jemand hat es mir zugeschickt. Ach, Unsinn. Wie sollte ich wohl dazu kommen? Wo er doch kein Geld hat. Die Blumen da vor Ihnen sind jedenfalls von mir. Oh ja, vielen Dank. Diederich war mit leeren Händen gekommen. Er hat ihr Blumen gekauft. Von dem Geld, das er sich von mir gepumpt hat. Was war zu machen gegen die gewalttätige Art, in der Malmann seine Anleihen aufnahmte? Und es hegte er mehr Groll gegen Agnes als gegen Malmann. Denn Malmann forderte Bewunderung heraus, wenn er das nach seinem Unbekannten nachlief, um ihm den Zylinder anzufragen. Obwohl Diederich keineswegs die Warnung verkannte, die solch ein Vorgang für ihn selbst enthielt. Als man sich dem Kaffee zuwandte, deuchte Diederich dieser Sonntag unerhört festlich. Er war auch nicht überrascht, als man in den zoologischen Garten gehen wollte. Da werden Sie aber wilde Tiere sehen, Herr Hessler. Gehen denn alle mit? Die Tiere sehen wir alle. Also dann los, halt erst einmal abzählen, damit keiner verloren geht. Ja, ja, eins, zwei, drei, vier... Es waren elf Personen. Acht, neun, zehn... Alle Frauen unterwegs waren wie Göppels Schwestern vollständig anders angezogen als in der Woche, als seien sie heute von einer höheren Klasse oder hätten geerbt. Die Männer trugen Gehröcke, nur wenige in Verbindung mit schwarzen Hosen, wie Diederich, aber viele mit Strohhüten. Im zoologischen Garten geriet Diederich neben Agnes. Warum ging heute alles so glücklich? und als sie gleich zu den Tieren wollte, unterstützte er sie. Ich zeige Ihnen die Löwen. Kommt Sie. Oh, da habe ich zu viel Angst. Ich gehe da auch nicht rein. Ich werde aber lieber mitgehen, wenn wirklich eine Stange losgehen sollte. Dann machen Sie sie auch nicht wieder fest. Dann kommen Sie, Herr Hessler. Diederich und Agnes gingen allein in das Raubtierhaus. Die anderen kehrten um. Diederich blieb hinter ihr. Ihm war bange vor den Bestien, die von rechts und links auf ihn zustürzten und vor dem jungen Mädchen, dessen Blumenduft ihm voranzog. Ganz hinten wandte sie sich um. Ich mag das Renommieren von Herrn Mahlmann nicht. Wirklich? Er war vor Freude gerührt. Heute sind Sie mal nett. Ich möchte es eigentlich immer sein. Wirklich? Jetzt war es an ihrer Stimme ein wenig zu schwanken. Sie sahen einander an. Jeder mit einer Mine, als verdiente er das alles nicht. Die Tiere riechen aber furchtbar. Kommen Sie. Und sie gingen zurück. Draußen nahm Mahlmann Diederich beiseite. Sie sind wohl scharf ins Zeug gegangen. Wissen Sie was? Ich bin nur noch ein Semester in Berlin. Dann können Sie mich beerben. Aber so lange warten Sie gefälligst, Freundchen. Auf seinem ungeheuren Rumpf ward sein kleiner Kopf plötzlich tückisch anzusehen. Diederich war entlassen. Er hatte einen heftigen Schrecken bekommen und wagte sich gar nicht mehr in Agnes Nähe. Man trennte sich. Göppel, Agnes, Mahlmann und Diederich blieben noch beisammen. Papa! Agnes hängte sich bei ihrem Vater ein. Heute ist es schön. Heute geht es mir aber wirklich gut. Dieser Tag muss gefeiert werden. Lasst uns die Linden entlang gehen und dann irgendwo essen. Nein, ich glaube, ich möchte mich doch wohl jetzt verabschieden. Aber warum denn? Kommen Sie doch mit uns. Nein, nein, mir ist eingefallen, dass ich noch einen wichtigen Brief schreiben muss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf einmal mit überraschender Geschicklichkeit und ehemal man begriff, was vorging, schwang er sich auf einem vorbeifahrenden Omnibus. Er weint, komm. Und jetzt fingen die Ferien an. Er war alles los. Zu Hause auf seiner Bude freilich warf er die schwersten seiner Chemiebände mit Krachen auf den Boden. Er hielt sogar schon die Kaffeekanne in der Hand. Aber bei dem Geräusch einer Tür begann er alles wieder aufzulesen. Dann setzte er sich still in die Sofaecke, stützte den Kopf und weinte. Wäre es nicht vorher so schön gewesen. Er war ja auf den Leim gegangen. So machen es die Mädchen. Manchmal tun sie so mit einem und dabei wollen sie einen nur mit einem Kerl auslachen. Dietrich war sich tief bewusst, dass er es mit so einem Kerl nicht aufnehmen könne. Er litt große Angst, der Mecklenburger könne kommen und ihn noch Ärger bedrohen. Ich will sie gar nicht mehr. Hör ich doch nur schon fort. Die nächsten Tage saß er in tödlicher Spannung bei verschlossener Tür. Kaum war sein Geld da, reiste er. Zu Hause seine Eltern fanden ihn verändert. Was hast du nur? Seine Mutter besonders war befremdet und eifersüchtig. Nach so kurzer Zeit bist du kein Junge mehr. Wieso? Es ist besser, du gehst nicht wieder nach Berlin. Dein Vater würde dich an eine kleine Universität schicken. Ja, das ist gut. Ja, gut und auch wiederum nicht gut. Das muss noch überlegt werden. Hast du dich in der Fabrik schon angesehen? Nein. Ich möchte, dass du deine Ferien dazu benutzt, in der Werkstatt die Papierverfertigung kennenzulernen. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Diederich entwischte, sobald er konnte, um im Wald von Gäbbelchen spazieren zu gehen und sich mit der Natur eins zu fühlen. Denn das konnte er jetzt. Zum ersten Mal fiel es ihm auf, dass die Hügel da hinten traurig oder wie eine große Sehnsucht aussahen. Und was als Sonne oder Regen vom Himmel fiel, waren Diederichs heiße Liebe und seine Tränen, denn er weinte viel. Er versuchte sogar zu dichten. Als er einmal die Löwenapotheke betrat, stand hinter dem Ladentisch sein Schulkamerad Gottlieb Hornung. Ja, ich spiele hier den Sommer über ein bisschen Apotheker. Ach. Aber zum Herbst gehe ich nun nach Berlin, um die Sache wissenschaftlich anzufangen. Und nach Berlin gehst du? Ja, das soll ja sehr interessant sein. Oder ist da nichts los? Von wegen, du wirst dich wundern. Ich kann dir sagen, das ist eine tolle Stadt, was man da alles erlebt. Naja, natürlich musst du die Stadt kennen wie deine Westentasche. Gehst du denn wieder hin? Ja, das weiß ich noch nicht. Ja, klar gehst du wieder hin. Ich sage dir, wir beiden stellen ganz Berlin auf den Kopf. Und Diederich war schwach genug zuzusagen. Die kleine Universität ward verworfen. Am Ende des Sommers, Hornung hatte noch einige Tage zu praktizieren, kehrte Diederich nach Berlin zurück. Er mied das Zimmer in der Tiegstraße. Vor Mahlmann und den Göppels flüchtete er bis nach Gesundbrunnen hinaus. Dort wartete er auf Hornung. Aber Hornung blieb aus. Und als endlich kam, trug er eine grün-rot-gelbe Mütze. Er war sofort von einem Kollegen für eine Verbindung gekeilt worden. Und du musst auch beitreten. Eine feine Kooperation, sage ich dir, die Neutortonen. Eine hochfeine Kooperation. Allein sechs Pharmazeuten sind dabei. So? Na ja, wenn das was ist. Na was denn? Willst du etwa kneifen? Mensch, blamier mich nicht. Ich habe so viel von dir erzählt. Ich werde es mir überlegen. Mach wenigstens einen Besuch. Gut. Aber nur einen. Der eine dauerte, bis Diederich unter dem Tisch lag und sie ihn fortschafften. Als er ausgeschlafen hatte, holten sie ihn zum Frühschoppen. Diederich war konkneipant geworden. Und für diesen Posten fühlte er sich bestimmt. Er sah sich in einen großen Kreis von Menschen versetzt, deren keiner mir etwas tat oder etwas anderes von ihm verlangte, als dass er trinke. Und Kneipant Hessling in die Kanne. Und Ex. Voll Dankbarkeit und Wohlwollen erhob er gegen jeden, der ihn dazu anregte, seinen Bierkrug. Das Trinken und Nichttrinken, das Sitzen, Stehen, Sprechen oder Singen hing meistens nicht von ihm selbst ab. Alles ward laut kommandiert. Wir wollen einen kräftigen Schotten Salamander reiben. Und wenn man es richtig befolgte, lebte man mit sich und der Welt in Frieden. Ad exercitium salamandris. Eins. Zwei. Bivite. Fuchsieber zieht einen kräftigen Schluck nach. Drei. Salamander Ex. Als Diederich beim Salamander zum ersten Mal nicht nachklappte, lächelte er in die Runde. Beinahe verschämt durch die eigene Vollkommenheit. Es steigt ein fröhlicher Kantus. Pagina 4-4. Sind wir vereint zur guten Stunde. Fuchs Schulz zur Bierorgel beordert. Sind wir vereint zur guten Stunde. Diederich. Diederich fühlte sich wohlig geborgen in dem Halbdunkel des niedrigen altdeutschen Lokals, mit den Mützen an der Wand. Angesichts des Kranzes geöffneter Münder, die alle dasselbe tranken und sangen, bei dem Geruch des Bieres und der Körper diesen der Wärme wieder ausschwitzten. Ihm war, wenn es spät ward, als schwitzt er mit ihnen allen aus demselben Körper. Er war untergegangen in der Kooperation, die für ihn dachte und wollte. Und er war ein Mann. Durfte sich selbst hochachten und hatte eine Ehre, weil er dazugehörte. Ihn herausreißen, ihm einzeln etwas anhaben, das konnte keiner. Malmann hätte sich einmal herwagen und es versuchen sollen. 20 Mann wären statt Diederichs gegen ihn aufgestanden. Diederich wünschte ihn geradezu herbei, so furchtlos war er. Womöglich sollte er mit Göppel kommen. Dann mochten sie sehen, was aus Diederich geworden war. Dann war er gerecht. Der dicke Delitz, Diederichs Nachbar, brummte unbekümmert und ebenso falsch zu dem Gesang. Er war der harmloseste von allen. Gleichwohl gab Diederich ihm die meiste Sympathie. Etwas tief Beruhigendes, Vertrauengestattendes wohnte in dieser glatten, weißen und humorvollen Speckmasse, die unten breit über die Stuhlränder quoll, in mehreren Wülsten die Tischhöhe erreichte und dort als sein und als äußerste getan aufgestützt blieb, ohne eine andere Bewegung als das Heben und Hinstellen des Bierkruges. Delitzsch war wie niemand sonst an seinem Platz. Wer ihn da sitzen sah, vergaß, dass er ihn je auf den Beinen erblickt hatte. Er war ausschließlich zum Sitzen am Biertisch eingerichtet. Sein Hosenboden, der in jedem anderen Zustand tief und melancholisch herabhing, fand nun seine wahre Gestalt und blähte sich machtvoll. Erst mit Delitzs hinterem Gesicht blühte auch sein vorderes auf. Lebensfreude überglänzte es und er ward witzig. War sein Krug leer, so rief er schnell nach dem Chordiener. Herr Oberkörper, entziehen Sie mir ich dauernd meinen Lebensunterhalt. Und ihr, ihr könnt auch mal wieder was anderes tun als singen. Aber Weibergeschichten braucht ihr mir auch nicht zu erzählen. Was kaufe ich mir für die Weiber? Nicht mal einen sauren Schoppen kann ich mir noch betreffen. Jawohl, das ist ein wahres Wort. Diederich hatte die Weiber kennengelernt. Er war mit ihnen fertig. Unvergleichlich idealere Werte enthielt das Bier. Das Bier, der Alkohol. Da saß man und konnte immer noch mehr davon haben. Das Bier war nicht wie kokette Weiber, sondern treu und gemütlich. Beim Bier brauchte man nicht zu handeln, nichts zu wollen und zu erreichen, wie bei den Weibern. Alles kam von selbst. Man schluckte und da hatte man es schon zu etwas gebracht. Fühlte sich auf die Höhen des Lebens befördert. Und war ein freier Mann. Innerlich frei. Das Lokal hätte von Polizisten umstellt sein dürfen. Das Bier, das man schluckte, verwandelte sich in innere Freiheit. Und man hatte sein Examen so gut wie bestanden. Man war fertig, war Doktor. Man füllte im bürgerlichen Leben eine Stellung aus, war reich und von Wichtigkeit. Chef einer mächtigen Fabrik von Ansichtskarten oder Toilettenpapier. Was man mit seiner Lebensarbeit schuf, war in tausend Händen. Man breitete sich vom Biertisch her über die Welt aus, ahnte große Zusammenhänge, war eins mit dem Weltgeist. Ja, das Bier erhob einen so sehr über das Selbst, dass man Gott fand. Gern hätte Dietrich es jahrelang so weitergetrieben, aber die Neuteutonen ließen ihn nicht. Sie gingen immer unverblümter darauf aus, ihn zu keilen. Ihr wolle nicht vergessen, der Zweck des studentischen Zusammenschlusses ist die Erziehung zur Mannhaftigkeit und zum Idealismus. Kneip, wenn allein so viel es auch beiträgt, genügt nicht. Dietrich zitterte. Nur zu gut erkannte er, worauf dieses hinauslief. Er sollte pauken. Schon immer hatte es ihn unheimlich angeweht, wenn einer von ihnen eine schwarze Mütze um den Kopf hatte und nach Judo vorm roch. Warum bin ich dabei geblieben und konkneipant geworden? Nur muss ich ran. Er musste. Aber gleich die ersten Erfahrungen beruhigten ihn. Er war so sorgsam eingewickelt, behelmt und bebrillt worden, dass ihm unmöglich viel geschehen konnte. Beim ersten Durchzieher ward ihm zwar schwach, über die Wange fühlte er es rinnen, aber als er dann genäht war, hätte er am liebsten getanzt vor Glück. Er warf sich vor, dass er diesen Menschen gefährliche Absichten zugetraut hatte. Gerade der, den er am meisten gefürchtet hatte, nahm ihn unter seinen Schutz und ward ihm ein wohlgesinnter Erzieher, Wiebel, Student der Rechte. Allein, dass Wiebel Jurist war, hätte ihm schon Dietrichs Unterordnung gesichert. Das beklemmendste aber waren Wiebels Manieren. Wenn er mit leichter, eleganter Verbeugung Dietrich zutrank, klappte Dietrich, und seine Miene war leidend vor Anstrengung, tief zusammen, verschüttete die eine Hälfte und verschluckte sich mit der anderen. Wiebel sprach mit leiser, arroganter Feudalstimme. Man kann sagen, was man will, Formen sind kein Lehrer wahr. Dietrich unterlag jedes Mal wieder dem Schauer von so viel Vornehmheit, welch ein Traum, säuseln zu können wie Wiebel. Und nun durfte er Wiebel dienen. Er war sein Leibfuchs. Stets wohnte er Wiebels Erwachen bei, besorgte ihm den Kaffee und reinigte ihm die Schuhe. Dafür durfte er mitgehen, auf allen Wegen. Wenn Wiebel ein Bedürfnis verrichtete, hielt Dietrich draußen Wache und er wünschte sich nur, seinen Schläger dazuhaben, um ihn schultern zu können. Wiebel hätte es verdient. Die Ehre der Kooperation, in der auch Dietrichs Ehre und sein ganzes Selbstbewusstsein wurzelten, am glänzendsten vertrat Wiebel sie. Er schlug sich mit wem man wollte, für die Neuteutonia. Schon hatte Dietrich Selbstbeherrschung gelernt. Beobachtung der Formen, Chorgeist, Eifer für das Höhere. Auch war Ordnung in sein Leben gebracht. Zu genau eingehaltenen Stunden erschien er auf Wiebels Bude, im Fechtsaal, beim Friseur und zum Frühschotten. Der Nachmittagsbummel leitete zur Kneipe über. Und jeder Schritt geschah in Kooperation, unter Aufsicht und mit Wahrung peinlicher Formen und gegenseitiger Eherbietung, die gemütvolle Derbheit nicht ausschloss. Nicht immer zeigte das Verbindungsleben seine heitere Seite. Es forderte Opfer, es übte im männlichen Ertragen des Schmerzes. Delitsch selbst, der Quell so mancher Heiterkeit, verbreitete Trauer in der Neuteutonia. Er starb ganz plötzlich, als Wiebel und Dietrich bei ihm auf der Bude waren. Herzklaps, sowas kann jedem von uns passieren. Kneipen ist kein Spaß, das kann sich jeder gesagt sein lassen. Und mit allen anderen fühlte Diederich sich gehoben durch Delitschs treue Pflichterfüllung, durch seinen Tod auf dem Felde der Ehre. Und wenn ich einst gestorben bin, so legt mich in den Schrein. Mit Stolz umstanden sie den Sarg, in jeder Miene Neuteutonia sei's panieren. Die umflurten Schläger gesenkt, hatten alle das in sich vertiefte Gesicht des Kriegers. Und so nehmen wir Abschied von dir, o Bruder in der Gruft. Du hast in der Schule der Mannhaftigkeit und des Idealismus den höchsten Preis errungen. Lebe wohl. Die Worte des Präsidens erschütterten jeden, als gelt es ihm selbst. Auf dem Nachhauseweg wirkte der Abschied von dem toten Delitsch in ihnen nach. Man kann sagen, was man will. Formen sind kein leerer Wahn. Und wie stets machte Wiebel für das F in Formen seinen Mund seinem kleinen schwarzen Mauseloch, als er es langsam geschwellt herausstieß. Hiermit ging Diederichs Lehrzeit zu Ende. Denn Wiebel trat aus, um sich auf den Referendar vorzubereiten. Und fortan hatte Diederich die von ihm zu vertretenen Grundsätze selbstständig zu vertreten und sie den Jüngeren einzupflanzen. Er tat es in dem Gefühl hoher Verantwortlichkeit und mit Strenge. Wehe dem Fuchs, der es verdient hatte, in die Kanne zu steigen. Keine fünf Minuten vergingen und er musste sich an den Wänden hinaustasten. Nicht Stolz oder Eigenliebe leiteten Diederich. Einzig sein hoher Begriff von der Ehre, der Kooperation. Er selbst war nur ein Mensch, also nichts. Jedes Recht, sein ganzes Ansehen und Gewicht kamen von ihr. Auch körperlich verdankte er ihr alles. Die Breite seines weißen Gesichts, seinen Bauch, der ihn den Füchsen ehrwürdig machte und das Privileg, bei festlichen Anlässen in hohen Stiefeln mit Band und Mütze aufzutreten, den Genuss der Uniform. Wohl hatte er immer noch einem Leutnant Platz zu machen, aber wenigstens mit dem Trambahnschaffner konnte er furchtlos verkehren, ohne Gefahr von ihm angeschnauzt zu werden. Seine Männlichkeit stand ihm mit Schmissen, die das Kinn spalteten, rissig durch die Wangen fuhren und in den kurzgeschorenen Scheitel hackten, drohend auf dem Gesicht geschrieben. Und welche Genugtuung, sie täglich und nach Belieben einem jeden beweisen zu können. Das Semester endete. Aber Diederich und sein Kurbruder Hornung hatten für die Heimreise kein Geld. Das Geld fehlt ihnen schon längst für fast alles. Alle Quellen schienen ausgepumpt. Da verfiel Diederich auf Mahlmann. Bei ihm geht es. Der war in gar keiner Verbindung, ein ganz gemeiner Rubsack. Dem werde ich mal auf die Bude steigen. Er schuldet mir genug. Aber als Mahlmann ihn erblickte, brach er ohne weiteres in sein riesenhaftes Lachen aus. Mahlmann war taktlos, er hätte doch fühlen sollen, dass mit Diederich die ganze Neuteutonia moralisch zugegen war und hätte Diederich um ihretwillen Achtung erweisen sollen. Diederich hatte den Eindruck, als sei er aus der kraftspendenden Gesamtheit jäh herausgerissen und stehe hier als einzelner Mensch vor einem anderen. Eine nicht vorhergesehene, unliebsame Lage. Dass wir uns noch mal wiedersehen sollten, hätte ich auch nicht gedacht. Es ist wegen der Summe, die ich Ihnen einmal geliehen habe. Was denn für eine Summe? Ich wollte das Geld natürlich nicht zurückhaben. Das würde ich einem Kameraden niemals zumuten. Also was wollen Sie denn dann? Ich wollte Sie nur um die Gefährlichkeit bitten, mir für einen Wechsel zu bürgen. Nein. Wieso nein? Bürgen ist gegen meine Prinzipien. Aber ich habe doch auch mal für Sie gebürgt und dann ist der Wechsel an mich gekommen und ich musste für Sie 100 Mark zahlen. Sie haben sich gehütet. Sehen Sie wohl, und wenn ich jetzt für Sie bürgen würde, würden Sie sich auch hüten. Sie würden auch nicht bezahlen. Was? Nein, Freundchen, wenn ich Selbstmord begehen will, brauche ich Sie nicht dazu. Sie haben wohl keinen Command, mein Herr. Nein. Dann scheinen Sie überhaupt ein Schwindler zu sein. Malmann lachte plötzlich nicht mehr. Die Augen in seinem kleinen Kopf waren tückisch geworden. Nun müssen Sie aber rausgehen. Unter uns wäre es wohl wurscht, aber nebenan sitzen meine Angestellten. Die dürfen sowas nicht hören. Also raus. Lassen Sie mich los. Was fällt Ihnen ein? Malmann packte Dietrich an den Schultern, drehte ihn herum und schob ihn vor sich her. Machen Sie keinen Versuch, sich zu wehren. Das tut nur weh. Ich fordere Genugtuung. Sie müssen sich mit mir schlagen. Ich bin schon dabei. Merken Sie es nicht? Dann will ich noch einen rufen. Friedrich! Kuntcher! Und Dietrich war seinem Packer überliefert, der ihn die Treppe hinab beförderte. Nichts für ungut, Freundchen. Wenn Sie ein andermal was auf dem Herzen haben, kommen Sie ruhig wieder. Dietrich brachte sich in Ordnung und verließ das Haus in guter Haltung. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Umso schlimmer für ihn, wenn er sich so aufführt. Ich wäre vor einem Ehrengericht glänzend dagestanden. Etwas höchst Anstößiges blieb es, dass ein Einzelner sich so viel erlauben konnte. Dietrich war gekränkt im Namen sämtlicher Kooperationen. Andererseits war es nicht zu leugnen, dass Malmann Dietrichs alte Hochachtung wieder beträchtlich aufgefrischt hatte. Ein ganz gemeiner Hund. Aber so muss man sein. Zu Hause lag ein eingeschriebener Brief. Hornung wartete ungeduldig auf seinen Freund. Wird Zeit, dass du endlich kommst. Da ist wahrscheinlich das Geld drin. Ja, ja, das Geld drin. Mensch, nun können wir reisen. Wieso wir? Ich brauche mein Geld selbst. Du machst wohl Spaß. Ich kann doch hier nicht allein sitzen bleiben. Dann such dir Gesellschaft. Dietrich schlug ein solches Gelächter auf, dass Hornung ihn für verrückt hielt. Darauf reiste Dietrich wirklich. Unterwegs erst las er den Brief. Er war von seiner Mutter, die ihm mitteilte, dass sein Vater sehr krank sei. Man müsse sich auf das Entsetzlichste gefasst machen. Auf das Entsetzlichste? Diese Übertreibungen? Ach was, weibern glaube ich überhaupt nichts. Und wenn man mal ist, ist es nun mal nicht richtig. Trotzdem tat Herr Hässling bei Dietrichs Ankunft gerade die letzten Atemzüge. Von dem Anblick überwältigt brach Dietrich gleich auf der Schwelle in ein ganz formloses Geheul aus. Dann betrachtet er den Vater andächtig still. Er dachte daran, wie dieser verkümmerte schwarze Fingernagel auf seine Wange zugeflogen war, wenn der Vater in Ohr feigte. Und er weinte laut. Die Prügel gar, als er von den Lumpen die Knöpfe gestohlen hatte. Diese Hand war schrecklich gewesen. Dietrichs Herz krampfte sich. Nun er sie verlieren sollte. Bei den Kondolenzbesuchen hatte Dietrich sich zurück. Er vertrat vor ganz netzig, stramm und formen sicher die Neuteutonia, sah sich angestaunt und vergaß darüber fast, dass er trauerte. Durch das Testament des Vaters war Dietrich neben dem alten Buchhalter Södbier zum Vormund seiner beiden Schwestern bestimmt. In Gegenwart von Frau Hässling belehrte Södbier ihn. Es ist ein Kapital von 70.000 Mark da. So, so. Das als Mitgift der Mädchendienste. Ja, ja, die Zinsen, die dürfen nicht angegriffen werden. Was? Was, die Zinsen auch nicht? Ja, so sieht es das Testament vor. Der Reingewinn aus der Fabrik betrug in den letzten Jahren durchschnittlich 9.000 Mark. Mehr nicht? Und von einem Viertel dieser 9.000 Mark soll ich leben? Tja, äh, es ist so ein Motto. Es wird ja mehr werden, Dietl, wenn du deine Kräfte erst richtig einsetzt. Naja, wir werden schon sehen. Zunächst muss ich mir meinen Monatswechsel erst mal um 50 Mark erhöhen. Ich habe noch mein Jahr abzudienen. Das kostet, was es kostet. Er bestand sogar darauf, in Berlin einzutreten und reiste bald mit dem Segen der Mutter ab. In Berlin zog er erst einmal um, dann zeigte er den Neuteutonen in angemessener Form seine veränderten Lebensumstände an. Die Burschenherrlichkeit war vorüber und er war nun alter Herr. Beim Abschiedskommerz gelangte er vor lauter Hingabe an die nun vergangene Blütezeit unter den Tisch, wie er am Abend seiner Aufnahme als Konkneipband. Arg verkatert stand er tags darauf inmitten anderer junger Leute, die alle wie er selbst ganz nackt ausgezogen waren vor dem Stabsarzt. Dieser Herr sah angewidert über all das männliche Fleisch hin, das ihm unterbreitet war. An Diederichs Bauch aber war sein Blick höhnisch. Ihnen wollen wir das Fett schon wegkurieren. Vier Wochen Dienst und ich garantiere Ihnen, dass Sie aussehen wie ein Christenmensch. Damit war er angenommen. Das Verfahren fand er so schamlos, dass er nach Netzig an den praktischen Erzdoktor Heuteufel schrieb, der ihn als Jungen im Hals gepinselt hatte. Ob der Doktor ihm nicht bescheinigen wolle, dass er skrofolös und rachitisch sei. Er könne sich doch nicht ruinieren lassen mit der Schinderei. Aber die Antwort lautete, er solle nur nicht kneifen. Das Dienen werde ihm trefflich bekommen. Und Diederich fuhr mit seinem Handkoffer in die Kaserne. Sofort ging es mit Rektoren, und Springen und anderen atemberaubenden Dingen an. Diederich fühlte sofort, dass alles hier, die Behandlung, die geläufigen Ausdrücke, die ganze militärische Tätigkeit, vor allem darauf hinzielte, die persönliche Würde auf ein Mindestmaß herabzusetzen. Und das imponierte ihm. Es gab ihm, so elender sich befand, und gerade dann eine tiefe Achtung ein und etwas wie selbstmörderische Begeisterung. Prinzip und Ideal war ersichtlich das Gleiche wie bei den Neuteutonen, nur ward es grausamer durchgeführt. Die Pausen der Gemütlichkeit, in denen man sich seines Menschentums erinnern durfte, fielen fort. Jäh und unabänderlich sank man zur Laus herab, zum Bestandteil, zum Rohstoff, an dem ein unermesslicher Wille knetete. Wahnsinn und Verderben wäre es gewesen, auch nur im geheimsten Herzen sich aufzulehnen. Höchstens konnte man gegen die eigene Überzeugung sich manchmal drücken. Diederich war beim Laufen gefallen, der Fuß tat ihm weh. Diederich lauschte auf den Schmerz, in der angstvollen, mit Selbstverachtung verbundenen Hoffnung, es möchte so schlimm werden, dass man genötigt war, ihn zu entlassen. Es kam dahin, dass er am Sonntag den alten Herrn eines Chorbruders aufsuchte, der geheimer Sanitätsrat war. Ich muss Sie um Ihren Beistand bitten, Herr Sanitätsrat. Ich bin begeistert für die Armee, für das große Ganze und würde auch am liebsten ganz dabei bleiben. Na ja, man ist ja dann ein großartiger Betrieb, ein Teil der Macht sozusagen und man weiß immer, was man zu tun hat. Das ist ein herrliches Gefühl. Aber mein Fuß tut nun einmal weh und na ja, nicht wahr, man darf es doch nicht so weit kommen lassen, dass ich unbrauchbar werde. Schließlich habe ich Mutter und Geschwister zu ernähren. Na ja, zeigen Sie mal her den Fuß. Der Geheimrat untersuchte ihn. Hm. Neu Teutonia sei es Panier. Ich kenne zufällig Ihren Oberstabsarzt. Ja. Ja, Ihr Herr Sohn hat mir das schon gesagt. Ich habe Hoffnung. So. Erfreulich. Danke. Ich meine, ich würde mein ganzes Leben am liebsten dabei bleiben. Glaube ich, glaube ich. Sie werden in der Sache hören. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Die Hoffnung bewirkte, dass er am nächsten Morgen kaum noch auftreten konnte. Er meldete sich beim Stabsarzt. Ja, sind Sie? Was belästigen Sie mich? Melde gehorsamst. Habe Schmerzen im Fuß. Sie sehen aus wie das Leben. Ihr Bauch ist auch schon kleiner. Macht Dienst. Schluss. Abtreten. Und Dietrich war erledigt. Eines Morgens aber, als alle Hoffnung schon dahin war, holte man ihn vom Exerzieren weg auf das Zimmer des Oberstabsarztes. Auch der schien nichts Rechtes zu finden. Das Ergebnis seines Eingreifens aber klang trotzdem anders. Machen Sie nur vorläufig weiter Dienst. Das Weitere wird sich schon ergeben. Bei dem Fuß. Einige Tage später trat ein Reviergehilfe an Dietrich heran und fertigte auf geschwärztem Papier einen Abdruck des verhängnisvollen Fußes an. Dietrich war genötigt, im Revierzimmer zu warten. Der Stabsarzt ging eben umher und nahm Gelegenheit, ihm seine volle Verachtung auszudrücken. Nicht mal plattlos. Stinkt vor Faulheit. Da aber war die Tür aufgestoßen und der Oberstabsarzt hielt Einzug, schritt fest und zielbewusst auf Dietrich zu und stellte sich so dann wortlos vor dem Stabsarzt auf, den Blick finster und streng auf dessen Mütze. Dieser Abdruck zeigt ja sehr deutlich, dass hier eine Erkrankung vorliegen muss. Es ist zu untersuchen, welche Folgen sich daraus ergeben könnten und ob es nicht besser wäre, zu überlegen, den Fall abzuschließen und die Entlassung vorzuschlagen. Der Stabsarzt stutzte. Er musste sich in einer Lage finden, die ersichtlich die gewohnte Kollegialität nicht mehr zuließ. Ich für meine Person plädiere für Entlassung. Ich vermute, es liegt eine Verletzung des Fußgelenks vor, die bei nicht genügender Schonung zu einer Versteifung führen kann. Nun hatte er sie erfasst und stand stramm, während der Oberstabsarzt leise und eindringlich das Papier mit dem Fuß in der Hand ihm förmlich befahl, etwas zu sehen, was nicht da war. Das ist nicht zu verantworten und deshalb also, wie gesagt, plädiere ich für eine Entlassung aus dem Heeresdienst. Der Stabsarzt blinzelte abwechselnd den Vorgesetzten, Dietrich und das Papier an, und dann zog er die Absätze zusammen. Er hatte das Befohlene gesehen. Als der Oberstabsarzt fort war, näherte der Stabsarzt sich Dietrich. Der Fall war natürlich von Anfang an klar. Man musste nur der Leute wegen, sie verstehen, die Disziplin. Durch strammstehen bekundete Dietrich, dass er alles verstehe. Aber ich habe natürlich gewusst, wie ihr verlag. Dietrich dachte, wenn du es nicht gewusst hast, jetzt weißt du es. Laut erfuhr der Stabsarzt aus seinem Munde. Gestatte mir, Gehorsamts zu fragen, Herr Stabsarzt, ich werde doch weiter dienen dürfen. Dafür kann ich Ihnen nicht garantieren. Vom schweren Dienst war Dietrich fortan befreit. Das Gelände sah ihn nicht mehr. Und eines Tages waren auch die amtlichen Formalitäten glücklich erfüllt und dann war er draußen. Vier Wochen lang blieb er auf seiner Bude und büffelte. Endlich musste er sich den Neuteutonen wohl zeigen. Auf der Kneipe trat er herausfordernd auf. Also, wer von euch noch nicht dabei war, hat keine Ahnung. Nein, nein, übertreibt man dich. Ich sage euch, da sieht man die Welt von einem ganz anderen Standpunkt. Ich wäre überhaupt dabei geblieben. Meine Vorgesetzten rieten es mir. Ich sei hervorragend qualifiziert. Hervorragend. Na ja, und da... Hast du Pech gehabt? Pech? Es war ein Unglück. Ein Unglück? Erzähl doch schon, was denn für ein Unglück? Naja, das Unglück mit dem Gaul. Das kommt davon, wenn man ein zu guter Soldat ist. Der Hauptmann lässt einen in seinen Dockart fahren, damit der Gaul mal bewegt wird. Ach, feine Sache, so ein Dockart. Ich weiß, bei meinem Onkel in Meck ein Unglück... Sei doch mal still, hör doch mal lieber zu. Also, dabei ist das Unglück passiert. Mein Fuß. Natürlich habe ich ihn nicht geschont und zu früh wieder Dienst gemacht. Die Sache verschlimmerte sich erheblich. Der Stabsarzt gab mir anheim, für jede Eventualität meine Angehörigen zu benachrichtigen. Was? So schlimm stand es mit dir? Oh. Donnerwetter. Er hätte mal den Hauptmann sehen sollen. Täglich kam er selbst. Nach den größten Märschen. Mit bestaubter Uniform, wie er war. Also, sowas gibt es ja nur bei Militär. Wir sind in den bösen Tagen wahre Kameraden geworden. Hier. Die Zigarre ist noch von ihm. Wirklich, ein Kamerad. Ich hatte auch mal sowas erlebt. Ja, und dann? Was war dann? Tja, dann? Als er mir dann eingestehen musste, der Stabsarzt wolle mich fortschicken. Ich kann euch versichern. Das war einer der Augenblicke im Leben, die man nicht vergisst. Das glaube ich, ja. Der Hauptmann und ich, wir, wir kriegen beide gleichzeitig feuchte Augen. Jetzt soll man sich also wieder in das bürgerliche Leben hineinfinden. Also dann, Prost. Prost. Er büffelte weiter und am Sonnabend kneipte er mit den Neuteutonen. Auch Wiebel erschien wieder. Er war Assessor auf dem Wege zum Staatsanwalt und sprach nur noch von subversiven Tendenzen, Vaterlandsfeinden und auch vom christlich-sozialen Gedanken. Ich sage jedenfalls, es ist an der Zeit, sich mit Politik zu beschäftigen. Ich weiß wohl, das gilt nicht als vornehmen, aber die Gegner zwingen einen dazu. Zudem hochfeudale Herren wie mein Freund, der Assessor von Barnum, sind in der Bewegung. Interessant. Würde ich gern kennenlernen, Ihren Freund, Herrn von Barnum. Er wird Sie sicher gerne einmal zu sich einladen, wenn Sie nähere Aufklärung wünschen. Da werden Sie auch von ihm erfahren, der jüdische Liberalismus ist die Vorfrucht der Sozialdemokratie. Die christlichen Deutschen müssen sich um den Hofprediger Stöcker scharen. Dietrich verband mit dem Wort Vorfrucht keinen deutlichen Sinn und verstand unter Sozialdemokratie nur eine allgemeine Teilerei. Das genügte ihm auch. Von der Einladung des Herrn von Barnum, die wenig später an ihn erging, machte er gern Gebrauch. Er würde sich nicht verziehen haben, wenn er eine so schmeichelhafte Gelegenheit versäumt hätte. Der Herr von Barnum hatte dunkles, glatt gescheiteltes Haar, das Wesen eines pflichtbewussten Beamten, sprach sachlich, bekam aber gelegentlich Schwärmeaugen. In seiner kalten, altmodischen Junggesellenwohnung hielt er Dietrich ein Privatissimum. Um es präzise auszudrücken, mein politisches Ziel ist eine ständische Volksvertretung, wie im glücklichen Mittelalter. Ritter, geistliche, gewerbetreibende, Handwerker. Das Handwerk muss, der Kaiser hat es mit Recht gefordert, wieder auf die Höhe kommen, wie vor dem Dreißigjährigen Krieg. Das ist mir aus der Seele gesprochen, Herr von Barnum. Es entsprach Diederichs Trieben, als eingetragenes Mitglied eines Standes seiner Berufsklasse nicht persönlich, sondern korporativ im Leben Fuß zu fassen. Er sah sich schon als Abgeordneter der Papierbranche. Die jüdischen Mitbürger freilich sind aus meiner Ordnung der Dinge ausgeschlossen. Versteht sich. Sind Sie doch das Prinzip der Unordnung und Auflösung des Durcheinanderwerfens. Sagen Sie ruhig der Respektlosigkeit. Das Prinzip des Bösen selbst. Das fromme Gesicht des Herrn von Barnum zog sich zusammen vom Hass und Diederich fühlte mit ihm. Schließlich haben wir doch die Gewalt und können sie hinauswerfen. Das deutsche Heer... Das ist es eben. Haben wir darum den ruhmreichen Krieg geführt, dass mein väterliches Gut an einen Herrn Frankfurter verkauft wird? Das ist es. Deshalb freue ich mich, dass Sie zu mir kamen. Jeder von uns muss an seinem Teil der Sozialdemokratie Abbruch tun und die kleinen Leute in das Lager unseres christlichen Kaisers hinüberziehen. Tun auch Sie das Ihre. Das dürfen Sie versichert sein, Herr von Arnim. Wie bildet sich von Diederich berichten, dann überlegte er kurz und begann mit seinen Einwänden. Das ist alles ganz gut und schön. Und ich habe eine ganz bedeutende Verehrung für die ideale Gesinnung meines Freundes von Barnum. Aber auf die Dauer kommen wir damit nicht voran. Die Dinge sind zu weit gediehen. Heute heißt es bloß noch, losschlagen, solange wir die Macht haben. Ja, ja, da muss ich Ihnen recht geben. Da muss ich Ihnen recht geben. Es war mir nicht geheuer, ja, es war mir sogar peinlich erschienen, dass wir herumgehen sollten und Christen werden. Die Sozialdemokratie nehme ich auf mich, hat der Kaiser gesagt. Hä? Na, was wollen Sie mehr? Das Militär ist darüber instruiert. Es könne vorkommen, dass es auf die lieben Verwandten schießen muss. Also, ich kann Ihnen mitteilen, mein Lieber, wir stehen am Vorabend großer Ereignisse. So. Äh, wissen Sie etwas Genaues? Haben Sie neulich diese Arbeitslosen gesehen? Wiebel sprach von jenen nasskalten Februartagen des Jahres 1892. Da kamen sie vom Norden her, in kleinen Abteilungen und im langsamen Marschschritt. Unter den Linden zögerten sie, wie verwirrt, berieten sich mit den Blicken und lenkten nach dem Schloss ein. Ich begreife nicht, dass die Polizei nicht energischer vorgeht. Das ist auch eine unbotmäßige Bande. Lassen Sie gut sein. Die Schutzleute sind genau instruiert. Die Herren da oben haben ihre wohlüberlegten Absichten. Das können Sie mir glauben. Es ist nämlich gar nicht immer zu wünschen, dass derartige Fäulniserscheinungen am Staatskörper gleich anfangs unterdrückt werden. Man lässt sie ausreifen und dann macht man ganze Arbeit. Die Reife, die Wiebel meinte, kam täglich näher. Am 26. schien sie da. Die Demonstrationen der Arbeiter sahen zielbewusster aus. Unter den Linden vereinigten sich ihre Züge, rannen, so oft sie getrennt wurden, wieder zusammen, erreichten das Schloss, wichen zurück und erreichten es noch einmal. Stumm und unaufhaltsam wie übergetretenes Wasser. Der Wagenverkehr stockte, die Fußgänger stauten sich, mit hineingezogen in die langsame Überschwemmung, worin der Platz ertrank, in dies trübe und missfarbene Meer der Armen. Das Zäder hinrollte, dumpfe Laute heraufwälzte und wie Maste untergegangener Schiffe die Stangen mit den Bannern hinaufreckte. Brot, Arbeit! Brot, Arbeit! Brot, Arbeit! Ein deutlicheres Grollen, ausbrechend aus der Tiefe, jetzt drüben, jetzt hier. Brot, Arbeit! Anschwellend, über die Menge hinrollend, wie aus einer Gewitterwolke. Brot, Arbeit! Brot, Arbeit! Brot, Arbeit! Eine Attacke der Berittenen, ein Aufschäumen, Zurückfließen und Weiberstimmen im Lärm, schrill, gleich Signale. Brot, Arbeit! Brot, Arbeit! Brot, Arbeit! Man wird überrannt. Vom Friedrich-Denkmal fegt es die Neugierigen hinunter. Aber sie haben aufgerissene Münder. Aus kleinen Beamten, denen der Weg ins Amt versperrt ist, fliegt Staub auf, als würden sie geklopft. Plötzlich fuhr Diederich ein verzerrtes Gesicht. Es kommt anders. Jawohl, es kommt ganz anders. Jetzt geht es gegen die Juden. Das Gesicht ist untergegangen, bevor Diederich einfällt. Es war Herr von Barning. Er will ihm nach, wird in einem großen Schub weit hinübergeworfen, bis vor das Fenster eines Cafés, dessen Scheibe er klirrend brechen sieht. So leicht bricht Glas. Da haben sie mir neulich vor meine 30 Fenn hier rausgesetzt, weil ich keinen Zylinderhut hatte. Die hole ich mir jetzt. Ein Arbeiter dringt durch das zerschlagene Fenster in das Café ein. Diederich wird mit fortgerissen und steht zwischen umgeworfenen Tischen, wo man über Scherben fällt, einander die Bäuche einstößt und man zu ersticken droht. Niemand mehr rein! Wir fehlen keine Luft! Bleib draußen! Aber immer mehr steigen ein. Die Polizei drängelt. Das ist er, da hinten. Der hat die Scheibe demoliert. Die Mitte der Straße sieht man plötzlich freiliegen, gesäubert wie für einen Triumphzug. Das ist doch Wilhelm! Und Diederich war wieder draußen. Niemand wusste, wie es kam, dass man auf einmal marschieren konnte. In gedrängter Masse auf der ganzen Breite der Straße und zu beiden Seiten bis an die Flanken des Pferdes, worauf der Kaiser saß. Er selbst. Man sah ihn an und ging mit. Knäuel von Schreienden wurden aufgelöst und mitgerissen. Alle sahen ihn an. Dunkles Geschiebe, ohne Form, planlos, grenzenlos und hell darüber ein junger Herr im Helm, der Kaiser. Sie sahen, sie hatten ihn heruntergeholt aus dem Schloss. Sie hatten Brot Arbeit geschrien, bis er gekommen war. Nichts hatte sich geändert, als dass er da war und schon marschierten sie als Gehes auf das Tempelhofer Feld. Seitwärts, wo die Reihen dünner waren, standen bürgerlich gekleidete und debattierte. Na ja, sei Dank, der weiß, was er will. Das kann man wohl zu haben. Was will er denn? Hat der Bande zeigen, wer der Macht hat? Herrlich, herrlich. Im Juden hat er es mit ihnen versucht. Er ist sogar zu weit gegangen in den Erlassen vor zwei Jahren. Wir sind sehr freig geworden, nicht? Angst kennt er nicht, das muss man sagen. Kinder, dies ist ein historischer Moment. Diederich hörte es und erschauderte. Der alte Herr, der eben gesprochen hatte, wandte sich auch an ihn. Er hatte weiße Bartkoteletten und das eiserne Kreuz. Junge Mann, was unser herrlicher, junger Kaiser da macht, das werden die Kinder mal aus den Schulbüchern lernen. Passen Sie auf. Viele hatten gehobene Brüste und feierliche Minen. Die Herren, die dem Kaiser folgten, blickten mit äußerster Entschlossenheit da rein. Ihre Pferde aber lenken sie durch das Volk, als seien alle die Leute zum Statieren bei einer allerhöchsten Aufführung befohlen. Und manchmal schielten sie seitwärts nach dem Eindruck im Publikum. Er selbst, der Kaiser, sah nur sich und seine Leistung. Tiefer Ernst versteinte seine Züge. Sein Auge blitzte hin über die Tausende der von ihm Gebannten. Er maß sich mit ihnen, der von Gott gesetzte Herr mit den empörerischen Knechten. Allein und ungeschützt hatte er sich mitten unter sie gewagt, stark nur durch seine Sendung. Sie konnten sich an ihm vergreifen, wenn es im Plan des Höchsten lag. Er brachte seiner heiligen Sache sich selbst zum Opfer. War Gott mit ihm, dann sollten sie es sehen. Dann bewahrten sie für immer das Gepräge seiner Tat und die Erinnerung an ihre Ohnmacht. Ein junger Mensch mit einem Künstlerhut ging neben Diederich, der von seiner Majestät blitzendem Auge hingerissen dem Zuge folgte. Imponierend, wa? Kennen wir alles. Napoleon in Moskau, wie er sich solo unter der Bevölkerung mischt. Das ist doch großartig. Alles Theater und nicht mal gut. Diederich sah den jungen Menschen an und versuchte zu blitzen wie der Kaiser. Sagen Sie mal, Sie sind wohl auch so einer, was? Er hätte nicht sagen können, was für einer. Er fühlte nur, dass er hier zum ersten Mal in seinem Leben die gute Sache zu vertreten habe gegen feindliche Bemängelungen. Trotz seiner Aufregung sah Diederich sich noch die Schultern des Menschen an. Sie waren nicht breit. Solche Äußerungen sind geradezu Landesverrat. Was Sie da gesagt haben ist einwandfrei Vaterlandsverleumdung. Werden Sie mal nicht komisch. Unverschämter Kerl. Euch wird man es noch zeigen. Und mit seinem Bauch drängte er den Feind gegen die Mauer und schlug auf den Künstlerhut ein. Runter mit dem Verräterhut. Schlagen Sie nur tüchtig die faulen Gedanken aus dem Kopf. Der Hut lag schon am Boden und bald auch der Mensch. Man ging weiter. Diederich umringt von seinen Mitkämpfern. Der hat sicher nicht dir dient. Schmisser hat er auch keinen. Nee, das ist sicher ein Künstler. Die haben nichts auf dem Kasten. Sondern da nicht wütend werden? Wenn der Mensch uns den historischen Moment verekeln will? Sie haben gedient. Ja, ich wäre am liebsten dabei geblieben. Naja, Sedan ist nicht alle Tage. Hier, das eiserne Kreuz. Das waren wir. Das hier, das ist doch gerade so gut wie Seda. Na ja, da haben Sie schon recht. Moment mal, sehr geehrter Herr, wir müssen das bringen. Verstehen Sie, Stimmungsbild und so. Verstehen Sie, ich bin Reporter. Sie haben wohl gerade einen Genossen verweigert. Ja, Kleinigkeit. Meinetwegen könnte es jetzt gleich losgehen gegen den inneren Feind. Unseren Kaiser haben wir mit. Feind, der Scheibig, der Scheibig. In der wild bewegten Menge hörte man Leute aller Stände der treuesten Anhänglichkeit und dem unerschütterlichen Vertrauen zu der allerhöchsten Person Ausdruck geben. Ja, das ist es. Hurra! 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 Diederich schrie, denn alle schrien und inmitten eines mächtigen Stoßes von Menschen der schrie, gelangte er je bis unter das Brandenburger Tor. Zwei Schritte vor ihm ritt der Kaiser hindurch. Diederich konnte ihm ins Gesicht sehen, in den steinernen Ernst und das Blitzen. Aber ihm verschwamm es vor den Augen, so sehr schrie er. Ein Rausch, höher und herrlicher als der, den das Bier vermittelte, hob ihn auf die Fußspitzen, trug ihn durch die Luft. Er schwenkte den Hut hoch über allen Köpfen, in einer Sphäre der begeisterten Raserei, durch einen Himmel, wo unsere äußersten Gefühle kreisen. Auf dem Pferd dort, unter dem Tor der siegreichen Einmärsche und mit Zügen, Steinern und Blitzend ritt die Macht. Die Macht, die über uns hingeht und deren Hufe wir küssen, die über Hunger, Trotz und Hohn hingeht, gegen die wir nichts können, weil wir alle sie lieben, die wir im Blut haben, weil wir die Unterwerfung darin haben. Ein Atom sind wir von ihr, ein verschwindendes Molekül von etwas, das sie ausgespuckt hat. Jeder Einzelne ein Nichts, steigen wir in gegliederten Massen als Neuteutonen, als Militär, Beamtentum, Kirche und Wissenschaft, als Wirtschaftsorganisation und Machtverbände kegelfärmlich hinan, bis dort oben, wo sie selbst steht, Steinern und Blitzend. Leben in ihr, haben Teil an ihr, unerbittlich gegen die, die erferner sind und triumphierend, noch wenn sie uns zerschmettert. Denn so rechtfertigt sie unsere Liebe. Einer der Schutzleute, deren Kette das Tor absperrte, stieß Diederich vor die Brust, dass ihm der Atem ausblieb. Er aber hatte die Augen so voll Siegestaumel, dass reihte er selbst über all diese Elenden hinweg, die gebändigt ihren Hunger verschluckten. Ihm nach, dem Kaiser nach. Alle fühlten wie Diederich. Eine Schutzmannskette war zu schwach gegen so viel Gefühl. Man durchbrach sie. Drüben stand eine zweite. Man musste abbiegen, auf Umwegen den Tiergarten erreichen, einen Durchschlupf finden. Wenige fanden ihn. Diederich war allein, als auf den Reitweg hinaus stürzte dem Kaiser entgegen, der oft allein war. Hurra! 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 Es lebe der Kaiser! Hurra! Kaiser! Kaiser! Hurra! 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 Ein Mensch im gefährlichsten Zustand des Fanatismus, beschmutzt, zerrissen, mit Augen wie ein Wilder. Der Kaiser vom Pferd herunter blitzte ihn an. Er durchbohrte ihn. Diederich riss den Hut ab. Sein Mund stand weit offen. Aber es kam kein Schrei mehr. Da er zu plötzlich anhielt, glitt er aus und setzte sich mit Wucht in einen Tümpel die Beine in die Luft, umspritzt von Schmutzwasser. Da lachte der Kaiser. Der Mensch war ein Monarchist, ein treuer Untertan. Der Kaiser wandte sich nach seinen Begleitern um, schlug sich auf den Schenkel und lachte. Diederich, aus seinem Tümpel, sah ihm nach, den Mund noch offen. Die Demonstration der Arbeiter war noch nicht vorüber. Doch hatte die Polizei die Menge weiter zurückgedrängt. Der Kaiser war längst außer Sicht. Und Diederich Hässling hatte, ohne seine Lage recht zu erkennen, sich aus dem Tümpel erhoben und reinigte sich notdürftig. Dann kehrte er um. Auf einer Bank saß eine Dame, die ihn anstarrte mit tief erstrockenem Gesicht. Agnes Göppel. In seinem Kopf geriet nun alles durcheinander. Die Begegnung mit dem Kaiser noch gegenwärtig und plötzlich Agnes, die Tochter des Geschäftsfreundes seines Vaters, der er vor etwa drei Jahren zum letzten Mal begegnet, vor der er damals geflohen, weil er nicht sicher war, ob sie ihn liebte oder nicht. Ob sie nicht doch etwa mit diesem Malmann, dem Untermieter und Zimmerherren bei den Göppels ein Verhältnis hatte und ihn auslachte. Das alles zog in gedankenschnelle an ihm vorüber. Dann nahm die Gegenwart wieder Besitz von ihm. Eben bin ich dem Kaiser begegnet. Dem Kaiser? Ja, Diederich begann unter großen Gästen herauszujagen, was ihn erstickte. Unser herrlicher, junger Kaiser. Ganz allein unter rasenden Aufrührern. Ein Kaffee haben sie demoliert. Ich bin selbst drin gewesen. Blutige Kämpfe habe ich bestanden unter den Linden für unseren Kaiser. Kanonen sollte man auffahren. Die Leute hungern wohl. Es sind ja auch Menschen. Menschen? Der innere Feind sind sie. Agnes erschrak und er beruhigte sich darauf etwas. Wenn es Ihnen Vergnügen macht, dass wegen des Packs alle Straßen abgesperrt werden müssen. Nein, gar nicht. Ich bin hierher zurückgedrängt worden. Mein Vater wird sich ängstigen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ach, ich werde das schon machen. Kommen Sie. Kommen Sie. Sie gingen zusammen weiter. Er wusste auf einmal nichts mehr zu sagen und wendete den Kopf umher, als suche er den Weg. Sie waren allein zwischen kahlen Bäumen und nassem, altem Laub. Diederich empfand Beklommenheit wie auf seinem letzten Spaziergang mit Agnes, als er von Mahlmann gewarnt, von ihr abzulassen, auf einen Omnibus sprang, ausriss und verschwand. Sie haben sich aber sehr lange nicht bei uns sehen lassen. Papa hat Ihnen doch geschrieben. Mein Vater ist inzwischen gestorben. Oh, mein herzliches Beileid. Danke. Warum aber sind Sie plötzlich fortgeblieben? Damals, vor drei Jahren. Naja, ich war... Es war alles... Nicht wahr? Es sind schon fast drei Jahre. Ja, ja. Ich bin im Chor. Das Verbindungsleben hat mich völlig in Anspruch genommen. Es herrschte nämlich eine verdammte Zucht. Naja, und... Und dann habe ich meiner Wehrpflicht genügt. Oh, was aus Ihnen alles geworden ist. Und jetzt sind Sie wohl schon Doktor? Nein, nein, das soll jetzt kommen. Er sah unzufrieden geradeaus. Seine Schmisse, seine stattliche Breite, alle seiner wohl erworbene Männlichkeit, war das alles nichts für Sie? Das bemerkt Sie gar nicht. Und wieder erinnert er sich seiner Demütigung von damals und wie anders die Dinger jetzt lagen. Wie geht es denn Herrn Mahlmann? Denken Sie an den noch? Wenn ich den wiedersehe, wäre es mir gleich. So? Aber er hat doch jetzt ein Patentbüro und könnte ganz gut heiraten. Wenn schon. Aber früher interessierten Sie sich doch für ihn. Woraus schließen Sie das? Ja, er schenkte Ihnen immer etwas. Ich hätte es lieber nicht angenommen. Aber dann hätte ich auch Ihre Geschenke nicht annehmen dürfen. Darauf schwieg sie erschrocken. Diederich fühlte, dass etwas Schweres geschehen war. Und schwieg auch. Ach, äh... Na ja, wissen Sie, das... Das war ja nicht der Rede wert. Mahlmann hat Ihnen sogar ein Armband geschenkt, nicht wahr? Ich trage es niemals. Diederich hatte auf einmal Herzklopfen. Und, äh... Und wenn es von mir gewesen wäre? Dann ja. Darauf gingen Sie plötzlich rascher. Und ohne mir zu sprechen. Sie kamen vor das Brandenburger Tor, sahen die Linden bedrohtlich von Polizei erfüllt, eilten vorbei und bogen in die Dorotheenstraße ein. Hier war es wenig belebt. Das... Das ist ja eigentlich hochkomisch. Was Mahlmann Ihnen nämlich schenkte, war mit meinem Gelde bezahlt. Was? Ja, ja. Er nahm mir ja alles ab. Ich... Ich war ja noch ein ganz grüner Junge. Das ist ja schrecklich. Können Sie mir das verzeihen? Ach, alte Geschichten. Jugendtorheiten. Nein, nein. Na, also... Die Hauptsache ist jetzt, dass Sie nach Hause kommen. Es wird kein Omnibus. Es tut mir leid, aber Sie... Sie werden sich meine Gesellschaft noch länger gefallen lassen müssen. Übrigens wohne ich gleich hier. Sie... Sie können mit hinaufkommen. Dann... Dann wären Sie wenigstens im Trocknen. Na ja, natürlich, natürlich. Eine junge Dame darf das nicht. Sie sind so gut. Sie sind so edel. Und damit betraten Sie das Haus und bald darauf Diederichs Zimmer. Zu Ihnen kann ich doch Vertrauen haben. Ich weiß, was ich der Ehre meiner Kooperation schulde. So, ich... Ich muss die Wirtin suchen, damit sie Tee macht. Bitte, bitte legen Sie doch ab. Diederich wollte schon nach der Tür, zuckte aber zurück. Agnes hatte seine Hand ergriffen und küsste sie. Aber Frau denn, Agnes... Er war furchtbar erschrocken und legte ihr wie tröstend den Arm um die Schulter. Da sank sie gegen die Seine. Er drückte seinen Mund in ihr Haar ziemlich tief, weil er sich dazu verpflichtet fühlte. Und aus seinem Druck bebte und flog ihr Körper, als würde er geschlagen. Diederich war das heiß. Er küsste Agnes auf den Hals. Und plötzlich kam ihr Gesicht auf ihn zu, mit offenem Mund, halbgeschlossenen Augen und mit einem Ausdruck, den er nie gesehen hatte und die er entschwindelig machte. Agnes, oh Agnes, Agnes, ich liebe dich. Er trug sie, da sie nicht antwortete. Er fühlte sie fallen. Sie schien zu zerfließen. Dann saß Agnes auf dem Diwan und weinte. Sei mir nicht böse, Agnes. Ich weine doch vor Glück. Ich habe so lange auf dich gewartet. Er wollte dir die Bluse schließen. Warum? Warum deckst du es schon zu? Findest du es schon nicht mehr schön? Ich bin mir der übernommenen Verantwortung völlig bewusst. Verantwortung? Wer hat die? Ich habe dich drei Jahre lang geliebt. Du wusstest es ja nicht. Es war wohl das Schicksal. Diederich, die Hände in den Taschen, bedachte, dass dies das Schicksal der leichtsinnigen Mädchen sei. Andererseits empfand er das Bedürfnis, sich ihrer Versicherung wiederholen zu lassen. Also wirklich mich? Nur mich hast du geliebt? Ich sah, dass du mir nicht glaubtest. Es war schrecklich, als ich merkte, du kamst nicht mehr. Ich wollte dir schreiben. Ich wollte zu dir gehen. Jedes Mal verlor ich den Mut, weil du mich doch nicht mehr mochtest. Ich kam so herunter, dass Papa mit mir verreisen musste. Wohin denn? Sei lieb zu mir. Ich habe nur dich. Da hörst du nicht viel. Agnes schien ihm verkleinert und sehr im Wert gesunken, seit er den Beweis hatte, dass sie ihn liebte. Einem Mädchen, das so etwas tut, darf man nicht alles glauben. Sehr langsam zog sie sich an. Und Malmann? Ja, ein bisschen war wohl doch los mit ihm. Sie richtete sich mit starrem Entsetzen auf. Nein, lass nur. Ich bin auch ganz benommen von meinem Glück. So. Ach, Agnes, dein Vater wird gar nicht wissen, was los ist. Er hatte die Tür schon geöffnet, doch sie blieb noch stehen und sah in das Zimmer zurück mit einem langen, sehnsuchtsvollen Blick. Vielleicht komme ich nie wieder. Mir ist, als sollte ich heute Nacht sterben. Aber wieso denn? Statt einer Antwort ließ sie sich noch einmal an ihn hinsinken, den Mund auf seinem, die Brust auf seiner und von den Hüften zu den Füßen wie mit ihm verwachsen. Diederich wartete geduldig, bis sie sich löste. Du musst nicht denken, dass ich etwas von dir verlange. Nein, ich habe dich geliebt. Nun ist alles gleich. Er bot ihr einen Wagen an, aber sie wollte gehen. So gingen sie eine ganze Weile schweigend nebeneinander her. Natürlich denke ich nicht daran, mich meinen Verpflichtungen dir gegenüber zu entziehen. Nur vorläufig. Du verstehst, ich verdiene doch noch nichts und ich muss erst fertig sein und zu Hause mich in den Betrieb einleben. Es wäre schön, wenn ich später einmal deine Frau werden könnte. Es ist jetzt wohl besser, wenn ich umkehre. Weil uns jemand sehen könnte? Das macht doch nichts. Ich muss zu Hause doch erzählen, dass ich dir begegnet bin und dass wir im Café zusammen gewartet haben, bis die Straßen wieder frei waren. Ach, kann die lügen. Für Sonntag bist du zu Mittag eingeladen. Du musst bestimmt kommen. Bei euch soll ich zu Mittag... Es geht doch nicht anders, wenn man uns einmal sehe. Willst du denn nicht, dass ich wiederkomme? Doch, 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 natürlich. Natürlich will ich das, aber... Sie waren vor ihrem Hause und er verabschiedete sich mit einer formellen Verbeugung und kehrte rasch um. So ein Weib ist scheußlich raffiniert. Lange tue ich da nicht mit. Überhaupt ist es Zeit, jetzt auf die Kneipe zu gehen. Aber dann verlangte ihn nach Hause und kaum hatte er die Tür hinter sich zugezogen, blieb er davor stehen und starrte in die Dunkelheit. Plötzlich reckte er die Arme in die Höhe, wandte das Gesicht nach oben und atmete lang und tief auf. Ach, Gnes! Seine Gedanken wirbelten durcheinander. Er fühlte sich verwandelt, leicht, wie vom Boden gehoben. Ich bin ganz furchtbar glücklich. So schön kommt es im ganzen Leben nicht wieder. Er hatte die Gewissheit, dass er bis jetzt, bis zu dieser Minute, alle Dinge falsch bewertet hatte. Jetzt kneipen sie und machen sich wichtig. Und all diese Streitereien, Juden oder Arbeitslose, was gehen einen die an? Warum soll man sie hassen? Habe ich wirklich diese Menschen im Gewühle für Feinde gehalten? Agnes hat recht. Was für ein hilfloses, bedeutungsloses und armes Leben habe ich doch bisher geführt. Niemandem, den ich liebte, bis Agnes kam. Oh, Agnes, süßer Agnes. Du weißt ja gar nicht, wie ich dich lieb habe. Aber du sollst es wissen. Er fühlte, dass er es nie wieder so werde sagen können, wie in dieser Stunde. Und er schrieb einen Brief. Er schrieb, dass auch er diese drei Jahre immer auf sie gewartet habe. Und dass er keine Hoffnung gehabt habe. Weil du zu schön für mich bist, zu fein und zu gut. Das mit Mahlmann habe ich mir nur eingeredet, aus Feigheit und aus Trotz. Du bist eine Heilige. Und nun, da du herabgestiegen, liege ich zu deinen Füßen. Hebe mich auf, Agnes. Ich kann stark sein, du. Ich fühle es. Und ich will dir mein ganzes Leben weinen. Er weinte. Drückte das Gesicht in das Diva ein Kissen, wo er ihren Duft noch spürte. Und unter Schluchzen wie als Kind schlief er ein. Am Morgen freilich war er erstaunt und befremdet, sich nicht im Bett zu finden. Sein großes Erlebnis fiel ihm ein. Ein süßer Stoß ging durch sein Blut bis zum Herzen. Aber auch der Verdacht kam ihm, dass er sich peinliche Übertreibungen habe zu Schulden kommen lassen. Er las den Brief wieder durch. Drei Jahre immer auf dich gewartet und keine Hoffnung. Und das war alles recht schön. Zu fein und zu gut. Es konnte ihn auch wirklich aus der Fassung bringen, wenn man auf einmal mit so einem großartigen Mädel ein Verhältnis hatte. Du bist eine Heilige und nun, da du zu mir herabgestiegen, liege ich zu deinen Füßen. Hebe mich auf, Agnes. Wäre sie jetzt nur da gewesen, er hätte zärtlich sein wollen. Aber den Brief schicke ich doch besser nicht ab. Das wäre unvorsichtig in jeder Beziehung. Am Ende fängt Vater Göppelin ab. Er verschloss den Brief im Schreibtisch. An das Essen habe ich gestern überhaupt nicht gedacht. Er ließ sich ein ausgiebiges Frühstück bringen. Und rauchen wollte ich auch nicht, damit ihr Geruch nicht vergänge. Er zündete eine Zigarre an und ging ins Laboratorium, um sich dort seinen chemischen Experimenten zu widmen. Mehr an das bevorstehende Examen denkend als ein Agnes. Das ist doch alles Blödsinn. So darf man nicht sein. Was er auf dem Herzen hatte, beschloss er, statt in Worte... Worte, Worte. Worte sind unmännlich. Unmännlich und unbequem. Nein, lieber in Musik ausströmen. Er mietete ein Klavier und versuchte sich plötzlich, mit viel mehr Glück als in der Klavierstunde, an Schubert und Beethoven. Und am Sonntag ging er zu den Goeppels und war fast zu Tränen gerührt über den herzlichen Empfang und er glaubte zu fühlen, dass er hierher gehöre. Nur missfiel ihm, dass Herr Goeppel es auf politische Gespräche abgesehen hatte, die sich gegen den Herrn von Bismarck und die Regierung richteten und das erregte seinen Zorn. Doch Agnes, seine zu ihm herabgestiegene Heilige, versöhnte ihn und sie verabschiedeten sich mit einem heimlichen Kuss und versprachen, sich am nächsten Tag um drei Uhr nachmittags bei ihm zu treffen. Sie war schon früher da als verabredet und sie blieb, bis es fast zu spät war, noch Einkäufe zu machen, weshalb man sie hatte von zu Hause fortgehen lassen. Und immer endeten nun die Tage so, an denen sie kamen. Immer waren sie glücklich. Es kam vor, dass im Laboratorium der Diener zu Diederich hintrat und ihm meldete, draußen seine Dame. Er stand dann sofort auf, stolz, errötend, unter den verständnisvollen Blicken der Kollegen. Und dann bummelten sie, gingen ins Café, ins Panoptikum. Und da Agnes gern Bilder sah, erfuhr Diederich auch, dass es Kunstausstellungen gab. Agnes liebte es vor einem Bild, das ihr gefiel, einer sanften, festtägigen Landschaft aus schöneren Ländern, lange stehen zu bleiben, mit halbgeschlossenen Augen und Träume auszutauschen mit Diederich. Sieh nur recht hin. Dann merkst du, das ist kein Rahmen. Es ist ein Tor mit goldenen Stufen. Ja. Die gehen wir hinunter und biegen die Weißdornbüsche weg und steigen in den Kahn. Ja. Fühlst du wohl, wie er schaukelt? Mhm. Das kommt, weil wir die Hand durchs Wasser schleifen. Es ist so warm. Drüben am Berg, siehst du? Ja. Dort ist unser Haus. Da fahren wir hin. Ja. Ja. Er sah alles, was Agnes wollte. Er geriet so sehr in Feuer, dass er die Hand nahm, um sie zu trocknen. Aber Agnes, wie sie nun aufstanden und gingen, war sie blass und schien müde. Ihre schönen, blonden Augen hatten einen Glanz, der Diederich beklommen machte. Sie zitterte. Wenn unser Kanon umgeschlagen wäre? Dann hätte ich dich gerettet. Aber es ist zu weit vom Ufer. Wir hätten ertrinken müssen. Sag, wärst du gern mit mir gestorben? Ja. Als sie fort war, bereute er solche Gespräche. Solche Sachen waren ungesund, führten zu nichts und machten Ungelegenheiten. Auch hatte sein Professor schon von den Besuchen der Dame erfahren. Es geht nicht länger, dass sie mich wegen jeder Laune von meiner Arbeit weg holt. Von nun an ließ er sie warten, halb mit Absicht. Eines Abends im Mai traf er vor der Tür einen jungen Mann in einjährigen Uniform, der ihn zögernd ansah. Herr Diederich Hässling? Ach ja, Sie, du, ich meine, Sie, Sie sind wohl Herr Wolfgang Buck? Der jüngste Sohn des großen Mannes von Netzig. Der alte Buck war eine Achtung gebietende Persönlichkeit und alter Verfechter demokratischer Rechte. Einer, der 1848 dabei war und den die ganze Stadt verehrte, wenn er mit weißseidener Halsbinde und weißem Knebelbart, Überzieher und Zylinder den Leuten begegnete. Wolfgang war dem Befehl seines Vaters gefolgt und wollte Diederich besuchen, der ihn mit hinaufnahm. Er fand so schnell keinen Vorwand, um ihn zu entfernen. Und drinnen saß Agnes. Dort ist mein Zimmer. Nehmen Sie doch bitte hier draußen ab. Darf ich vorangehen, ja? Moment. So. Hier. Mit Bangen öffnete er. Im Zimmer war niemand. Agnes musste in dem fensterlosen kleinen Gelass sein, wo sein Waschtisch stand. Er schob einen Sessel davor. So. Ach, diese Wirtinnen räumen niemals richtig auf. Bitte setzen Sie sich doch. Danke. Setzen Sie sich einfach. So, hier ist der Cognac. Entschuldigen Sie diese ungelegene Stunde. Ach, das macht doch nichts. Aber der Dienst lässt mir keine andere Wahl. Das kennen wir. Aber lass es gut sein. Ich bin begeistert vom Militär. Das ist doch das einzig Wahre. Wer da nur ganz dabei bleiben könnte. Ihm war es gelungen, durch gute Beziehungen vom Militärdienst befreit zu werden. Doch davon sprach er nicht gern. Mich riefen leider Familienpflichten. Nun, Ihre Begeisterung in Ehren. Ja, die Offiziere vielleicht. Man ist wenigstens unter Leuten mit guten Manieren. So ist es, so ist es. Sie verkehren mit ihm? Ich werde zuweilen in die Offiziersmesse geladen. Ich gehe hin, weil ich es für nützlich halte, mich in allen Lagern umzusehen. Ja, ja. Andererseits verkehre ich viel mit Sozialisten. So. Manchmal möchte ich nämlich General werden und manchmal Arbeiterführer. Auf welche Seite ich schließlich fallen werde, darauf bin ich selbst neugierig. Ein ekelhafter Mensch. Tja, äh... Auf Ihr Wohl. Auf Ihr Wohl. Und Agnes in der Dunkelkammer. Tja, mit Ihren Mitteln steht es Ihnen ja frei, sich in den Reichstag wählen zu lassen oder was Ihnen sonst Spaß macht. Ich bin auf praktische Arbeit angewiesen. Übrigens, die Sozialdemokratie betrachte ich als meinen Feind, denn sie ist der Feind des Kaisers. Der Kaiser steht auf seine Verhältnisse übertragen vor derselben Frage wie ich. Soll ich General werden und mein ganzes Leben auf den Krieg einrichten, der voraussichtlich nie mehr geführt wird, oder ein womöglich genialer Volksführer, während das Volk schon so weit ist, dass es auf die Genies verzichten kann? Beides wäre Romantik. Und Romantik führt bekanntlich zum Bankrott. Prost. Zum Morgen. Was soll ich also werden? Buck trank zwei Konjaks hintereinander und starrte vor sich hin. Ein Alkoholiker. Ich müsste ihm eigentlich einen Krach machen, aber er trägt Uniform. Und dann wird Agnes hervorgescheucht. Aber solche Reden werde ich mir merken. Mit solcher Gesinnung will dieser Mensch Karriere machen. Ein Schöngeist. Die ganze Familie ist so. Ich hasse sie alle. Diederich betrachtete aus gekniffenen Augenlidern dies fleischige Gesicht mit der weichgebogenen Nase und in feucht glänzenden Augen die Samen. Mutter Jüdin hat Theater gespielt. Nun, wir sehen uns in Netzig wieder. Nächstes oder übernächstes Semester mache ich mein Examen und was bleibt mir dann weiter übrig, als Rechtsanwalt zu spielen in Netzig? Und Sie? Ach, ich werde meine Zeit nicht verlieren und noch im Sommer meine Doktorarbeit abschließen. Damit führte er Buck hinaus. So, Herr Soutan, auf Wiedersehen. Danke. Hat mich sehr gefreut. Er fühlte sich ihm sehr überlegen. Er hat gar nicht gemerkt, dass ich ein Mädchen bei mir habe, das dort im Dunkeln auf mich wartet. Wie er aber die Tür öffnete, hing Agnes über einem Stuhl, ihre Brust ging heftig und mit dem Taschentuch runterdrückte sie das Keuchen. Agnes! Er sah, sie war fast da drinnen erstickt. Oh, Agnes! Er war gerührt. Da hatte er draußen getrunken und dummes Zeug geredet und sie war inzwischen bald gestorben. Sie liebte ihn. Sie liebt mich so sehr, dass sie das alles erträgt. Er war im Begriff, die Arme zu erheben, vor sich hinzutreten und sie weinend, um Verzeihung zu bitten. Doch rechtzeitig hielt er sich zurück, aus Furcht vor der Szene und der sentimentalen Stimmung nachher, die ihn wieder mehrere Arbeitstage kostete und ihr die Oberhand gab. Er tat ihr nicht den Willen, denn natürlich übertrieb sie absichtlich. So küsste er sie nur flüchtig. Du bist schon da? Ich hab dich gar nicht kommen gesehen. Weißt du, es ist gerade jemand fortgegangen. Er lief im Zimmer umher. So ein Judenbengel, der sich aufspielt. Ha! Einfach ekelhaft. Ach du, das sind unsere schlimmsten Feinde, die mit ihrer sogenannten feinen Bildung, die alles antasten, was uns Deutschen heilig ist. Er lief immer schneller, um Agnes nicht ansehen zu müssen und redete immer heftiger. Das ist ja ein Judenbengel. Kann froh sein, dass wir ihn überhaupt dulden, sollen doch seine Pandecken büffeln und die Schnauze halten. Er schrie jetzt mit der Absicht, auch Agnes zu kränken. Da sie nicht antwortete, nahm einen neuen Anlauf. Das kommt aber alles, weil jeder mich jetzt zu Hause findet. Immer muss ich deinetwegen auf der Bude hocken. Wir haben uns schon sechs Tage nicht gesehen und Sonntag bist du wieder nicht gekommen. Komm, ich fürchte, du hast mich nicht mehr lieb. Mein liebes Kind, dass ich dich lieb habe, brauche ich dir wohl wirklich nicht mehr zu versichern. Aber eine andere Frage ist, ob ich darum Lust habe, jeden Sonntag deinen Tanten beim Häkeln zuzusehen und mit deinem Vater über Politik zu reden, wovon er nichts versteht. Und dann, mein liebes Kind, was deine Familie da zusammenspinnt, mich zu umgarnen, habe ich längst durchschaut. Was wir beide tun, ist unsere Sache. Mein sittliches Gefühl verlangt da reinliche Scheidung. Aber komm, 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 was ist denn, wo willst du denn hin? So habe ich das doch gar nicht gemeint. Nun, komm, komm, setz dich. Setz dich hier auf den Divan. Und sie setzte sich wieder und küsste ihn auch, wie er es wollte. Aber indes ihre Lippen lächelten und küssten, blieben ihre Augen starr und unbeteiligt. Liebster. Plötzlich riss sie ihn in ihre Arme. Er erschrak, er wusste nicht, ob es Hass war. Aber dann fühlte er sich heißer geliebt als je. Heute war es aber wirklich schön. Was? Meine kleine, süße Agnes. Adieu. Sie nahm hastig Schirm und Beutel, während er sich erst ankleidete. Du hast es aber eilig. Weiter kann ich wohl nichts für dich tun. Sie war schon bei der Tür. Aber was hast du denn? Aber Agnes. Agnes, was ist denn auf einmal geschehen? Du, wir waren doch so vergnügt. Habe ich dir was getan? Ich kann nicht. Entschuldige. Er trug sie auf den Divan. Als es endlich vorbei war, schämte Agnes sich. Verzeih. Ich kann nicht dafür. Na ja, kann denn ich dafür? Nein, nein. Es sind die Nerven. Verzeih. Komm, lass mich gehen. Geduldig brachte er sie zu einem Wagen. Sie ließ es geschehen. Nachträglich aber erschien ihm auch der Anfall als halbe Komödie und als eins der Mittel, die ihn endgültig einfangen sollten. Das Gefühl verließ ihn nicht mehr, dass Renke gesponnen wurden gegen seine Freiheit und seine Zukunft. Er wehrte sich dagegen vermittels schroffen Auftretens, Betonung seiner männlichen Selbstständigkeit und durch Kälte, sobald die Stimmung weich wacht. Wenn er dann Agnes' stummen und betrübten Blick auf sich fühlte, hatte er wohl einen Augenblick der Empfindung, als habe nicht er selbst gesprochen, als gehe er im Nebel, rede falsch und handle wider Willen. Aber das verging. Agnes kam, so oft er sie bestellte, und ging fort, wenn es Zeit für ihn war, zu arbeiten oder zu kneipen. Sie verführte ihn auch nicht mehr zu Träumereien vor Bildern, seit er einmal an einem Wurstgeschäft angehalten und ihr erklärt hatte, das sei für ihn der schönste Kunstgenuss. Ihm selbst fiel es endlich aufs Herz, wie selten sie sich nur noch sahen. Er war für vor, dass sie nicht darauf dringe, öfter zu kommen. Früher warst du ganz anders. Ich muss warten. Worauf? Dass du auch wieder so wirst wie früher. Ach. Oh, ich weiß ganz sicher, es wird kommen. Und es kam, wie sie gesagt hatte. Dietrich hatte seine Arbeit endlich beendet, sie war gut geheißen worden, und er hatte nur eine belanglose, mündliche Prüfung zu bestehen und war in der gehobenen Stimmung einer Lebenswende. Wie Agnes ihm ihren Glückwunsch brachte und Rosen dazu, brach er in Tränen aus. Ich, ich werde dich immer lieb haben. Und weißt du, mein Vater wird auf ein paar Tage verreisen und das Wetter ist so wundervoll. Du, das müssen wir ausnutzen. Und solche Gelegenheit haben wir noch nie gehabt. Wir fahren nach Mittenwalde, dort ist es wunderschön. Den ganzen Tag werden wir beisammen sein. Und die Nacht auch. Und so fuhren sie eines Tages in der Abenddämmerung aufs Land und übernachteten in Mittenwalde im Gasthof und genossen alle Freuden der Landschaft und der Liebe. Und sie gingen durch die Felder, die gerade gemäht wurden, und in den Blicken, die sie aneinander zuweinten, stand Märchengrauen. Im Kanal lag ein Boot, und sie mieteten es und schwammen dahin. Und Diederich erzählte ihr von zu Hause, von den Dämmerstunden, den Märchen unter den Weihnachtsbäumen seiner Kindheit und sogar von dem Gebet aus dem Herzen, das seine Mutter mit ihm immer betete. Deine Mutter möchte ich kennenlernen. Meine habe ich nicht gekannt. Er küsste sie, mitleidig, achtungsvoll und mit einer dunklen Empfindung von schlechtem Gewissen. Er fühlte, jetzt hatte er ein Wort zu sprechen, das sie ganz und gar für immer trösten musste. Aber er schob es hinaus. Er konnte nicht. Ich weiß, dass du im Herzen ein guter Mensch bist. Wie meinst du das? Heute habe ich keine Furcht vor dir. Hast du denn sonst Furcht? Ich habe mich immer gefürchtet, wenn die Leute recht hochgemut und lustig waren. Ich hatte mal eine Puppe mit großen blauen Glasaugen. Und als meine Mutter gestorben war, musste ich nebenan bei der Puppe sitzen. Sie sah mich immer starr an mit ihren aufgerissenen, harten Augen. Alle haben solche Augen. Manchmal sogar du. Ach, Agnes. Süßer Agnes. Du weißt gar nicht, wie ich dich lieb habe. Ich habe Furcht vor dir gehabt. Ja, ich. Drei Jahre lang habe ich mich nach dir gesehnt. Aber du warst, du warst so schön für mich. Zu, zu fein, zu, zu gut. Sein ganzes Herz schmolz. Er sagte alles, was er ihr nach ihrem ersten Besuch geschrieben hatte. In dem Brief, der noch an seinem Schreibtisch lag. Ach, ich wusste, dass so bist du. Du bist wie ich. Wir gehören zusammen. Aber er erschrak in demselben Augenblick über seinen Ausruf. Jetzt wartet sie. Jetzt soll ich sprechen. Er wollte es. Aber er fühlte sich gelähmt. Der Druck seiner Arme auf ihrem Rücken wacht immer kraftloser. Sie bewegte sich. Er wusste, nun wartet sie nicht mehr. Und sie lösten sich voneinander, ohne sich anzusehen. Widerich schlug plötzlich die Hände vor das Gesicht und schluchzte. Sie fragte nicht, weshalb. Sie strich ihm tröstend über das Haar. Das wäre für lange. Sie sah ins Leere. Hab ich denn geglaubt, dass es dauern würde? Es musste schlimm enden, weil es so schön war. Aber es ist doch nicht aus. Glaubst du an das Glück? Wenn ich dich verlieren soll, nicht mehr. Du wirst fortgehen, hinaus in das Leben und mich vergessen. Nein, nein, nein. Lieber sterben, Agnes. Sie, wie breit hier das Wasser ist. Ein See. Unser Boot hat sich von selbst losgemacht und uns hinausgeführt. Wohin wohl? Wohin mit uns? Er antwortete nicht mehr. Ganz umschlungen und die Lippen aufeinander senkten sie sich rückwärts immer tiefer über das Wasser. Aber niemals waren sie so sehr eins gewesen. Nur ist es gut. Ich war nicht edel genug, mit dir zu leben. Nicht gläubig. Nicht tapfer genug. Nur ist es gut. Plötzlich ein Stoß gegen das Boot. Sie schnellten in die Höhe. Dietrich hatte so viel Kraft gebraucht, dass Agnes von ihm fort und zu Boden fiel. Was haben wir denn da? Noch kalt vom Schrecken und als sei er beleidigt, sah er weg von ihr. Aber so unvorsichtig darf man auch nicht sein beim Bootfahren. Er ließ sie allein aufstehen und ruderte zurück. Agnes hielt das Gesicht nach dem Ufer gewendet. Einmal wollte sie zu ihm hinsehen, aber sein Blick traf sie so misstrauisch und hart, dass sie zusammenfuhr. Dann begann die Heimfahrt. Der Zug pfiff schon in der Ferne. Nicht mal mehr essen kann man. Der Zug fuhr ab. Draußen glitt in der beginnenden Dämmerung die Landschaft an ihnen vorüber. Jeder saß da, allein, bei trüber Lampe und betäubt wie nach einem großen Misserfolg. Man fand nicht zurück. Kamen nicht endlich die Lichter der Stadt und befreiten einen. Bei der Ankunft waren sie darüber einig, dass es sich nicht verlohne, in denselben Wagen zu steigen. Dietrich nahm die Trambahn. Hände und Augen streiften sich nur. Als Dietrich allein war, machte er seinem Herzen Luft. So, das wäre erledigt. Das hätte ebenso gut schief gehen können. So eine hysterische Person. Sich selber hätte sie bestimmt am Boot festgehalten. Ich hätte allein das Bad nehmen können. Auf den Trick war sie doch nur verfallen, weil sie geheiratet werden will. Die Weiber sind so gerissen und sie haben keine Hemmungen. Da kommt unser einer nun mal nicht mit. Na, mir soll es eine Lehre fürs Leben sein. Nun aber Schluss. Und festen Schrittes ging er zu den Neuteutonen. Fortan verbrechte er jeden Abenddacht und am Tage büffelte er für das mündliche Examen. Aber zur Vorsicht nicht zu Hause, sondern im Laboratorium. Wenn er heimkam, musste er sich gestehen, dass er Herzklopfen hatte. Zögernd öffnete er die Tür. Aber niemals war jemand da gewesen. Nach 14 Tagen kam ein Brief. Er hatte ihn geöffnet, bevor er es bedachte. Dann wollte er ihn ungelesen in den Schreibtisch werfen, zog ihn aber wieder hervor und griff hastig mit misstrauischen Augen hier und da eine Zeile heraus. Ich bin so unglücklich. Kennen wir. Es ist schrecklich, dass wir uns fremd geworden sind. Wenigstens siehst du es ein. Verzeih mir, was geschehen ist. Oder ist nichts geschehen? Nur gerade genug. Ich kann nicht ohne dich leben. Fängst du schon wieder an. Er schleuderte das Blatt endgültig in die Lade. Zu jenem anderen, das er in einer zuchtlosen Nacht mit Überschwänglichkeiten bedeckt und zum Glück nicht abgeschickt hatte. Einmal war ihm, als er in der Nacht nach Hause kam, als sah er ihren Schatten vorüberhuschen. In seinem Zimmer machte er kein Licht. Es regnete. Wie lange sie wohl dort gewartet hatte. Gewiss stand sie noch immer dort mit ihrer letzten Hoffnung. Er wollte das Fenster aufreißen, wich aber zurück. Am nächsten Morgen nahm er es ihr sogar übel, dass sie noch einmal gewagt hatte, ihn aus seiner Bahn zu reißen. Sie weiß doch genau, dass die Prüfung bevorsteht. Solche Gesinnungslosigkeit, hat er sie dir ähnlich. Er betrachtete sie als endgültig gesungen. Auf keinen Fall mehr das Geringste. Er beschloss noch für den kurzen Rest seines Aufenthaltes die Wohnung zu wechseln. Weit hinauf in den Norden zog er. Kurz darauf bestand er die mündliche Prüfung. Die Neuteutonen feierten ihn mit einem Frühschoppen, der bis gegen Abend dauerte. Zu Hause ward ihm dann gesagt, dass in seinem Zimmer ein Herr auf ihn warte. Göppel? Ja. Und Sie im Frack? Waren Sie vielleicht bei mir? Nein, ich habe nur meine Doktorprüfung gemacht. Ach so. Gratuliere. Danke. Wie haben Sie denn meine neue Adresse gefunden? Ihrer früheren Wirtin haben Sie sie allerdings nicht gesagt. Aber es gibt ja auch sonst noch Mittel. Nämlich, ich komme, weil es Agnes gar nicht gut geht. Morgen ist Sonntag. Kommen Sie doch mal wieder zu uns. Ja, ja, natürlich. Ich hatte es selbst schon daran gedacht. Leider muss ich nur dringend nach Hause. Unser Geschäftsführer ist krank. Ich reise morgen früh gleich ab. Sie sollten es sich überlegen, Herr Hessling. Seinen Freunden schuldet man manchmal auch was. Tja, wenn ich nur könnte. Sie können. Überhaupt können Sie alles, was hier in Frage kommt. Wieso? Denken Sie nicht, dass Agnes mich hergeschickt hat. Im Gegenteil. Aber ich habe mir überlegt, dass es doch eigentlich dumm wäre, wenn wir beide noch so lange umeinander herumgehen wollten. So wie wir uns kennen und wie ich Ihren seligen Herrn Vater gekannt habe. Und bei unserer Geschäftsverbindung und so weiter. Geschäftsverbindung? Außerdem gehe ich gar nicht um Sie herum, Herr Göppel. Na also. Dann ist ja alles in Ordnung. Unsere Branchen greifen ineinander. Und wenn Sie Ihr väterliches Geschäft ausdehnen wollen, so kommt Ihnen Agnes Mitgift sehr gelegen. Momentan kann ich zwar nur 12.000 Mark flüssig machen, aber Zellulose kriegen Sie so viel Sie wollen. Sie haben mich missverstanden, Herr Göppel. Ich denke nicht ans Heiraten. Ja. Was wollen Sie dann überhaupt? Ich will gar nichts. Sie wollen etwas, weil Sie mich besuchen. Das geht nicht, lieber Hessling. Nach dem, was nun mal vorgefallen ist. Und besonders da es schon so lange dauert. Sie wussten es also? Nicht sicher. Das hätte ich auch merkwürdig gefunden. Ich habe eben Vertrauen zu meiner Tochter gehabt. Tja, so irrt man sich. Zu Ihnen habe ich nämlich auch Vertrauen gehabt. Das heißt, Sie hielten mich für naiv? Nein! Aber ich hielt Sie nicht für den Schub, der Sie sind. Herr Göppel, geben Sie Satisfaktion. Das möchten Sie wohl. Die Tochter verführen und den Vater abschließen. Dann ist Ihre Ehre komplett. Ich habe Ihre Tochter nicht verführt. Ich habe nur getan, was Sie wollte. Aber wer sagt mir denn, dass Sie sich nicht von Anfang an mit dir verabredet haben? Dies ist eine Falle. Mein lieber Hässling. Der Teufel ist hier, lieber Hässling. Für Sie heiße ich ja Doktor. Ach so. Das ist wohl das erste Mal, dass jemand zu Ihnen Herr Doktor sagen muss. Na, auf die Gelegenheit können Sie stolz sein. Ach, wollen Sie vielleicht doch noch meine Standesehre antasten? Also, wenn Sie es durchaus hören wollen. Mein moralisches Empfinden verbietet es mir, ein Mädchen zu heiraten, das mir seine Reinheit nicht mit in die Ehe bringt. Was wollen Sie denn? Sie sind doch der Erste. Weiß ich das? Vor mir verkehrte bei Ihnen ein Herr namens Malmann. Kein Mensch kann von mir verlangen, dass ich so eine zur Mutter meiner Kinder mache. Dafür habe ich zu viel soziales Gewissen. Damit drehte er sich um, hockte nieder und legte Sachen in den Koffer, der geöffnet dastand. Hinter sich hörte er den Vater nun wirklich schluchzen. Und Diederich konnte nicht hindern, dass er selbst gerührt war. Durch die edelmännliche Gesinnung, die er ausgesprochen hatte, durch Agnes und ihres Vaters Unglück, das zu heilen ihm die Pflicht verbot, durch die schmerzliche Erinnerung an seine Liebe und all diese Tragik des Schicksals. Er hörte gespannten Herzens, wie Herr Göppel die Tür öffnete und schloss, hörte ihn über den Korridor schleichen und das Geräusch der Flurtür. Nun war es aus. Und da ließ Diederich sich vorn überfallen und weinte heftig in seinen halbgepackten Koffer hinein. Am Abend spielte er Schubert. Damit war dem Gemüt Genüge getan. Man muss stark sein. Nur nicht sentimental werden. Sentimentalität kann man nicht brauchen in dieser harten Zeit. Und bei dieser harten Zeit sah er immer die Linden mit dem Gewimmel von Arbeitslosen, Frauen, Kindern, von Not, Angst, Aufruhr und das alles gebändigt bis zum Hurra-Schreien, gebändigt durch die Macht, die allumfassende unmenschliche Macht, die mitten darin ihrer Hufe wie auf Köpfe setzte, steinern und blitzend. So muss man sein. Ich wäre ein Narr, wenn ich zu meinem Schaden etwas täte, wozu ich nicht gezwungen werden kann. Mir schenkt auch keiner was. Widerich empfand stolze Freude, wie gut er nun schon erzogen war. Die Kooperation, der Waffendienst und die Luft des Imperialismus hatten ihn erzogen und tauglich gemacht. Man hat seine Grundsätze nicht umsonst. Zu Hause netzig, daher werde ich es Ihnen zeigen. Bahnbrecher will ich sein für den Geist der Zeit. Um diesen Vorsatz auch äußerlich in seiner Person kenntlich zu machen, begab er sich am Morgen darauf zum Hoffriseur Harbi und nahm eine Veränderung mit sich vor, die er an Offizieren und Herren von Rang jetzt immer häufiger beobachtete. Sie war ihm bislang nur zu vornehm erschienen, um nachgeahmt zu werden. Er ließ, vermittelt seiner Bartbinde, seinen Schnurrbart in zwei rechten Winkeln hinaufführen. Als es geschehen war, kannte er sich im Spiegel kaum wieder. Der von Haaren entblößter Mund hatte, besonders, wenn man die Lippen herabzog, etwas katerhaft Drohendes. Und die Spitzen des Bartes starrten bis in die Augen, die Diederich selbst Furcht erregten, als blitzten sie aus dem Gesicht der Macht. So reiste er ab nach Netzig. Zu Hause empfing Frau Hässling den Sohn mit ausgebreiteten Armen und mit einem Aufschrei wie von einer Verschmachtenden, die gerade noch gerettet wird. Dann fing sie sich und weinte nur. Dann kamen noch seine beiden Schwestern und alle gaben sich die Hände und Diederich konnte sich der Tränen in den Selbstkorn erwehren. Ich werde mir immer bewusst bleiben, dass ich meinem Gott für euch Rechenschaft schulde. Und nun komm, mein Sohn. Unsere Leute erwarten dich. Kaum hatte Diederich Zeit, ein Bier zu trinken, als er sich schon an der Spitze der Seinen in die Fabrik einziehen sah. Der Hof war sauber gescheuert, den Eingang der Fabrik umrahmten Kränze und beschrieben eine Schleife um die Inschrift Willkommen und drinnen warteten die Männer und Frauen, die in der Papierfabrik seit Jahren arbeiteten. Und Södbier, der alte Buchhalter, gab einem kleinen Mädchen einen Wink, sodass es nun hervortrat, ein Gedicht aufsagte und Diederich einen Blumenstrauß überreichte. Diederich nahm mit gnädiger Miene den Strauß. Nun war es an ihm. Er wandte sich nach allen Seiten um, dann sah er den Leuten scharf in die Augen, allen nacheinander, besonders dem schwarzbärtigen Maschinenmeister, obwohl der Blick des Mannes ihm peinlich war. Leute, da ihr meine Untergebenen seid, will ich euch nur sagen, dass hier künftig forsch gearbeitet wird. Ich bin gewillt, mal Zug in den Betrieb zu bringen. In der letzten Zeit, wo hier der Herr gefehlt hat, da hat mancher von euch vielleicht gedacht, er kann sich auf die Bärenhaut legen. Das ist aber ein gewaltiger Irrtum. Ich sage das besonders für die alten Leute, die noch vor meinem seligen Vater hier dabei sind. Jetzt sah den alten Södbier an. Einer ist hier der Herr und das bin ich. Gott und meinem Gewissen allein schulde ich Rechenschaft. Ich werde euch stets mein väterliches Wohlwollen entgegenbringen. Umsturzgelüste aber scheitern an meinem unbeugsamen Willen. Sollte sich ein Zusammenhang irgendeines von euch... Er fasste den schwarzbärtigen Maschinenmeister ins Auge, der ein verdächtiges Gesicht macht. Mit sozialdemokratischen Kreisen herausstellen, so zerschneide ich zwischen ihm und mir das Tischtuch. Denn für mich ist jeder Sozialdemokrat gleichbedeutend mit Feind meines Betriebes und Vaterlandsfeind. So. Und nun geht wieder an eure Arbeit und überlegt euch, was ich gesagt habe. Er machte schroff kehrt und ging schnaufend davon. In dem Schwindelgefühl, dass seine starken Worte ihm erregt hatten, erkannte er kein einziges Gesicht mehr. Die Seinen folgten ihm, bestürzt und ehrfurchtsvoll, indes die Arbeiter einander noch lange stumm ansahen, bevor sie nach den Bierflaschen griffen, die zur Feier des Tages bereitstanden. Droben legte Dietrich vor Mutter und den Schwestern Emmy und Magda seine Pläne dar. Die Fabrik muss vergrößert werden. Ich werde das hintere Nachbarhaus dazukaufen. Man muss konkurrenzfähig werden. Der Platz an der Sonne. Darum geht es. Der alte Klüsing draußen in der Papierfabrik Gausenfeld bildet sich wohl ein, er wird ewig das große Geschäft machen. Woher willst du das Geld nehmen? Das weiß dein Bruder besser als wir. Du sagst es, Mutter. Manches Mädchen wäre glücklich, wenn sie sein Herz gewinnen könnte. Dietrich errötete. Da wagte sie ihn zu umarmen. Es wäre mir ja so ein entsetzlicher Schmerz, wenn mein Sohn, mein lieber Sohn aus dem Hause ginge. Nun kommt, nun kommt. Für eine Witwe ist es doppelt schwer. Ja, natürlich, natürlich. Die Frau Oberinspektor Däimchen kriegt es nun auch zu fühlen. Denn ihre Guste heiratet ja den Wolfgang Bock. Oder auch nicht. Denn der Wolfgang soll doch was mit einer Schauspielerin haben. Aber wo doch so viel Geld da ist. Eine Million, sagen die Leute. Ach, den Bock, den kenne ich doch. Der ist doch nicht normal. Der ist nicht normal. Das liegt doch deiner Familie. Der Alter hat doch auch schon eine Schauspielerin gehabt. Oh, herrscht. Und man sieht die Folgen. Denn von seiner Tochter erzählt man sich allerlei. Kinder. Lass nur, Mutter. Es wird Zeit, dass man der Katze die Schelle umhängt. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass die Bucks ihre Stellung hier in der Stadt schon längst nicht mehr verdienen. Das ist eine verrottete Familie. Obwohl ich vor dem Herrn Buck natürlich die größte Hochachtung habe. Er ist doch so angesehen. Warum denn? Warum eigentlich? Weil er im Jahre 48 zum Tode verurteilt wurde? Das ist ein historisches Verdienst, sagte dein Vater. Ach, Verdienst. Wenn ich nur weiß, einer ist gegen die Regierung, dann ist er für mich schon erledigt. Da hast du bestimmt recht. Ja. Und Hochverrat soll ein Verdienst sein. Diese alten Demokraten, die noch immer das Regiment führen, sind eine Schmach für Netzig. Schlapp. Unpatriotisch. Und mit der Regierung zerfallen. Ein Hohn auf den Zeitgeist. Ein Zeitgeist? Weil solche Leute uns in der Regierung vertreten, haben wir weder Bahnanschlüsse noch Militär. Kein Zuzug. Kein Betrieb. So ist das Bisse? Na ja, sicher. Und dann teilen sie untereinander die Aufträge zu. Die Papierfabrik Gausenfeld hat alle Lieferungen. Und ihr Besitzer, dieser alte Klüsing, gehört zu der Bande des alten Buck. Ja, gut, mein lieber Sohn. Ich teile ja deine Ansichten voll und ganz. Aber wenn du jetzt in der Stadt deine Besuche machst, versprich mir, dass du auch zum Herrn Buck gehst. Er ist nun mal so einflüssig. Ach. Andere wollen auch mal ran. Er schlief in dieser Nacht unruhig und war schon um sieben unten in der Fabrik, wo noch die Bierflaschen von gestern herumlagen. In dem Raum, wo die Lumpen sortiert werden. Ihr werdet nicht gesoffen. Hier ist keine Kneipe. Das sind wir. Das steht doch wohl im Reglement, was? Wir haben gar nichts. So, kein Reglement. Dann wunderten wir allerdings gar nichts mehr. Diedrich durchmaßt die Fabrikräume, als ihm unvermittelter, schwarzbärtiger Maschinenmeister begegnete. Diedrich zuckte zusammen. Fast hätte er dem Arbeiter Platz gemacht, als sie beide fast gleichzeitig in den Raum eintraten, in dem der Holländer, der die Lumpen zerschnittstammt. Ein animalischer Hass gegen den Mann stieg in ihm auf. Der Kerl ist ein freicher Hund. Er ist raus. Es war der Hass des blonden Fleisches gegen den mageren Schwarzen, den Menschen von einer anderen Rasse, die er gern für niedrige gehalten hätte und die ihm unheimlich schien. Die Walze ist falsch gestellt. Sie, Maschinenmeister, sehen Sie sich bei einer Heimel ab. Walze ist viel zu tief auf die Messer gesenkt. Sie zerschneiden mir doch das ganze Zeug. Was ist verantwortlich für den Schaden? Schaden ist keiner da. Wiedrich wusste nicht, ob der Mann nicht feigste unter seinem schwarzen Bart. Der Blick des Maschinenmeisters hatte etwas impätinent Hönisches. Ich meine, Sie verantwortlich. Was ist denn los? Walze sei zu tief. Woher denn? Das ist doch alles richtig. Das haben wir doch immer so gemacht. So, dann wird es künftig gefälligst anders gemacht. Dann wandte er sich ab und gelangte in den Lumpensaal, wo die Frauen die Knöpfe abtrennten. Sie verstummten sofort, als der neue Herr eintrat. Er musterte sie einen Augenblick, bis ein verdächtiges Geräusch ihn ablenkte. Er ging auf einen Haufen Säcke zu. Na, da hört sich doch alles auf. Raus. Komm, komm, komm. Raus, komm. Ein junger Arbeiter kroch hervor. Frauen Sie mal auf. Na, du wirst mal alt. Als endlich das Mädchen sich zeigte, stemmte er die Fäuste in die Hüften. Hier geht's ja heiter zu. Meine Fabrik ist nicht nur eine Kneipe, sondern noch etwas ganz anderes. Er tobte, dass alles zusammen lief. Na, Herr Söpier? Das ist wohl auch immer so gemacht worden. Wie kommt der Mann hier rein? Sie ist meine Braut. Braut? Hier gibt es keine Braut, hier gibt es nur Arbeiter. Ihr beide steigt mal die Arbeitszeit, die ich euch bezahle. Ihr seid Schweine, außerdem Diebe. Ich schmeiß euch raus und zeige euch Anliegen öffentlicher Unzucht. Deutsche Zucht und Sitte verlange ich hier. Verstanden? Ja, das gilt auch für Sie, Maschinenmeister. Ich werde Sie durchführen, auch wenn Sie ein Gesicht schneiden. Ich habe kein Gesicht geschnitten. Ah, Ihr Benehmen ist mir schon längst verdächtig. Sie tun Ihren Dienst nicht, sonst hätte ich die beiden Leute nicht abgefasst. Ich bin kein Aufpasser. Sie sind ein widersetzlicher Bursche, sind Sie, der die ihm unterstellten Leute an Zuchtlosigkeit gewöhnt. Sie arbeiten für den Umsturz. Wie heißen Sie überhaupt? Napoleon Fischer. Ja. Auch das noch. Sie sind Sozialdemokrat? Jawohl. Ah, das dachte ich mir. Sie sind entlassen. Und ihr Leute, merkt euch das? Dies war die erste Lektion. Er stürzte davon ins Privatkontor, wo Södbeer ihn sofort aufsuchte. Junge Herr, das geht so nicht. Hier bestimme ich. Aber der Mann ist ein Organisierter. Deswegen soll er raus. Nein, das geht nicht. Dann legen alle die Arbeit nieder. Die haben doch Furcht vor den Roten. Sogar auf die alten Leute ist dann kein Verlass. Ich schmeiß Sie alle raus. Sand und sowas. Mit Kinn und Kinn. Ja, wenn wir dann nur andere kriegen. Also Sie müssen vorsichtig sein, Herr Doktor. Bin ich in meiner Fabrik der Herr? Oder nicht? Herr Doktor. Dann wollen wir doch mal sehen. Sie brauchen dem Fischer gar nichts zu sagen. Er geht uns nicht fort. Er weiß ja, dass wir davon zu viele Scherereien hätten. So, ich brauche ihn also nicht zu bitten, dass er die Gnade hat und bleibt, der Herr Napoleon. So ein Name allein ist schon eine Provokation. Aber er soll sich zusammennehmen. Denn so viel weiß ich, dass einer von uns beiden auf dem Platz bleiben wird. Erhobenen Hauptes verließ er die Fabrik in der Überzeugung, seinen Einzug in der richtigen Weise gehalten zu haben. Im schwarzen Rock machte er sich auf, um den wichtigsten Herrn der Stadt die Aufmerksamkeit seines Besuches zu erweisen. Er wollte auf dem kürzesten Weg zum Bürgermeister Dr. Schäffelweiß. Im entscheidenden Augenblick aber, wie auf einer Verabredung, die er vor sich selbst geheim gehalten hätte, bog er dennoch in die Fleischhauergrube ein und stand wenig später vor dem alten Herrn Buck, vor dem er sich eifrig verbeugte, während ihn der weißhaarige Mann in sein Büro führte. Mein lieber Hässling, ja, willkommen denn in Netzich, mein Herr Doktor. Ich habe Sie erwartet. Sie sind sehr gütig, Herr Buck. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Danke sehr. Ja, natürlich habe ich zuerst und vor allem Ihnen, Herr Buck, meine Aufwartung machen wollen und Ihnen versichern, dass ich immer ganz... Er benahm sich wie ein guter Schüler. ...dass ich immer ganz zu Ihren Diensten stehe. Dienste? Die wollen Sie doch natürlich nicht mir leisten, sondern Ihren Mitbürgern, die es Ihnen danken werden. Zum Stadtverordneten werden Ihre Mitbürger Sie in kurzem wählen. Dafür werde ich sorgen. Und dann verlasse ich mich auf Sie, dass Sie es uns recht bald ermöglichen, Sie im Magistrat zu begrüßen. Wir brauchen wahrhaft liberale Männer. Es ist noch Raum für Sie. Ich bin selbstverständlich durchaus liberal. Ihr segeliger Vater hat mir hier oft gegenüber gesessen und besonders damals, als er die Papiermühle errichtete. Dabei konnte ich ihm zu meiner großen Freude förderlich sein. Es handelte sich um den Bach, der jetzt durch Ihren Hof fließt. Ach, wie oft, Herr Buck, hat mein Vater mir erzählt, dass er den Bach, ohne den wir ja gar nicht existieren könnten, nur Ihnen verdankt. Nein, nein, nicht mir, sondern den gerechten Zuständen unseres Gemeinwesens, an denen aber gewisse Leute und eine gewisse Partei manches ändern würden, sobald Sie könnten. Der Feind steht vor dem Tor. Es heißt zusammenhalten. Ja, sind Sie nicht, mein werter Herr Doktor, in einer Indienlage wie damals Ihr Vater? Sie wollen sich vergrößern. Sie haben Pläne. Allerdings, ja. Es muss allerhand geschehen. Der ganze Betrieb ist veraltet und zu klein. Ich sehe so viel, dass der Umbau Ihnen nicht nur Kosten, sondern auch Schwierigkeiten mit der städtischen Baupolizei verursachen wird, mit der ich übrigens im Magistrat zu tun habe. Ich kann wohl dafür sorgen, dass keine erschwerenden Umstände eintreten. Sehen Sie, wir dienen dem Großen Ganzen, wenn wir jedem unserer Freunde vorwärts helfen, denn die Freunde einer Volkspartei sind alle, außer den Tyrannen. Nach diesen Worten lehnte sich der alte Buck tiefer in den Sessel und faltete die Hände. Dein Großvater blickte er jetzt rein. Als Kind hatten Sie schon schöne blonde Locken. Ich weiß noch, wie ich in Ihrem Haus mit Ihrem Herrn Sohn Wolfgang Soldaten spielte. Ja, ja, ja. Ja, und jetzt spielt er wieder Soldat. Oh ja, er ist ja auch sehr beliebt bei den Offizieren. Er hat es mir gesagt. Ich wünschte, mein lieber Hässling, er hätte mehr von Ihrer praktischen Veranlagung. Er wird schon ruhiger werden, wenn ich ihn erst verheiratet habe. Also, ich glaube, dass Ihr Herr Sohn etwas Geniales hat. Naja, daher ist er mit nichts zufrieden. Er weiß nicht, ob er ein General werden soll oder sonst ein großer Mann. Vorläufig macht er leider nur dumme Streiche. Oh, dumme Streiche? Er ist sehr klug. Also, was er mir neulich über unseren Kaiser gesagt hat, nämlich, dass seine Majestät eigentlich gern der erste Arbeiterführer wäre. Da vorbewahre Gott die Arbeiter. Wieso? Weil es den Arbeitern schlecht bekommen würde. Und anderen ist es auch nicht gut bekommen. Naja, aber wir haben doch, dank den Hohenzollern, das einige deutsche Reich. Wir haben es nicht. Ihr wähnt euch einig, weil die Pest der Knechtschaft sich verallgemeinert. Das hat Herrweg, ein Überlebender wie ich, im Frühjahr 71 den Siegestrunkenen zugerufen. Was würde er heute sagen? Ach ja, Sie sind ja ein 48er. Mein lieber junger Freund, Sie wollen sagen, ein Narr und ein Besiegter. Ja, wir sind besiegt worden, weil wir närrisch genug waren, an dieses Volk zu glauben. Wir glaubten, es würde alles das selbst vollbringen, was es jetzt für den Preis der Unfreiheit von seinen Herren entgegennimmt. Wir dachten es mächtig, reich, voll Einsicht in seine eigenen Angelegenheiten und der Zukunft ergeben. Wir sahen nicht, dass es ohne politische Bildung, deren es weniger hat als alle anderen, bestimmt sei, nach seinem Aufschwung den Mächten der Vergangenheit anheimzufallen. Schon zu unserer Zeit gab es allzu viele, die unbekümmert um das Ganze ihren Privatinteressen nachjagten und zufrieden waren, wenn sie in irgendeiner Gnadensonne sich wärmend den unedlen Bedürfnissen eines anspruchsvollen Genusslebens genügen konnten. Seitdem sind sie Legion geworden, denn die Sorge um das öffentliche Wohl ist ihnen abgenommen. Zur Großmacht haben eure Herren euch schon gemacht. Und indes ihr Geld verdient, wie ihr könnt, und es ausgebt, wie ihr mögt, werden sie euch oder vielmehr sich auch noch die Flotte bauen, die wir damals uns selbst gebaut haben würden. Unser Dichter damals wusste, was ihr jetzt lernen sollt. Und in den Furchen, die Kolumb gezogen, geht Deutschlands Zukunft auf. Äh, naja, Bismarck hat, hat eben wirklich etwas getan. Das ist es gerade, dass er es hat tun dürfen. Dabei hat er alles nur faktisch getan, formell aber im Namen seines Herrn. Na, waren wir Bürger von 48 Ehrlicher, das darf ich sagen, denn ich habe damals selbst bezahlt, was ich gewagt hatte. Ja, ich weiß wohl, Sie sind zum Tode verurteilt worden. Ich bin verurteilt worden, weil ich die Souveränität der Nationalversammlung gegen eine Partikularmacht verteidigte und das Volk, das sich in Notwehr befand, zum Aufstand führte. So war in unseren Herzen die deutsche Einheit. Sie war eine Gewissenspflicht, die eigene Schuld jedes Einzelnen, für die er einstand. Nein, wir huldigten keinem Schöpfer der deutschen Einheit. Als ich damals besiegt und verraten hier oben im Hause mit meinen letzten Freunden die Soldaten des Königs erwartete, da war ich ein Mensch, der selbst am Ideal schuf. Einer aus vielen, aber ein Mensch. Und wo sind Sie heute? Dietrich war es schwül. Er fühlte, dass er zudem allen nicht länger schweigen dürfe. Ja, das deutsche Volk ist eben Gott sei Dank nicht mehr das Volk der Denker und Dichter. Es strebt modernen und praktischen Zielen zu. Wir sollten Respekt haben vor unserer Vergangenheit, junger Mann, auch wenn wir besiegt worden sind. Zweifellos. Ja, und dann, Sie sind immer noch der mächtigste Mann in der Stadt. Lieber Hässling, wir werden jeden Tag heftiger bedrängt von der Regierung und ihren jungkolligen Auftraggebern. Heute will man uns zwingen, den Gutsbesitzern, die uns keine Steuern zahlen, unser Licht zu geben. Morgen werden wir ihnen Straßen bauen müssen. Zuletzt geht es um unsere Selbstverwaltung. Sie werden sehen, wir leben in einer belagerten Stadt. Ich meine, so schlimm kann es ja wohl nicht sein, denn unser Kaiser ist doch eine so moderne Persönlichkeit. Ja. Der alte Buck zog es vor zu schweigen. Er reichte Dietrich die Hand. Mein lieber Doktor, Ihre Freundschaft wird mir gerade so wertvoll sein, als die Ihres Vaters mir waren. Nach unserer Unterredung habe ich die Hoffnung, dass wir in allem einig gehen werden. Ich bin ein durchaus liberaler Mann. Also, vor allem warne ich Sie vor dem Regierungspräsidenten von Vulko. Er ist der Feind, der uns hier in die Stadt gesetzt worden ist. der Magistrat unterhält nur die unumgänglichen Beziehungen zum Präsidenten. Ich selbst habe die Ehre, von dem Herrn nicht gegrüßt zu werden. Oh, es ist mir recht. Ich hoffe, ich sehe Sie bald wieder. Aber warten Sie. Er trat eilig zu seiner Bibliothek, bückte sich und tauchte aus seiner staubigen Tiefe mit einem kleinen, fast quadratischen Buch auf. Da, nehmen Sie. Er steckte es Diederich rasch zu, verstohlenen Glanz in seinem Gesicht, das errötet war. Es sind meine Sturmglocken. Man war auch Dichter damals. Und er schob Diederich sanft hinaus. Die Fleischhauergrube stieg beträchtlich an, aber Diederich schnaufte nicht nur deshalb. Nachdem er zunächst nur eine gewisse Betäubung empfunden hatte, stellte sich allmählich das Gefühl heraus, dass er sich habe verblüffen lassen. So ein alter Schwätzer ist doch bloß noch eine Vogelscheuche und mir imponiert er. Werde ich denn ewig so weich bleiben? Ein anderer hätte sich nicht so behandeln lassen. Auch konnte es peinliche Folgen haben, dass er zu so vielen kompromittierenden Reden geschwiegen hatte. Jedenfalls habe ich nur Matt widersprochen. Na, das nächste Mal. Das Ganze war eine Falle. Er hat mich einfangen und unschädlich machen wollen. Von wegen. Der soll schon sehen. Diederich ballte die Faust in der Tasche und ging stramm weiter und legte sich Antworten zurecht, die er dem alten Buck das nächste Mal geben wollte. Vorläufig muss man sich noch mit ihm verhalten, aber wehe, wenn ich der Stärkere bin. Und indem er überlegte, wie man nun den Vorzug seines Besuches geben sollte, schmiedete er Pläne zum Wohle der Stadt, des Vaterlandes und des Kaisers und zu seinem eigenen Nutzen. So ging er stramm durch die Kaiser-Wilhelm-Straße zum Herrn Bürgermeister Dr. Scheffelweiß. Das Haus des Bürgermeisters war mit Ölfarbe neu gestrichen und die Spiegelscheiben glänzten wie je. Ein nettes Stubenmädchen empfing Diederich über eine Treppe mit einem freundlichen Knaben aus Biskuit, der eine Lampe trug und durch ein Vorzimmer, worin fast vor jedem Möbel ein kleiner Teppich lag, war Diederich in das Esszimmer geführt. Es war aus hellem Holz mit appetitlichen Bildern, zwischen denen der Bürgermeister und noch ein Herr beim zweiten Frühstück saßen. Oh, störe ich die Haare? Nein, nein. Willkommen in Netzig, Herr Dr. Hässling. Dr. Scheffelweiß reichte Diederich seine weißliche Hand hin und musterte ihn über den Klemmer weg. Trotzdem wusste man nie genau, ob er einen ansah. So unbestimmt war der Blick seiner Augen. Die farblos Schienen wie das Gesicht und die seitwärts fliehenden dünnen Bartkoteletten. Einerseits... Der Bürgermeister setzte mehrmals zum Sprechen an. Andererseits... endlich etwas fand, das man auf alle Fälle sagen konnte. Schöne Schmisse, nicht wahr? Finden Sie nicht, Herr Assessor? Der andere Herr legte Diederich zunächst große Zurückhaltung auf, denn er sah stark jüdisch aus. Herr Dr. Hässling, Besitzer der Papierfabrik hier in Netzig. Angenehm. Herr Assessor Jadasson. Sehr erfreut. Von der Staatsanwaltschaft. Das machte allerdings eine vollwertige Begrüßung nötig. Freue mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen. Setzen Sie sich gleich zu uns. Wir fangen gerade an. Er schenkte Dietrich Porter ein. Danke sehr. Und legte ihm Lachsschinken vor. Meine Frau und meine Schwiegermutter sind ausgegangen. Die Kinder in der Schule, dies ist die Stunde des Junggesellen. Prost. Zum Wohl. Prost. Der jüdische Herr von der Staatsanwaltschaft hatte vorläufig nur für das Stubenmädchen Augen. Ich darf annehmen, Herr Dr. Hässling. und sie neben ihm am Tisch zu tun hatte, war seine Hand verschwunden. Mein Haus liegt ja nicht in nächster Nachbarschaft des Ihren und so würde ich es durchaus begreiflich finden, wenn Sie vor mir einige andere Herren aufgesucht hätten. Dietrich errötete schon für die Lüge, die er noch nicht ausgesprochen hatte und weil doch nun alles herauskommen würde. Tatsächlich habe ich mir erlaubt. Das heißt, natürlich war mein erster Weg zu Ihnen, Herr Bürgermeister. Nur, Sie verstehen, im Andenken an meinen Vater, der eine so große Verehrung von den alten Herrn Buck hatte. Begreiflich. Sie werden verstehen, eingefleischter Respekt, wie man so schön sagt, noch aus den Kindertagen, sozusagen. Der Herr von der Staatsanwaltschaft, auf dessen ungeheure, rote und weit abstehende Ohren Diederich schreckerfüllt blickte, ließ den Hilflosen stammeln, wie einen Angeklagten, der sich verfing. Der Respekt in gewissen Fällen ist dazu da, dass man sich ihn abgewöhnt. So ist es. Herr Assessor Dr. Jaders und ist nun einmal geistreich, was ich persönlich ganz besonders an ihm schätze. Ich bitte Sie. In meiner Stellung freilich bin ich genötigt, die Dinge objektiv und voraussetzungslos zu betrachten. Und da muss ich sagen, einerseits... Kommen wir gleich zum andererseits. Für mich als Vertreter einer staatlichen Behörde wie als überzeugten Anhänger der bestehenden Ordnung sind dieser Herr Buck und sein Genosse, der Reichstagsabgeordnete Kühlemann, nach ihrer Vergangenheit Ungesinnung einfach umstürzler und damit fertig. Nun ja... Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube. Ich halte das nicht für Deutsch. Volksküchengründen, meinetwegen. Aber das beste Futter für das Volk ist eine gute Gesinnung. Eine Idiotenanstalt mag auch ganz nützlich sein. Aber nur eine Kaisertrolle. Meine Herren, ich bitte Sie, wenn wir uns denn aussprechen sollen, so ist es gewiss richtig, dass bei aller bürgerlichen Hochschätzung der genannten Herrn andererseits doch... Die tiefe Bedauern zurückbleibt über unsere leider so ungünstigen Beziehungen zu den Vertretern der Staatsregierung. Wenn ich auch zu bedenken bitte, dass die ungewöhnliche Schärfe des Herrn Regierungspräsidenten von Vulko gegenüber den städtischen Behörden... Er ging über schlecht gesinnten Körperschaften. Also ich bin ein durchaus liberaler Mann, aber das muss ich sagen... Eine Stadt, die sich den berechtigten Wünschenden der Regierung verschließt, darf allerdings nicht darüber erstaunen, dass er die kalte Schulter gezeigt hat. Einerseits... Von Berlin nach Netzig könnte man in der halben Zeit fahren, wenn wir besser mit den Herren da oben stehen. So ist es! Der Bürgermeister ließ ihr Duett beenden. Er war bleich und hielt unter dem Klemmer die Lieder gesenkt. Plötzlich sah er sie an mit einem dünnen Lächeln. Meine Herren, bemühen Sie sich nicht. Ich weiß, dass es eine zeitgemäßere Gesinnung gibt, als die von den städtischen Behörden bekundete. Glauben Sie bitte, dass es nicht mein Verschulden war, wenn an seiner Majestät gelegentlich ihrer letzten Anwesenheit in der Provinz während der vorjährigen Manöver kein Huldigungstelegramm geschickt worden ist. Die Weigerung des Magistrats war durchaus undeutsch. Das nationale Banner muss hochgehalten werden. Meine Herren, ich weiß das alles, aber ich bin nur der Vorsitzende des Magistrats und muss leider seine Beschlüsse ausführen. Ändern Sie die Verhältnisse. Herr Dr. Jadasson, Sie erinnern sich doch noch an unseren Streit mit der Regierung wegen des sozialdemokratischen Lehrers Rettich. Ja, ja, ja. Ich konnte den Mann nicht maßregeln. Herrn von Vulko ist bekannt, dass sie es sonst getan haben würde. Jetzt konnte Diedrich nicht länger an sich halten. Die Vorfrucht der Sozialdemokratie ist der Liberalismus. Solche Leute wie Buck und Kühlemann machen unsere Arbeiter frech. Mein Betrieb legt mir die schwersten Opfer an Arbeit und Verantwortung auf. Und dann habe ich noch Konflikte mit meinen Leuten. Und warum? Warum? Weil wir nicht einig sind gegen die rote Gefahr. Und weil es gewisse Arbeitgeber gibt, die im sozialistischen Fahrwasser schwimmen. Wie zum Beispiel dieser Herr Lauer. Schwiegersoll des Herrn Buck. Dann stellen Sie sich doch mal vor, was seine Fabrik einbringt, daran beteiligt der Herr Lauer seine Arbeiter. Das ist unmoralisch, denn es untergräbt die Ordnung. Und ich stehe auf dem Standpunkt, in dieser harten Zeit haben wir Ordnung nötiger denn je. Jawohl. Und darum brauchen wir ein festes Regiment wie unser herrlicher junger Kaiser. Richtig. Ich erkläre, dass ich in allem fest zu seiner Majestät stehe. Bravo. Hier machten die beiden anderen Herren eine Verbeugung, die Diedrich entgegennahm, indem er blitzte und weiter das volle Bekenntnis seiner scharfen und schneidigen Gesinnung ablegte. Mit dem alten freisinnigen Schlendrian muss auch in Netzig von Grund aus aufgeräumt werden. Jetzt kommt eine neue Zeit, meine Herren. Jadasson und der Bürgermeister hörten still zu, bis Diedrich alles herausgesagt hatte. Jadassons Ohren wurden dabei noch größer. Auch in Netzig gibt es kaisertreue Deutsche. Die aber, die es nicht sind, werden wir uns einmal näher ansehen. Es wird sich nämlich zeigen, ob gewissen Familien die Stellung, die sie einnehmen, noch zukommt. Vom alten Buck ganz zu schweigen. Wer sind denn seine Leute? Sehen Sie sich doch mal an, die Söhne verbauert und verbummelt. Ein Schwiegersohn der Sozialist ist und die Tochter soll ja... Naja. Man sah einander an, der Bürgermeister rötete sich vor Vergnügen, konnte er sich nun nicht mehr halten. Ja, wir wissen doch gar nicht, dass der Bruder des Herrn Buck pleite ist. Das soll mich nicht wundern, der mit seinen fünf eleganten Töchtern. Vorsitzender, in der Harmonie. Ja, aber zu essen bekommen Sie aus der Volksküche. Ja, eben. Darauf schenkte der Bürgermeister nochmals Schnäpse ein und reichte Zigarren. Er zweifelte plötzlich nicht mehr, dass ein Umschwung bevorstehe. In anderthalb Jahren sind die Neuwahlen zum Reichstag. Bis dahin werden die Herren arbeiten müssen. Also betrachten wir drei uns schon jetzt als das engere Wahlkomitee. Ich halte es für notwendig, dass wir zunächst einmal Fühlung mit dem Herrn Regierungspräsidenten Wohlkuh nehmen. Streng vertraulich natürlich. Bedauerlich ist vor allem, dass die Netziger Zeitung, das größte Organ der Stadt, sich im freisinnigen Fahrwasser bewegt. Ah, so ein Judenglad. Das regierungstreue Kreisblatt hat dagegen überhaupt keinen Einfluss. Aber der alte Klüsing von der Papierfabrik Gausenfeld liefert an beide Blätter das Papier. Da ließe sich schon etwas dran ändern. Schließlich gibt es ja noch eine Papierfabrik in Netzich. Nicht wahr, lieber Herr Dr. Hessling? Die gnädige Frau wird gleich kommen. Aha. Ich muss den Tisch decken. Ja, trink mir mal aus, meine Herren. Und die Frau Hauptmann. Ja, selbstverständlich. Bei der Nennung dieses Titels erhob der Bürgermeister sich sofort. Wie er seine Gäste hinausgeleitete, hielt er den Kopf gesenkt und war trotz der genossenen Schnäpse ganz Milchfarben. An der Haustür, ja, das Sohn war schon auf der Straße, zog er Diederich am Ärmel. Mein lieber Herr Doktor, Sie haben mich doch richtig verstanden. Bei alledem habe ich natürlich einzig das Interesse der Stadt im Auge. Ist doch klar. Mir liegt es selbstverständlich ganz fern, irgendetwas zu unternehmen, worin ich mich nicht einig weiß, mit den Körperschaften an deren Seite zu stehen, ich die Ehre habe. Aber Herr Bürgermeister, selbstverständlich. Auch mir liegt daran, verehrter Herr Bürgermeister, Missverständnissen vorzubeugen. Ich darf daher wiederholen, dass ich ein durchaus liberaler Mann bin. Aber davon bin ich überzeugt, lieber Herr Doktor, davon bin ich überzeugt. So verließ Diederich ein wenig erleichtert das Haus, denn sein offenes Bekenntnis drückte ihn doch sehr. Draußen erwartete Jarders Sohn ihn grinsend. Sie haben wohl Angst gehabt? Lassen Sie nur. Mit unserem Stadtoberhaupt kompromittiert sich niemand. Er ist immer wieder liebe Gott mit den stärksten Bataillonen. Heute wollte ich nur feststellen, wie weit er sich schon mit Herrn von Vulko eingelassen hat. Es steht nicht übel. Wir können uns ein Stück vorwagen. Vergessen Sie bitte nicht, dass ich in der netziger Bürgerschaft zu Hause und natürlich auch liberal bin. Ja, das ist unser ein von der Seite an. Neuteutonia? Was? Sie auch? Wie geht es denn meinem alten Freund Wiebel? Was, Sie kennen Wiebel? Er war mein Leitbursch. Kennen? Ich hab mit ihm gehangen. Sie schütteten einander kraftvoll und lange die Hände. Na dann! Na also! Und Arm in Arm gingen sie in den Ratskeller Mittagessen. Bis die Suppe kam, machten sie alte Kommilitonen ausfindig. Dann waren sie wieder beim alten Thema. Sie waren sich einig darin, dass der neue nationale Geist, für den es die Stadt zu erobern galt, kein anderes Programm brauche, als den Namen seiner Majestät. Die politischen Parteien sind alter Trödel, wie seine Majestät selbst gesagt hat. Jawohl. Ich kenne nur zwei Parteien, als seine Majestät gesagt. Die für mich und die wider mich. Und so ist es auch. Hier in Netzlich überwiegt leider noch die Partei, die gegen seine Majestät ist. Aber das wird sich bald ändern, und zwar vermittels des Kriegervereins. Ich werde Sie mit den leitenden Persönlichkeiten des Kriegervereins bekannten. Möchte ich Sie sehr drum bitten. Vor allem sollten wir Pastor Zillig besuchen. Ein Korbruder von mir. Ein echt deutscher Mann. Ich möchte Sie bitten, mit mir auf sein Wohl anzustoßen. Aber sehr gern. Auf unseren verehrten Pastor Zillig. Möchte bei dieser Gelegenheit auch meinem Hauptmann einen Schluck des Gedenkes finden. Ich ziehe mit. Auf Ihren Hauptmann. Ah, das war ein Mann. Ein strenger Vorgesetzter, aber er ist mein bester Freund geworden. Das Dienstjahr ist doch das Jahr, das ich aus meinem Leben am wenigsten missen möchte. Und solche erhebenden Erinnerungen möchten diese Demokraten uns verekeln. Dieser alte Buck. Am Dienen will solch ein Mensch uns hindern. Er sagt, wir sind Knechte, weil er mal Revolution gemacht hat. Das ist ja schon nicht mehr wahr. Warum sollen wir uns wohl alle zum Tode verurteilen lassen? Hätten Sie doch wenigstens geköpft? Die hohen Zollern sollen uns schlecht bekommen sein. Ihm sicher. Aber ich stelle fest, dass ich all seinen lästerlichen Unfug nur angehört habe, um mich darüber zu unterrichten, wer das Geist des Kinder ist. Ich nehme Sie zum Zeugen, Herr Assessor. Wenn der alte Intrigant jemals behaupten sollte, dass ich sein Freund bin und seine infamen Majestätsbeleidigungen gebilligt habe, dann nehme ich Sie zum Zeugen, dass ich gleich heute protestiert habe. Diederich brachte Schweiß aus, denn er dachte an die Sache mit der Baukommission und an den Schutz, den er bei ihr durch Buchs Vermittlung genießen sollte. Hier, sehen Sie sich das mal an. Dichten tut er auch. Unvermittelt warf er das Buch auf den Tisch, das der alte Buck ihm beim Abschied zugesteckt hatte. Turnerlieder aus der Gefangenschaft. Ein Hoch auf die Republik. Am Weiher lag ein Jüngling, trübselig anzuschauen. Stimmt, so waren die. Sträflinge versorgen und dann in Grundlagen rütteln. Ja, ja, ja. Sentimentaler Umsturz. Gesinnung verdächtig und Haltung schlapp. Da stehen wir Gott sei Dank anders. Das wollen wir hoffen. In der Verbindung haben wir Mannhaftigkeit und Idealismus gelernt. Das genügt. Da erübrigt sich das Dichten. Hier, hören Sie mal zu, was er hier schreibt. Ja? Fort mit den Altarkerzen. Ja, ja. Das ist etwas für meinen Freund Sillig. Wir können übrigens losgehen. Jetzt hat er sein Schläfchen hinter sich. Sie fanden den Pastor beim Kaffee. Ah, Besuch. Bitte, geht einstweilen hinaus. Er wollte Frau und Tochter so gleich hinausschicken, aber Diederich bat die Damen dringend zu bleiben. Das ist doch viel netter in Gesellschaft der Damen. Ach, selbstverständlich. In Berlin war das immer so. Aber hier in Netzig ist man sicher viel weiter zurück. Oh, ich war auch schon in Berlin. Ja, das sieht man. Das sieht man. Mein Ehrenwort, weniges Fräulein, Sie sind hier die Erste, die ruhig unter den Linden spazieren gehen könnte und kein Mensch würde merken, dass Sie aus Netzig sind. Dann siehst du es, mein Kind. Wo waren Sie denn überall in Berlin? Oh, überall. Sogar bei Ronacher. Ach, was? Bei Ronacher? Dann kennen Sie doch sicherlich auch das lustige Couplet. Ja, aber das kann ich Ihnen nur ins Ohr sagen. Gestatten Sie, unsere lieben, süßen Damen zeigen alles, was Sie hatten. Oh, Herr Doktor. Und da sie einen dreisten Seitenblick warf, streift er mit dem Bart ihren Hals. Oh, Sie reizender kleiner Käferseher. Sie flüchtete mit geschlossenen Augen zu ihrer Mutter, die alles überwacht hatte. Wenn ich es Ihnen sage, mein lieber Herr Assessor, am Sonntag Jubilate, verstehen Sie wohl, am Sonntag Jubilate, habe ich vor dem Küster und drei alten Damen aus dem Jungfrauenstift predigen müssen. Die anderen hatten Influenza. Der Herr Pfarrer war sogleich mit Jadasson in ein Gespräch über den Kirchenbesuch vertieft. Bei der feindlichen Haltung, die die herrschende Partei den kirchlichen und religiösen Dingen gegenüber einnimmt, muss man sich über die drei alten Damen wundern. Warum besuchen Sie nicht lieber die freisinnigen Vorträge des Dr. Matt Heuteufel? Da schnellte der Pastor vom Stuhl. Herr Assessor! Sein Bart schien aufzuschäumen und sein Gehrock warf wilde Falten. Dieser Mensch ist mein Schwager und die Rache ist mein, spricht der Herr. Aber obwohl dieser Mensch, dieser Heuteufel, mein Schwager und meiner leiblichen Schwester Mann ist, kann ich den Herrn nur anflehen, dass er von seinem Rachestrahl Gebrauch mache. Sehr richtig. Denn sonst würde er eines Tages genötigt sein. Pech und Schwefel auf ganz Netz sicher niederreden. Jawohl, Herr Pastor, jawohl. Kaffee, verstehen Sie? Kaffee gibt Heuteufel den Leuten umsonst, damit sie kommen und ihre Seele von ihm einfangen lassen. Und dann erzählt er Ihnen, die Ehe sei kein Sakrament, sondern ein Vertrag. Unverfremdheit. Als ob ich mir einen Anzug bestelle. Pfui! Dietrich war empört. Aber in dem Jahr, dass so einen Pastor seines positiven Christentums versicherte, begann Dietrich schon wieder im Schutz eines Sessels, sich Käthchen handgreiflich zu nähern. Fräulein Käthchen, ich kann Ihnen auf das Bestimmteste erklären, dass für mich die Ehe tatsächlich ein Sakrament ist. Schämen Sie sich, Herr Doktor. Ach, machen Sie doch nicht solche Augen. Sie sind schrecklich raffiniert. Wahrscheinlich sind Sie auch nicht besser als der Herr Assessor Jadasson. Ihre Schwestern haben mir schon erzählt, was Sie in Berlin alles angestellt haben. Was? Es sind doch meine besten Freundinnen. Oh, dann werden wir uns doch bald wiedersehen. Ja, in der Harmonie. Aber Sie brauchen nicht zu denken, dass ich Ihnen irgendetwas glaube. Sie sind ja mit Guste Daimchen zusammen aus dem Zug gestiegen. In der Tat hat er im Zug von Berlin Guste Daimchen getroffen, Wolfgang Buchs Verlobte. Was ihn aber nicht gehindert hat, es bei ihr zu versuchen. Sie hat ihn mit einer kräftigen Ohrfeil gebelohnt. Und ich weiß noch mehr. Es war doch eine rein zufällige Begegnung. Sie ist doch verlobt. Ach die, die geniert das nicht. Sie ist so grässlich Kokett? Oh ja, das ist sie. Gerade heute habe ich sie gesehen in Lackschuhen und lila Strümpfen. Das verspricht nichts Gutes. Na, und die Erbschaft? Dieser Zweifel machte, dass Diederich sofort verstummte. Es wäre ganz in meinem Sinne, Herr Pastor, wenn wir die Lage der christlichen Kirche netzig einmal ausführlich erörtern würden. Ja, das fände auch ist sehr wichtig, Herr Pastor. Sehr wohl, einverstanden. Lassen Sie uns einen kleinen Rundgang durch unsere Stadt machen und dabei überlegen, wie wir diesen Missständen beikommen. Er ließ sich Mantel und Hut bringen und ging mit Jadasson voran die Treppe hinunter, während Diederich, da es dort schon dunkel war, noch einmal Käthchens Hals überfiel. So mit dem Bart kitzeln tut keiner in der Zähne. Jadasson, dessen großen Ohren nichts entgangen war, nahm Diederich vor dem Haus beim Arm und zwinkerte aufdringlich. Nur Mut. Der Halter hat nichts gemerkt und die Mutter tut so. An der Marienkirche vorüber wollten die drei Herren den Markt erreichen. Der Pastor blieb aber stehen. Die Herren wissen wohl, wie die Gasse dort neben der Kirche heißt, links unter dem Bogen oder vielmehr ein gewisses Haus darin. Klein Berlin. Kommen Sie nur weiter. Neben meiner Kirche Klein Berlin. Solch ein Haus. Und der Magistrat will mich nicht hören. Diederich sah in dessen vom Rathaus her Guste Daimchen nahm. Er neigte formvoll den Hut vor ihr und sie lächelte schnippisch. Ihm fiel auf, dass Käthchen Zillig gerade so weißblond war und auch diese kleine, frech eingedrückte Nase hatte. Guste freilich zeichnete sich durch eine handliche Breite aus. Und die lässt sich nichts gefallen. Im Zug hat sie mir gleich eine Ohrfeige gegeben. Er wandte sich um nach Guste. Von hinten war sie außerordentlich rund und wackelte. In diesem Augenblick war es für Diederich entschieden. Die oder keine. Die beiden anderen Herren hatten Guste nachträglich auch bemerkt. Unsere Bethlehem-Stiftung für gefährdete Jungfrauen wartet noch immer auf die Zuwendung der Guten. Ob Fräulein Daimchen zu den Guten gehört? Die Leute sagen, sie habe eine Million geerbt. Ich halte das für weit übertrieben. Oh nein, 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 ich kenne die Verhältnisse. Ihr verstorbener Onkel, den sie allein beerbte, hat mit Sichorie gehandelt. Nur daran wird viel Geld verdient. Na, ich werde mal nachforschen. Mit das Gericht. Übrigens fällt das Geld doch nur an die Buchs. Wir sagen, an den Umsturz. Also, Fräulein Daimchen und ich, wir, wir sind zusammen aus Berlin hier angekommen. Ach so? Ja, darf man gratulieren? Nein, nein. Entschuldigen Sie, man möchte nicht indiskret sein. Ich habe nur geglaubt, der junge Buck... Ach, Wolfgang? Nein, nein, mit Wolfgang war ich täglich in Berlin zusammen. Der, äh, der lebt dort mit einer Schauspielerin. Also, das, äh, man sollte es nicht glauben. Inzwischen bogen sie in die Kaiser Wilhelmstraße und hatten verschiedene Herren zu grüßen, die eben das Haus der Loge betraten. Sie zogen tief ihre Hüte. Man wird sich die Herrschaften merken müssen, die den freimaurerischen Unfug noch mitmachen. Jawohl. Seine Majestät missbilligt ihn entschieden. Von meinem Schwager Heuteufel wundert mich selbst das gefährliche Sektenwesen nicht. Herr Assessor, ja, also... Nun, und der Herr Lauer, der Schwager des Alten Buck, ein Mensch, der sich nicht entblödet, seine Arbeiter am Gewinn zu beteiligen. Und dem ist doch alles zuzutrauen. Ja, und das Unerhörteste ist doch, dass der Landgerichtsrat Fritsche sich in dieser Judengesellschaft zeigt. Ein königlicher Landgerichtsrat, Arm in Arm mit dem Bucherakon. Na, und da er mit der Frau Lauer, äh, na ja, da begreift man doch, dass diese Leute immer Recht bekommen vor Gericht. Sie halten zusammen und schmieden Ränke. Nun, glücklicherweise, sieht ihn Herr von Vulko gerade in die Fenster hinein. Und er nickte beifällig zu dem Gebäude der Regierung hinüber. Gleich daneben, vor dem Bezirkskommando, ging ein Wachtposten auf und ab. Ach, da lacht einem doch das Herz, wenn man das Gewehr so eines braven Burschen blinken sieht. Damit halten wir die Bande in Schach. Das Gewehr blinkte freilich nicht, denn es war dunkel. Sie beschlossen bei Klapsch einen Dämmerschoppen zu halten. Dort war es gemütlich und Klapsch war ein Gutgesinnter. Sobald sie ihr Bier vor sich auf dem Tisch hatten, schlug Diederich die Gründung eines christlichen Arbeitervereins vor. Wer von meinen Leuten nicht rein will, der fliegt raus. Ich sehe, die Kirche kann wieder Hoffnung schöpfen. Prost, meine Herren. Prost, meine Herren. Mein Schwager Häuteufel soll so viel von der Affenverwandtschaft predigen, wie er will. Ich kriege meine Kirche doch wieder vor. Jawohl, Herr Pastor. Jawohl. In Berlin ist die Religion auch längst wieder aktuell. Von seiner Majestät Frömmigkeit kann sich jeder überzeugen. Es hat geknallt. Der Umsturz. Es geht los. Auf einmal griffen alle nach ihren Hüten und rannten hinaus. Die Leute, die sich schon angesammelt hatten, hielten in einem scheuen Bogen von der Ecke des Bezirkskommandos bis an die Treppe der Freimaurerloge. Drüben, wo der Kreis offen stand, lag jemand, das Gesicht nach unten, mitten auf der Straße. Und der Soldat, der vorhin so munter auf und ab gegangen war, stand jetzt unbeweglich vor seinem Schilderhaus. Der Helm hatte sich ihm verschoben. Man sah, dass er bleich war, den Mund offen hatte und auf den Gefallenen hin stierte, in das er sein Gewehr beim Lauf hielt und es am Boden schleppen ließ. Im Publikum, zumeist Arbeit und Frauen aus dem Volk, war dumpf gemurrt. Die Stille wurde bedrohlich. Oho! Die Straße herunterlief jetzt ein Schutzmann und fuhr ihm her ein Mädchen, dessen Rock wehte. Da liegt er, da, der Soldat hat geschossen. Hier, der Soldat war's, er hat geschossen. Sie warf sich auf die Knie, sie rüttelte dem Mann. Steh auf, Karl, Karl. In seinen Füßen schien es zu zucken, aber er blieb liegen, Arme und Beine über das Pflaster gestreckt. Es gelte, dass alle aufhielten. Mehrere Männer stürzten vor, die Fäuste gebellt. Die Ansammlung war dichter geworden und das Geschrei des Mädchens ging bald unter im Lärm der wachsenden Menge. Zurück! Weitergehen! Der einzige Schutzmann reingte mit ausgebreiteten Armen die Menge zurück. Sie trat sonst auf den Liegenden, aber er schrie vergebens gegen sie an und sah sich in der Luft nach Hilfurm. Und sie kam. Im Regierungsgebäude ging ein Fenster auf, ein großer Bart erschien. Zurück da! Weitergehen! Wer diese furchtbare Stimme nicht verstand, hörte sie doch durch einen Aufruhr dröhnen wie fernen Kanonendonner. Wohlkopf! Na endlich! Ich verbitte mir das! Wer erlaubt sich hier von meinem Hause Lärm zu machen? Und es war ruhiger. Wo ist der Posten? Der Soldat hatte sich in sein Schilderhaus zurückgezogen. Komm heraus, mein Sohn. Du hast deine Pflicht getan. Er hat dich gereizt. Für deine Tapferkeit wird seine Majestät dich belohnen. Verstanden? Alle hatten ihn verstanden und waren verstummt, sogar das Mädchen. Zerstreut euch sofort! Sonst lasst ihn schießen! Eine Minute und einige liefen schon. Gruppen von Arbeitern lösten sich los, zögerten und gingen wieder ein Stück weiter mit gesenkten Köpfen. Der Regierungspräsident blickte herrisch herab. Weichke! Holen Sie meinen Doktor! Kaum war er verschwunden, da löste sich Doktor Heuteufel aus der Menge. Ich bin der Arzt. Er ging rasch über die Straße und beugte sich zu dem Verwundeten. Das Mädchen stand da, die Faust am Herzen geballt, als sei es dies Herz, das nun stillstehen sollte. Der Mann ist tot. Sie schwankte. Heute häufig ging sie auf. Was soll mit dem Mädchen geschehen? Assessor Yardason von der Staatsanwaltschaft. Das Mädchen ist abzuführen. Da ihr Geliebter den Posten gereizt hat, liegt der Verdacht vor, dass er sich in der Strafbahnhandlung beteiligt hat. Wir werden die Untersuchung einleiten. Der Schutzmann, dem er winkte, fasste das Mädchen schon an. Herr Assessor, ich erkläre als Arzt, dass der Zustand des Mädchens seine Verhaftung nicht zulässt. Führen Sie doch auch den Toten ab. Herr Fabrikbesitzer Lauer, ich verbitte mir jede Kritik meiner amtlichen Maßnahmen. Meine Herren, meine Herren, ich bin in der Lage, ich kenne diese Leute. Jawohl, das ist, ja, den Mann und auch das Mädchen. Dr. Hessling, mein Name. Beide waren bis heute in meiner Fabrik beschäftigt. Ich musste sie entlassen wegen öffentlich begangener unsittlicher Handlungen. Aha. Das ist fürwahrt der Finger Gottes. Über den Finger Gottes lässt sich streiten, Herr Pastor Zillig. Sicher scheint nur Herr Dr. Hessling, dass der Mann sich zur Ausschreitung hat hinreißen lassen, weil die Entlassung ihm zu Herzen gegangen ist. Er hatte eine Frau vielleicht auch Kinder. Sie waren ja nicht verheiratet, Herr Lauer. Ich weiß es von ihm selbst. Was ändert das? Oho, sind wir denn schon so weit, dass es nichts ändert, ob das sittliche Gesetz Gottes befolgt wird oder nicht? Ich halte es für unangebracht auf der Straße und im Augenblick, wo jemand mit behördlicher Billigung totgeschossen worden ist, über sittliche Gesetze zu debattieren. Ein Sanitätswagen war angelangt und der Tote wurde abtransportiert. Das Mädchen konnte man nur mit Mühe von ihm lösen. Einen Augenblick bitte, Herr Lauer. Frau Bekanntlauer, der mit Heuteufel und den anderen loischen Brüdern weitergehen wollte, wurde jetzt von Jarassohn aufgehalten. Sie äußerten da eben, dass hier mit behördlicher Billigung, ich nehme die Herren zu Zeugen, dass hier mit behördlicher Billigung jemand totgeschossen sei. Ich möchte fragen, ob das von Ihrer Seite vielleicht eine Missbilligung der Behörde bedeuten sollte. Ach so. Mich möchten Sie wohl auch abführen lassen. Zugleich mache ich Sie darauf aufmerksam, dass das Verhalten eines Postens, der ein ihn belästigendes Individuum niederschießt, vor wenigen Monaten, nämlich im Fall Lück, von maßgebender Stelle aus korrekt und tapfer bezeichnet und durch Auszeichnungen und Gnadenbeweis belohnt worden ist. Hüten Sie sich also vor einer Kritik der allerhöchsten Handlungen. Ich habe keine ausgesprochen. Ausgesprochen habe ich bis jetzt nur meine Missbilligung des Herrn, äh, dort, dem gefährlichen Schnurrbart. Wie? Damit spielte auf Diederichs rechtwinklig zu den Augen hinaufstarrende Schnurrbart-Spitzen an. Der Schnurrbart wird von so einer Majestät getragen. Es ist die deutsche Bart-Tracht. Im Übel lehne ich jede Diskussion mit einem Arbeitgeber ab, der den Umsturz fördert. Lauer öffnete schon wütend den Mund, obwohl der Bruder des alten Buck, Heuteufel, Kuhn und Landgerichtsrats Fritsche ihn fortziehen wollten. Und neben Diederich reckten sich kampfbereit Jadasson und Pastor Zilch. Aber da löste eine Abteilung Infanterie, die im Eilschritt herangekommen war, die Ansammlung auf und alle begaben sich weiter in Richtung Ratskeller, wohin bald auch die Logenbrüder folgten. Diederich hing sich an Pastor Zilch, gefolgt von Jadasson. Das Volk muss die Macht fühlen. Das Gefühl der kaiserlichen Macht ist mit einem Menschenleben nicht zu treu erbezahlt. Wenn es nur nicht ihres ist. Wenn es auch meines wäre. Für mich hat der Vorgang etwas Großartiges, sozusagen Majestätisches. Dass da einer, der frech wird, einfach abgeschossen werden kann, ohne Urteil, auf offener Straße. Na, bedenken Sie mal, mitten in unserem bürgerlichen Stumpfsinn kommt so etwas Heroisches vor. Da sieht man doch, was Macht heißt. Wenn sie von Gottes Gnaden ist. Natürlich. Das ist es eben. Darum habe ich ja geradezu eine religiöse Erhebung von der Sache. Man merkt doch manchmal, dass es höhere Dinge gibt, Gewalten, denen wir alle unterworfen sind. Zum Beispiel damals bei den Berliner Krawall. Na, ich sage nur, wenn damals der Kaiser die ganzen Linden hätte vom Militär absperren und in uns alle hätte reinschießen lassen. Immer feste Reihen, sage ich. Sie hätten Hurra geschrien. Sie etwa nicht, Herr Dr. Heuteufel? Ich hoffe doch, wir empfinden alle national. Der Fabrikant Lauer wollte schon wieder unvorsichtig vorgehen, ward aber zurückgehalten. Inzwischen war man im Ratskeller angelangt. Lauer und seine Freunde nahmen an einem Tisch Platz und auch Heuteufel war im Begriff, sich dort niederzulassen. Na, Herr Dr. Herr Dr. Hessling, setzen Sie sich nicht zu uns? Schließlich sind wir doch alle liberale Männer. Liberal, selbstverständlich. Aber ich gehe in den großen nationalen Fragen aufs Ganze. Für mich gibt es da nur zwei Parteien, die seine Majestät selbst gekennzeichnet haben. Die für ihn und die gegen ihn. Und da scheint es mir allerdings, dass an dem Tisch der Herren für mich kein Platz ist. Er vollführte eine korrekte Verbeugung und ging hinüber zu dem leeren Tisch. Bitte, meine Herren, kommen Sie doch, setzen wir uns hier. Ja, das Sohn und Pastor Zillig folgten ihm. In Diederich stieg in der nun eintretenden Stille der Plan empor, Sekt zu bestellen. Drüben am anderen Tisch ward geflüstert, dann rückte Landgerichtsrat Fritsche dort seinen Stuhl. Er verabschiedete sich, grüßte herüber und ging. Das wollte ich ihm auch geraten haben. Diese reinliche Scheidung war vorzuziehen. Wer in nationaler Beziehung ein gutes Gewissen hat, braucht diese Leute da drüben sowieso nicht zu fürchten. Pastor Zillig in das Schien betreten. Sie wissen noch nicht, wie Heuteufel intrigant ist. Morgen erzählt er Gott weiß was für Gräuel über uns. Meinen Sie wirklich? Diederich zuckte zusammen. Dr. Heuteufel war eingeweiht in jenen immerhin dunklen Punkt seines Lebens, als er vom Militär loszukommen wünschte. Er hatte ihm in einem höhnischen Brief das Krankheitsattest als Hausarzt der Familie verweigert. Er hält mich in der Hand. Er kann mich vernichten. Der Schweiß brach ihm aus. Umso lauter bestellte er Hummer und Sekt. Kellner! Drüben bei den Logenbrüdern hatte man sich inzwischen die Köpfe rot geredet. Die Herren verstiegen sich dazu für das Bürgertum, die Führung im Staat zu verlangen. Ich möchte wissen, was die herrschende Kaste vor anderen Leuten eigentlich voraus hat. Nicht einmal die Rasse. Denn die sind ja alle verjudet. Die Fürstenhäuser einbegriffen. Womit ich meinen Freund Kohl nicht kränken will. Diederich fühlte, jetzt war es Zeit einzuschreiten. Schnell stürzte er noch ein Glas Sekt hinunter. Dann stand er auf, trat wuchtig bis in die Mitte unter den gotischen Kronleuchter und blitzte. Herr Frau Drüben, Sitzelauer, gestatte mir die Frage, ob Sie unter den Fürstenhäusern, die nach Ihrer persönlichen Meinung verjudet sind, auch deutsche Fürstenhäuser verstehen. Gewiss doch. So. Und den verjudeten deutschen Fürstenhäusern rechnen Sie auch das eine zu, dass ich, äh, dass ich nicht erst zu nennen brauche. Naja, doch. Wen? Wie bitte? Ich hab wohl nicht recht gehört. Ich rufe alle Anwesenden hier als Zeugen auf. Es wird sich zeigen, welche Folgen diese Äußerung für den Herrn Fabrik bis in Salaue haben wird. Ja, dass Sohn der verschwunden gewesen war, tauchte in dem Augenblick wieder auf, als Diederich sich in leidlicher Ordnung wieder in das befreundete Lager zurückzog. Ich habe dem soeben Vorgefallenen nicht beigewohnt. Ich stelle dies ausdrücklich fest, da es für die weitere Entwicklung von Bedeutung sein könnte. Und dann ließ er sich genau berichten, was Diederich mit Feuer tat. Interessant. Während Jardasson sich Notizen machte. Jetzt haben wir ihn in der Hand. Allerdings. Vom Eingang her nahte auf steifen Beinen ein älterer Herr mit grimmiger Miene. Er schickte sich an, zu den Vertretern des Umsturzes zu stoßen. Aber Jardasson holte ihn noch ein. Herr Major Kunze, nur ein Wort. Und er nahm ihn beiseite, erzählte ihm was vorgefallen, worauf der Major zu Diederich an den Tisch trat. Herr Fabrikbesitzer, Doktor Hessling. Angenehm. Freue mich sehr, Herr Major. Bitte sehr. Herr Doktor, Sie haben sich als deutscher Mann bewährt. Danke, Sie. Und schachte mit den Füßen und brückte Stühle zurecht. Äh, Keller, bringen Sie noch eine Pulle. Na, wenn mein König mich nun auch schon aus seinen aktiven Diensten entlassen hat. Prost. Prost, Herr Major. Bezirkskommando. Ach, ich habe noch das alte Soldatenherz. Ja, ja. Und unpatriotische Tendenzen, die werde ich stets bekämpfen. Mit Feuer und Schmerz. Mit Feuer und Schmerz, Herr Major. Am anderen Tisch schickten die Herren, sich an zu gehen. Zuerst zog der Warenhausbesitzer Kohn seinen Hut und entfernte sich eilig. Dann der Bruder des Herrn Buck. Nur Heuteufel und Lauer blieben vor ihren Biergläsern sitzen. Sehen Sie, Herr Major, der Feind ist aufgerieben. Wir haben die Macht. Und die Herren da drüben machen Gesichter, als hätten Sie Angst, dass Sie nun selbst bald drankommen. Ja, Sie kommen auch dran. Ich werde dafür sorgen, dass Anklage erhoben wird. Sehr richtig. Ich persönlich werde Sie in der Hauptverhandlung vertreten. Die Herren wissen, dass ich als Zeuge nicht in Betracht komme, da ich den Vorgängen selbst nicht beigewohnt habe. Wir werden hier den Sumpf mal ein bisschen trockenlegen. Und ich bin der Meinung, wir sollten uns als treudeutsch und kaiserlich gesinnte Männer vor allem auf den Kriegerverein stützen. Jawohl, dem stimme ich voll und ganz zu. Ich bin im Vorstand. Man dient seinem König eben immer noch. Und ich bin auch bereit, Sie, Herr Dr. Hessling, zur Aufnahme vorzuschlagen, damit die nationalen Elemente eine Kräftigung erfahren. Danke mich sehr, Major. Darauf trinken wir. Zum Wohle. Sehr zum Wohle, mein Herr. Prost. Glauben Sie ihm kein Wort, lieber Hessling. Er ist ein schlapper Hund und vermag gar nichts vor dem Krieg, vor dem alten Bug. Wir müssen ihm imponieren. Sehr guter Tropfen. Herr Major, ich habe mit dem Herrn Regierungspräsident von Vulko bereits formelle Verabredungen getroffen. So. Ja, nächstes Jahr sind Reichstagswahlen, Herr Major, und da werden wir gut gesinnten, schwere Arbeit haben. Der Kampf beginnt schon. Los. Prost. Prost, Herr Major. Prost, sehr zum Wohl. Sein Majestät hat für alle Teile seines Staates, also auch für Netzsicht, die Forderung aufgestellt, dass die Bürger endlich aus ihrem Schlummer erwachen mögen. Und das wollen wir ja auch. Jawohl, Prost. Prost. Zu uns Offizieren hat seine Majestät gesagt, dies sind die Herren, auf die ich mich verlassen kann. Und zu uns hat er gesagt, wenn die Kirche der Fürsten bedürfen wird. Jawohl, das hat er gesagt. Und er hat auch gesagt, wir stehen im Zeichen des Verkehrs. Und so ist es auch. Unter seiner erhabenen Führung sind wir fest entschlossen, Geschäfte zu machen. Und Karriere. Und Karriere. Seine Majestät hat gesagt, jeder, jeder, der ihm behilflich sein will, ist ihm willkommen. Jawohl. Ja, will das jemand vielleicht auf mich nicht mitbekommen? Und mein König kann sich todsicher auf mich verlassen. Ich war bei Sela, Herr Major. Herr Jemersch, und ich doch auch. Aus unsichtbaren Tiefen und den Schatten der Gewölbe entstieg ein kleiner Greis mit flatternden weißen Haaren, der bis jetzt in einer Ecke geschlafen hatte. Er schwankte herbei, seine Brüngläser funkelten, seine Backen glühten. Herr Major Kunze. Ja, ja. Na da, alter Kriegskamerad, bei Ihnen geht's ja zu. Ja. Wie tun wir mal das in Frankreich? Ja. Hey, ich sag's ja, immer gut gelebt, lieber Bayerlen. Meine Herren, darf ich vorstellen, Herr Gymnasialprofessor Kühnchen. Hässling, sehr hart. Ja. Kommt, häng dir Platz, bitte. Äh, Keller, Glas, bringen nach Kohl. Der Sekt kam, die Herren tranken und die beiden Veteranen tauschten Kriegserlebnisse aus, während es Heuteufel und Lauer am anderen Tisch längst gelungen war zu entkommen. Wie es da gebrannt hat, ein nettes deutsches Feierchen. Da hätten sie den Frank de Réas aber mal sehen sollen. Sofkippe. Sofkippe. Rettet sich wer kann. Und wir, von der Mauer haben wir sie weggeschossen, wie sie runterkrabbeln wollten. Luftspringer haben sie gemacht, wie die Garnicke. Und ich immer vorne dran. Ja, ich bin immer vorne dran. Jeden Seh, dann erzähle ich die Geschichte in edlen Worten meiner Klasse. Das ist richtig, Professor. Die Jungen sollen wissen, was sie für Heldenväter gehabt haben. Man war sich einig, dass dies die nationale Gesinnung des jungen Geschlechts nur fördern könne. Und vor lauter Begeisterung hatte niemand gemerkt, dass ein neuer Gast an den Tisch getreten hat. Ah, Notkoschen! Ja, das so und sah plötzlich den bescheidenen Mann im hohen Zollernmantel und winkte ihm gönnerhaft. Na, mal nimm mal ran, Herr Notkoschen. Na, wer sind Sie denn? Notkoschen, Redakteur der Netziger Zeitung. Also, Hungerkandidat. Verkommene Gymnasiasten, Abiturierten, Proletariat. Gefahr für euch. Sei mal, es ist der, hat sie gekennzeichnet. Da können wir, setzen Sie. Keller, Glas, Sonne, Pulle. Ja, für Sie. Dankeschön. Notkoschen sah nüchtern und gefangen in der Gesellschaft umher, deren Selbstbewusstsein durch die vielen leer am Boden stehenden Sektflaschen so sehr gesteigert war. Wieso sind Sie denn so mitten in der Nacht noch hier hereingeschneid? Ich muss das Blatt noch fertig machen. Die Herren wollen morgen früh in der Zeitung lesen, wie das war mit dem erschossenen Arbeiter. Na, also, das wissen wir besser als Sie. Sie saugen sich das ja doch bloß aus Ihren Hungerpfoten. Da Sie, da Sie vorhin den Namen des Kaisers erwähnten, es wird Sie interessieren, dass der Kaiser einen Brief zur Veröffentlichung gegeben hat. So, hier ist die Druckfahne. Da legen Sie los, Herr Doktor Notkoschen. Was, was, was? Doktor sind Sie? Natürlich ist er das. Also, was steht drin? Seine Majestät bekennt sich zum positiven Christentum. Bravo. Ja, sehr gut, bravo. Das ist was für heute Teufel. Und da zweifelt noch jemand, dass seine Majestät ein Werkzeug Gottes ist? Er ist ein origineller Denker und eine tiefgreifende Persönlichkeit. Und ein Werkzeug Gottes, sage ich. Beantrag, dass unser Kaiser auch Werkzeug Gottes ist. Ich befürworte den Antrag. Und ich beantrag, fern, dass wir seine Majestät von unserem Beschluss telegrafisch in Kenntnis setzen. Ja. Und wenn ich, meine Herren, ich den Brief seiner Majestät nicht in meiner Klasse lesen lasse und als Aufsatzthema gebe, will ich nicht mehr Kühnchen essen. Ich will ja nicht mehr Kühnchen essen. Sie diskutierten, tranken und wurden immer lauter und hatten schließlich den Wortlaut ihres Telegramms an den Kaiser zusammengebracht. Gehen Sie vor. Die im Ratskeller zu Netzig tagende Versammlung national und christlich gesinnter Männer entbietet eurer Majestät ihre einmütige, begeisterte Huldigung angesichts von eurer Majestät erhebenden Bekenntnis einer geoffenbarten Religion. Sehr gut, das ist sehr gut. Wir betreuern unseren tiefsten Abscheu vor dem Umsturz in jeder Gestalt und sehen in der heute bei uns in Netzig erfolgten mutigen Tat eines Postens die erfreuliche Bestätigung, dass eure Majestät nicht weniger als Kaiser Wilhelm der Große das Werkzeug Gottes ist. Awo, bravo, sag ich sehr gut, sehr gut. Unterschreiben bitte, meine Herren. Moment, meine Herren. Ja, was ist? Ich meine nichts gegen den Posten, aber wissen wir, ob der Kaiser auch so denkt wie wir? Das ist ein verständlich, Verlückt. Ja, ja, Präzedenzfälle sind ganz schön, aber wir wissen doch alle, dass der Kaiser ein origineller Denker ist. Und der Posten kann auch wegen Mord angeklagt werden. Dann sind wir reingefallen. Ach, ach so, meinen Sie, äh... Ja, natürlich, äh, einerseits ist es so, äh, andererseits... Ach, was? Sind wir nun nationale Männer oder nicht? Also los, kommen Sie her, unterschreiben wir. Ja, ja, hier, da. Und nun wollte jeder der Erste sein und alle unterschrieben. Und nun aufs Telegrafenamt. Ja, wenn ich die kaiserliche Antwort bringen kann, komme ich zu Scherl. Na, wir wollen doch mal sehen, ob ich noch lange Wohltätigkeitsfest arrangiere. Der alte Buck soll sich hüten. Wir erwachen aus dem Schlummer. So brachen sie auf und formierten sich draußen und marschierten die Wacht am Rhein singend auf das Telegrafenamt. Sie erfüllten ihren Auftrag prompt und jeder dachte an den Heimweg. Wer wird ne schrummes Hüter sein? Lied Vaterland macht Ruhe. Nur Diederich hielt sich noch an Notgroschen, der das Telegramm noch in die Netziger Zeitung bringen wollte, damit es morgen früh drin stand. Nicht bloß dieses Telegramm, lieber Dr. Notgroschen. Ich habe noch ein anderes. Sie haben es sicherlich nicht bemerkt, aber der Nachttelegrafist ist ein alter Bekannter von mir. Er hat es mir anvertraut. Über diese Herkunft werden Sie mir strengste Diskretion versprechen. Der Mann wäre sonst seiner Stellung bedroht. Ja, gewiss doch. Von wem kommt das Telegramm? Hören Sie. Es ist an das Regimentskommando gerichtet und vom Obersten selbst dem Posten mitzuteilen, der heute den Arbeiter erschossen hat. Es lautet, für deinen auf dem Felde der Ehre vor dem inneren Feind bewiesenen Mut spreche ich dir meine kaiserliche Anerkennung aus und ernenne dich zum Gefreiten. Was? Ja, dir, überzeugen Sie. Aber Notgroschen sah es nicht an. Er starrte nur wie entgeistert auf Diederich. Auf seine steinerne Haltung, den Schnurrbart, der ihm in die Augen stach, und die Augen, die blitzten. Jetzt glaube ich fast. Sie haben so viel Ähnlichkeit mit... mit... Gute Nacht. Gute Nacht. Diederich würde, wie in der besten Neuteutonenzeit, das Mittagessen verschlafen haben, aber die Rechnung vom Ratskeller kam und sie war bedeutend genug, dass er aufstehen und ins Kontor gehen musste. Ihm war sehr schlecht. Und man machte ihm auch noch Unernehmlichkeiten, sogar in der Familie. Die Schwestern verlangten ihr monatliches Toilettegeld. Ich habe kein Geld. So? Ihr müsst warten. Also sowas ist beim alten Södbier nie vorgekommen. Was soll das heißen? Das werde ich dir schon erklären. Ihr werdet euch noch an ganz andere Dinge gewöhnen müssen. So. Dann werden wir uns besser gleich auszahlen lassen. Wenn ich euch heute euren Anteil auszahlen sollte, würdet ihr euch verflucht wundern, wie wenig es wäre. Wunder? Wir können die Modesti nicht bezahlen, aber der Herr Doktor trinkt Sekt für 150 Mal. Jawohl. Ach, so ist das. Ihr lest meine Post. Natürlich. Ihr spioniert mir nach. Ja, bin ich denn hier nicht? Der Herr im Hause. Ich schufte, damit die Damen den ganzen Tag faulenzen können. Aber Dietl, sie meint es nicht so. Ach, was? Was erlauben sich diese Gänse? Gänse, dann hör mal. Was wisst ihr, ob die 150 Mark nicht eine glänzende Kapitalanlage sind? Meint ihr, ich saufe mit diesem Idioten Sekt, wenn ich nichts verliehen will? Ach, ausreden. Na ja, davon wisst ihr hier nicht sicher nichts. Das ist der neue Kurs. Es ist großzügig, ist das. Großzügig ist das. Jawohl. Großzügig. Er begab sich wieder ins Kontor. Und sobald er sich beruhigt hatte, schrieb er einen Brief. An die Maschinenfabrik Büschli & Co. in Eschweiler. Um bei ihr einen neuen Patent-Doppelholländer-System Meier zu bestellen. Darauf führte er sogleich einen Gedanken aus, der ihm schon beim Erwachen gekommen war. Er ging zum Doktor Heuteufel. Nun, Sie kommen wohl her, um zu triumphieren. Gleich zwei Erfolge. Da, sehen Sie mal in die Zeitung. Ihre Sekthuldigung ist drin. Na, und die Depesche des Kaisers an den Posten lässt von ihrem Standpunkt aus wohl nichts zu wünschen übrig. Welche Depesche? Hier. Für deinen auf dem Felde der Ehre vor dem inneren Feind und so weiter und so weiter. Da. Wie Dietrich es hier gedruckt sei, macht es ihm den Eindruck vollkommener Echtheit. Na ja, das ist jedem Nationalgesinnten aus dem Herzen gesprochen. Aber nicht deswegen bin ich gekommen, Herr Dr. Heuteufel. Sie sind heiser von gestern Abend. Ich werde Sie pinseln müssen, Herr Dr. Heuteufel. Hören Sie mir zu, ich fordere Sie auf, Herr Dr. Heuteufel, mir meinen Brief zurückzugeben. Welchen Brief? Na ja, den ich Ihnen wegen des Militärs geschrieben habe, als ich dienen sollte. Ach so, weil Sie sich drücken wollten. Na ja, ich dachte mir schon, Sie würden meine unvorsichtigen Äußerungen in einem für mich beleidigenden Sinne auslegen. Ich fordere Sie nochmals zur Rückgabe des Briefes auf. Ach, lassen Sie mich in Ruhe. Ihren Brief habe ich nicht mehr. Ich verlange Ihr Ehrenwort. Ach, das gebe ich nicht auf Befehl. Dann mache ich Sie auf die Folgen Ihrer illoyalen Handlungsweise aufmerksam. Sollten Sie mir mit dem Brief Unannehmlichkeiten verursachen, so liegt Bruch des Amtsgeheimnisses vor. Dann mache ich Sie bei der Ärztekammer unmöglich. Sie sehen mich zum Äußersten entschlossen. Zwischen uns gibt es nur noch einen Kampf bis aufs Messer. Sie sind völlig heiser. Was geht Sie das an? Gar nichts. Interessiert mich nur von früher her, weil ich Ihnen das immer vorausgesagt habe. Wie denn? Was denn? Wollen Sie sich gefälligst äußern? Sie sollten einen Spezialisten aufsuchen. Na, Sie sind doch der Einzige. Um Gottes Willen, Herr Doktor, Sie versündigen sich. Ich habe eine Familie zu ernähren. Dann sollten Sie weniger rauchen. Auch weniger trinken. Gestern Abend, das war zu viel. Ach, Sie gönnen mir wohl den Sekt nicht. Sie brauchen mich ja nicht zu fragen. Na, sagen Sie mir wenigstens, ob ich Krebs kriegen kann. Nun, Sie waren schon immer skrufulös und rachitisch. Sie hätten nur dienen sollen, dann wären Sie nicht so aufgeschwemmt. Schließlich ließ Diederich sich zu einer Untersuchung nieder. Heuteufel griff zum Pinseln und versuchte, an den Kehlkopf zu gelangen. Diederich erstickte, rollte angstvoll die Augen und umklammerte den Arm. So komme ich nicht hin. Sie sind doch genau wie früher. Sobald Diederich wieder zur Luft gekommen war, machte er sich fort aus dieser Schreckenskammer. Vor dem Hause stieß er auf den Assessor Jadas Sohn, der ihn mitnahm in die Klappsche Bierstube. Wieso gehen Sie ausgerechnet zu diesem Heuteufel, wenn ihn die Kneiperei nicht bekommen ist? Ach, aufgeregt habe ich mich über diesen Menschen. Ich gehe zu ihm in der Absicht, die Sache von gestern aus der Welt zu schaffen. Verstehen Sie, ich meine diese ganze Geschichte mit der Besoffenheit des Herrn Lauer zu entschuldigen. Ja, wieso denn? Ich wollte eine befriedigende Erklärung von Lauer erlangen durch seine Vermittlung. Na und? Na ja, für mich gibt es keine Und mehr. Der Kerl ist zynisch geworden. Bin mit ihm und Lauer fertig fürs Leben. Ja, aber ich nicht. Es gibt nämlich eine Behörde, die sich die königliche Staatsanwaltschaft nennt und die für Leute, diese Herren Lauer und Heuteufel, ein nicht zu unterschätzendes Interesse hegt. Wie meinen Sie das? Ich denke, Anklage wegen Majestätsbeleidigung zu erheben. Was? Sie? Jawohl, ich. Staatsanwalt Freifahrt, Krankheitsurlaub. Ich bin dran. Und da ich, wie ich gestern bereits erklärte, bei dem Vorfall als Zeuge nicht anwesend war, hindert mich nichts in dem Prozess, die Anklagebehörde zu vertreten. Ja, aber wenn, äh, wenn niemand Anzeige erstattet. Ja, das haben wir Gott sei Dank nicht nötig. Übrigens erinnere ich Sie da dran, dass Sie selbst sich gestern Abend uns als Zeugen angeboten haben. Davon weiß ich nichts. Sie werden sich an alles wieder erinnern, hoffe ich, wenn Sie unter Ihrem Eid stehen. Herr Sessor, ich muss mich sehr wundern, dass die private Äußerungen meinerseits, hören Sie mal, das ist doch, Sie haben offenbar die Absicht, mit Hilfe eines politischen Prozesses schneller Staatsanwalt zu werden. Aber ich möchte wissen, was mich Ihre Karriere angeht. Na, und mich die Ihre. So, na, dann sind wir Gegner? Hm, ich hoffe, das wird Sie vermeiden lassen. Na, Sie haben doch gar keinen Grund, den Prozess zu fürchten. Alle Zeugen, die anwesend waren, werden dasselbe Aussagen wie Sie. Sie brauchen sich dabei gar nicht so weit vorzuwachen. Na, das hab ich leider schon getan. Schließlich habe ich den Krach mit Lauer gehabt. Ach, wer fragt danach. Wichtig ist nur, ob die diskriminierenden Worte von Seiten des Herrn Lauer gefallen sind. Und wie die anderen Herren machen Sie einfach Ihre Aussage. Wenn Sie wollen, mit Vorsicht. Mit großer Vorsicht. Wie komme ich dazu, einen anständigen Menschen wie Lauer ins Gefängnis zu bringen? Ja, wohl einen anständigen Menschen. Denn eine politische Gesinnung ist in meinen Augen keine Schande. Ja, besonders nicht bei dem Schwiegersohn des alten Buck, den Sie vorläufig noch brauchen für Ihre Karriere. Hier ließ Dietrich den Kopf sinken, ahnend, was da über ihn hereinbrach. Dieser jüdische Streber beutet mich schamlos aus und ich kann nichts machen. Da soll man auch an Freundschaft glauben. Na ja, es zeigt sich ihm immer wieder. Alle gehen gerissener und brutaler vor ihm leben als ich selbst. Wann werde ich bloß endlich energisch? Er setzte sich stramm hin und blitzte. Mehr unternahm er nicht. Bei einem Herrn von der Staatsanwaltschaft konnte man nie wissen. Ich wollte eigentlich gar nicht darüber weiter mit Ihnen sprechen. Denn diese Anklage ist ja selbstverständlich für jeden Patrioten. Aber wissen Sie schon, dass in der Regierung und bei uns im Gericht ganz sonderbare Gerüchte umgehen? Ah? Ja, über das Telegramm seiner Majestät an den Regimentskommandeur. Der Oberst soll nämlich behaupten, er habe gar kein Telegramm bekommen. Aber Moment, das hat doch in der Zeitung gestanden. Da steht viel. Zu viel. Aber vielleicht hat die löbliche Redaktion aus lauter nationalem Eifer die allerhöchste Depeche eine Nummer zu früh gebracht. Was? Noch vor ihrer Absendung. Das ist doch unmöglich. Das ist doch unmöglich. Doch dazu die Netziger Zeitung, dieses sonst so reaktionäre Blatt. Na ja, weil man die wissen kann, darum dementieren wir ja auch nicht. Die Netziger Zeitung könnte es ja direkt aus Berlin bekommen haben. Der Regierungspräsident Vulko hat sich den Redakteur Notgroschen kommen lassen. Aber der Kerl verweigert die Aussage. Noch! Der Präsident hat gespurkt. Er ist selbst zu uns gekommen wegen des Zeugenzwangsverfahrens gegen Notgroschen. Aber wir warten erst einmal das Dementi aus Berlin ab, weil man eben nicht wissen kann. Denn, verstehen Sie, in diesem Fall, in diesem ganz besonderen Fall hat gerade das Unwahrscheinlich am meisten Aussicht Ereignis zu werden. Dietrich war starr. Nie hätte ihm so schwach zur Verrat geträumt. Nun ja, ich meine, auch dieser Mann hat seine Schwächen Ihnen gesagt. Also, gestern schienen Sie von diesen Schwächen der Allerhöchsten Majestät noch nichts zu wissen. Gott, der Sekt macht natürlich unkritisch. Aha. Oder haben Sie etwa die Begeisterung der übrigen Herren ernst genommen? Einen größeren Nörglas in Major Kunze gibt es ja überhaupt nicht. Also, ich bin sprachlos, Herr Assessor. Auf die nationale Gesinnung der übrigen Herren hoffe ich mich ebenso verlassen zu können wie auf meine eigene, an der zu zweifeln ich mir auf das Allerbestimmte verbieten müsste. Soll das etwa einen Zweifel in Bezug auf meine Person involvieren, so weise ich ihn mit gebührenden Entrüstung zurück. Na, das ist... Ich bin der königliche Assessor Dr. Jadasson und stehe auf Wunsch zur Verfügung. Ja, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Ringen Sie doch nicht so auf. Kellner, Zahlen bitte. Die Verabschiedung war kühl. Auf dem Heimweg schnaufte Dietrich. Hätte ich mich nicht entgegenkommender zeigen sollen? Für den Fall, dass Notgroschen redet? Na ja, aber... Aber Jadasson hat mich ja nötig in dem Prozess gegen Lauer. Na, jedenfalls weiß ich über diesen Herrn gründlich Bescheid. Seine Ohren sind mir gleich verdächtig vorgekommen. Also wirklich national empfinden kann man eben doch nicht mit solchen Ohren. Zu Hause wartete Frau Hessling unruhig auf ihren Sohn. Du kommst gar nicht nach Hause. Das Essen ist fertig. Äh, gib mir bitte den Berliner Lokalanzeiger. Isst dir etwas? Nein, 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 komm, gib mir die Zeitung. Ich mache mir schon die ganze Zeit Vorwürfe, dass ich dir so wenig helfen kann. Na ja, nur komm, gib her, gib her. Ich werde dir gleich erst mal eine Bouillon bringen. Da. Mein Telegramm. Da stand es. Unter anderen unbezweifelten Dingen in dem einzigen Blatt, das seine Majestät selbst las. Das bange Glück sprengte Dietrich fast. Mein Telegramm. Konnte es sein. Hatte er richtig vorausempfunden, was der Kaiser sagen würde. Sein Ohr reichte in diese Ferne. Sein Gehirn arbeitete mit ihm gemeinsam. Die unerhörtesten mystischen Beziehungen überwältigten ihn. Aber das Dementi. Das Dementi kann ja noch kommen. Allerdings. Es konnte ihn noch zurückschleudern ins Nichts. Er hatte eine schlaflose Nacht und am Morgen stürzte er sich gleich auf den Lokalanzeiger. Die üblichen Anekdoten über seine Majestät. Die Rede. Hier. Ausnetzig. Da stand von den Ehrungen, die dem gefreiten Emil Pacholke zuteil geworden waren, für seinen vor dem inneren Feind bewiesenen Mut. Bekanntlich hat der Kaiser den braven Soldaten schon gestern telegrafisch zum Gefreiten befördert. Kein Dementi. Ha! Eine Bestätigung. Der Kaiser machte Diederichs Worte zu den Seinen und er führte die Handlung aus, die Diederich ihm unterlegt hatte. Diederich breitete das Zeitungsblatt weit aus. Er sah sich darin wie in einem Spiegel und um seine Schultern lag Hermelin. Diederich Hessling fühlte deutlich, dass er zunächst aus der Sache gegen den Fabrikdirektor Lauer, der sich zweifellos der Majestätsbeleidigung schuldig gemacht hatte, als Sieger hervorgegangen war. Und dieses sichere Gefühl zerstreute sogleich alle seine Bedenken. Es gab ihm die Straffheit in Haltung und Sprache zurück, mit der er jeder Mann im Betrieb und in der Familie begegnete. Sein Herrscherauge blitzte, sodass selbst der alte Buchhalter Södbier zugeben musste, dass ein Forscherzug in den Betrieb gekommen war. Und sein Maschinenmeister Napoleon Fischer von der Arbeiterpartei schien der Geist des gebändigten Umsturzes zu sein, zumal da Diederich zugeredet hatte, die neue Maschine den Holländer zu kaufen. Zugleich war dies der rechte Augenblick, gegen Guste Daimchen vorzugehen, die mit dem Sohn des alten Buch, seinem Schulfreund Wolfgang, verlobt war und von der das Gerücht ging, sie habe von einem alten Onkel, der mit sich Joje handelte, eine Million Mark geerbt. Was Diederich für eine Verbindung mit Fräulein Daimchen ebenso wichtig schien wie ihre Konturen, deren Reiz sie ihm erst neulich, als er ihr begegnet war, spürbar nahegegangen waren. Eine resolute Person und die lässt sich nichts gefallen. Damals, als ich mit ihr von Berlin nach Netzig fuhr, hat sie mir gleich einer runtergehauen, als ich. Gerade das Richtige für mich. Und so machte er einen Besuch bei Daimchens. Frau Oberinspektor Daimchen empfing ihn zuerst allein, auf ihrem alten Plüschsofa. Nehmen Sie doch bitte Platz, Herr Doktor. Aber in einem braunen Seidenkleid mit lauter Schleifen. Und die Hände breitete sie rot und geschwollen wie die einer Waschfrau vor sich hin auf ihren Bauch, sodass der Gast die neuen Ringe immer vor Augen hatte. Das ist aber auch ein ganz herrlicher Schmuck, Frau Oberinspektor. Ja, sehen Sie, Herr Doktor, es sind eben jetzt andere Zeiten. Jetzt haben Guste und ich es zu allem. Und wenn das alles fertig ist, wir wissen nur noch nicht, ob wir uns Altdeutsch oder Louis-Kais einrichten. Aber Altdeutsch, selbstverständlich, die Frau. Altdeutsch in Berlin habe ich in den feinsten Häusern immer nur Altdeutsch gesehen. Ach, wer weiß, ob Sie in Berlin so feine Leute wie wir sind besucht haben. Lassen Sie mal, ich kenne das, wenn man so tun muss, als ob man was hat und hat nichts. Ach, eine Überraschung, Herr Doktor Hessling. Nächstes Freude. Dietrich unternahm einen Handkuss. Reißen Sie sich nur kein Bein aus. Aber natürlich, man sieht sofort, was ein feiner Mann ist. Ja. Der Herr Leutnant von Brezen macht es auch so. Ja, bei uns verkehren alle Herren Offiziere. Gestern sag ich noch zu Gustl, sag ich, auf jede Sitzgelegenheit könnten wir eine Freiherrnkrone sticken lassen. Denn überall hat schon einer drauf gesessen. Ja. Aber trotzdem ist Netzig langweilig. Wir werden wohl nach Berlin gehen. So. Ich denke dabei auch an meinen Verlobten. Wissen Sie, dass Wolfgang sein Staatsexamen gemacht hat? Ja, das habe ich gesagt. Was soll er hier in Netzig? In Berlin kann er mit unserem Geld was werden. Ja, natürlich. Nur er wollte ja schon immer Minister oder sowas werden. nicht? Das soll ja auch ganz leicht sein, was? Der Sohn vom alten Buck ist eben nicht jeder. Ach Gott, wissen Sie, heute kommt es auf Dinge an, die der Einfluss des alten Buck nicht verleihen kann. Persönlichkeit und vor allem eine stramme nationale Gesinnung. Das junge Mädchen sei mit Respekt auf seine kühnen Schnurrbart-Spitzen, die wie die des Kaisers im rechten Winkel in die Augen starrten. Von alledem habe ich bei Herrn Wolfgang Buck noch nichts bemerkt. Na ja Gott, der philosophiert und nörgelt. Na ja, und im Übrigen soll er sich ja wohl ziemlich viel amüsieren. Was? Na ja, seine Mutter war ja auch eine Schauspielerin. Was wollen Sie damit sagen? Oh Gott, gar nichts, gar nichts. Ich meine nur, wie junge Leute sich in Berlin nun mal amüsieren, wie sie leben dort. Bucks sind doch eine vornehme Familie. Das wollen wir hoffen. Guste, wir müssen gleich zur Modistin. Wiedersehen, Herr Doktor. Ja, ich will nicht länger stören, Frau. Auf Wiedersehen, Frau. Wiedersehen. Moment noch, Herr Hässling. Ja? Wollen Sie mir vielleicht sagen, was Sie gemeint haben mit Schauspielerin? Na aber, Fräulein Guste. Um ein Haar hätte er den Klatsch weitererzählt. Wolfgang Buck habe in Berlin ein Verhältnis mit einer Schauspielerin. Weil wir doch so alte Bekannte sind, Fräulein Guste. Ich wollte nur sagen, der Buck ist nichts für Sie. Warum nicht? Nein, nein, er ist sozusagen erblich belastet von seiner jüdischen Mutter. Der alte war doch auch zum Tode verurteilt. Und was ist denn sonst an den Bucks noch dran? Und seien Sie doch mal ehrlich, glauben Sie mir, man soll in keine Familie heiraten, mit der es bergab geht. Bergab? Das ist Sünde gegen sich selbst. Und mit Ihnen geht es wohl bergauf, weil Sie sich im Ratskeller betrinken und dann den Leuten Krach machen. Die ganze Stadt spricht von Ihnen und Sie möchten einer hochfeinen Familie was anhängen. Bergab! Wer mein Geld kriegt, mit dem geht es überhaupt nicht bergab. Sie sind bloß neidisch. Meinen Sie, ich weiß das nicht. Diederich hätte Lust gehabt, sich auf die Knie zu werfen, als sie ihn so ansah mit tränen der Wut in den Augen. Er hätte ihr am liebsten die dicken, kleinen Finger geküsst. Aber ging denn das? Ach! Sie zog alle rosigen Fettpolster ihres Gesichtes herunter zu einem Ausdruck der Verachtung, machte Kehrt und ließ ihn stehen. Er bedachte, dass für ihn hier nichts zu machen gewesen war. Mit all Ihrem Geld ist sie ihm doch nur eine dumme Gans. Assessor Jarders Sohn erzählte ihm wenig später, er habe durch das Amtsgericht in Erfahrung gebracht, dass sie nur 50.000 Mark geerbt habe und keine Million. Ein Mädchen von dermaßen schwindelhaftem Gebaren passt wirklich besser zu den verkommenen Bucks. Das Käthchen zillig ganz anders, außer dem Pastorentochter. Nun, sie ist genauso hübsch und auf sie kann man sich verlassen. Sie ist immer auf meiner Seite. Solchen Beistand hatte Diederich nötig, denn die Sache nahm immer drohendere Gestalt an. Jarders Sohn hatte erreicht, dass die Staatsanwaltschaft durch einen Ermittlungsrichter die Zeugen jenes nächtlichen Vorfalls, bei dem es um Majestätsbeleidigung gegangen war, vernehmen ließ. Und so zurückhaltend Diederich sich vor dem Richter geäußert hatte, die anderen machten ihn verantwortlich für ihre Verlegenheit. Der Herr Warenhausbesitzer Kohn und der Herr Landgerichtsrat Fritsche wichelten ihm aus, der Bruder des Herrn Bug, ein so höflicher Mann, vermied seinen Gruß, Dr. Heuteufel, den er gezwungen war, wegen seines fast chronischen Halsleidens öfter aufzusuchen, pinselte ihn grausam, lehnte aber jedes Privatgespräch ab. An dem Tage, da es bekannt ward, dass das Gericht dem Fabrikbesitzer Lauer die Anklageschrift zugestellt habe, fand Diederich seinen Tisch im Ratskeller leer. Professor Kühnchen, der in jener Nacht so patriotisch laut geschrien hatte, verließ eilig das Lokal mit der Begründung, er müsse im freisinnigen Wählerverein gegen die neue Militärvorlage reden. Diederich dachte enttäuscht jener sieghaften Nacht, als draußen das Blut des inneren Feindes, hier aber der Sekt, geflossen war. Und unter den Nationalgesinnten war Kühnchen der Kriegslustigste gewesen. Jetzt spricht er gegen die Vermehrung unseres ruhmreichen Heeres. Diederich sah einsam und verlassen in seinen Dämmerschoppen. Und nun, Herr Major Kunze. Ach, guten Abend, Herr Major. Na. Von Ihnen hat man ja gar nichts mehr. Von Ihnen umso mehr. Kein Mensch da? Ja. Na, Abend. Wenn ich Sie zu einem Glas Wein einladen darf, Herr Major, bitte. Ihr Sekt liegt mir noch im Magen. Ein Bier, bitte. Keiner sprach ein Wort. Das Bier kam, der Major tat stumm den ersten tiefen Schluck und schwieg weiter. Was, äh, was ist eigentlich mit dem Kriegerverein? Ich meine, Sie als Vorsitzender müssen auch wissen, was aus meinem Aufnahmeantrag geworden ist. Ach so, Sie haben wohl geglaubt, es würde uns eine Ehre sein. Was? Vielleicht haben Sie auch geglaubt, es würde mir eine Ehre sein, wenn Sie mich in Ihre Skandalgeschichte hineinziehen. Meine Skandalgeschichte? Jawohl, Herr, Ihre. Dem Herrn Fabrikbesitzer Lauer ist mal ein Wort zu viel ausgerutscht. Das passiert sogar jedem anständigen Soldaten, der sich für seinen König totschießen lässt. Sie aber haben den Herrn Lauer raffinierterweise zu seinen unbedachten Äußerungen verleitet. Das bin ich bereit vor dem Untersuchungsrichter zu bekunden. Den Lauer kenne ich. Der war in Frankreich mit uns und ist in unserem Kriegerverein. Sie, Herr, wer sind Sie? Weiß ich, ob Sie überhaupt gedient haben? Her mit Ihren Papieren! Friedrich griff in die Brusttasche. Bitte sehr, Major. Er würde stramm gestanden haben, wenn der Major es befohlen hätte. Na also, Landsturm mit Waffe. Habe ich es nicht gesagt. Plattfüße wahrscheinlich. Herr Major, ich gebe mein Ehrenwort, ich gebe mein Ehrenwort, dass ich gedient habe. Infolge eines Unglücksfalls, der mir zur Ehre gereichte, musste ich nach drei Monaten austreten. Kennen wir Zahlen? Sonst wäre ich doch dabei geblieben, Herr Major. Ich war mit Leib und Seele Soldat, Herr Major. Das müssen Sie mir glauben. Ich will Ihnen bloß noch sagen, Herr, wer nicht gedient hat, den gehen die Majestätsbeleidigungen und andere Leute den Teufel an. Jawohl. Majestät legt keinen Wert auf nicht gediente Herrschaft. Herr Wolle, Major. Sie denunziant. Mein Ehrenwort, Herr Major. Herr Major, wenigstens bitte ich um Ihre Diskretion. Oh, guten Abend, Herr Landgerichtsrat. Guten Abend. Herr Landgerichtsrat Dr. Fritsche hatte die letzten Worte des Majors noch mit angehört, als er in die Gaststube trat. Diederich wurde unsicher. Fritsche war ein Freund des Hauses Buck und man wusste, dass er mit Frau Lauer, Buckstochter, zärtliche Beziehungen unterhielt. Jetzt setzte sich der Landgerichtsrat zu Diederich an den Tisch. Sie sehen ja aus, als ob Ihnen die Ernte verhagelt wäre, Herr Dr. Hessling. Ach Gott, wissen Sie, Herr Landgerichtsrat, Ihnen kann ich es ja sagen, die Sache mit dem Herrn Lauer ist mir verdammt unangenehm. Ihm noch mehr. Wenn bei ihm nicht jeder Fluchtverdacht ausgeschlossen wäre, hätten wir ihn gleich heute verhaften lassen müssen, was sogar uns Richtern peinlich gewesen wäre. Aber natürlich, das Gesetz muss befolgt werden. Wenn Lauer an dem betreffenden Abend, ich hatte das Lokal ja schon verlassen, tatsächlich die unerhörten Majestätsbeleidigungen geäußert hat, für die Sie als Hauptzeuge aufgestellt sind. Was, ich? Ich habe nichts gehört, kein Wort. Dagegen spricht Ihre Aussage vor dem Ermittlungsrichter. Im ersten Augenblick weiß man doch nicht, was man sagen soll. Aber wenn ich mir den Vorgang genau rekonstruiere, dann scheint es mir doch, dass wir, oh Gott, dass wir alle ziemlich angeheitert waren. Ich besonders. Sie besonders? Na ja, und da habe ich wohl anzügliche Fragen an Herrn Lauer gestellt. Was er mir darauf geantwortet hat, das kann ich jetzt gar nicht mehr beschwören. Das Ganze war doch überhaupt nur ein Scherz. Ach so, ein Scherz. Ich ahne. Ja, aber was hindert Sie denn, das einfach dem Richter zu sagen? Ja, ohne dass ich natürlich im Geringsten Ihre Aussage beeinflussen möchte. Dem Jaderson vergesse ich diesen Streich nie. Er hat sich vorsätzlich entfernt, um als Zeuge nicht in Betracht zu kommen. Hinterher hat er dann sogleich den unzurechnungsfähigen Zustand der Zeugen missbraucht und hat sie festgelegt auf ihre Aussagen. Herr Lauer und ich, wir halten einander doch für Ehrenmänner. Was untersteht sich so ein Jude, uns zu verhetzen? Hier kommt nicht Jaderson's Persönlichkeit in Betracht, sondern nur das Vorgehen der Staatsanwaltschaft. Freilich, Jaderson neigt vielleicht zum Übereifer. Sehen Sie, das ist eben der Grund, weshalb wir mit den jüdischen Herren nicht gern zusammenarbeiten. Jaderson stellt sich unbedenklich selbst in den Vordergrund. Ist doch ein ganz gemeiner Streber, der mit unseren heiligsten Gütern spekuliert. Wenn man sich scharf ausdrücken will. Tja, es gibt gewisse Fälle, in denen man Grund hätte, sein Amt niederzulegen. Sie, Sie sind mit dem Lauerschen Hause eng befreundet, nicht wahr? Gewiss, aber damit würde ich gewisse Gerüchte ausdrücklich bestätigen. Das geht natürlich nicht. Tja, mir bleibt nichts anderes übrig, als meine Pflicht zu tun. Ruhig und sachlich. Sachlich sein heißt Deutsch sein. Besonders, da ich annehmen darf, dass die Herren Zeugen mir meine Aufgabe nicht unnötig erschweren werden. Herr Landgerich sagt, man kann sich hinreißen lassen, wo es um die große Sache geht. Ich bin nun mal eine impulsive Natur. Aber ich bleibe mir bewusst, dass ich für alles meinem Gott Rechenschaft schulde. Auch ich bin der Reue zugänglich. Das genügte Fritzsche. Er zahlte und ging. Schon am Tag darauf wurde Diederich vor den Untersuchungsrichter geladen und stand vor Fritzsche und machte mit treuherziger Sachlichkeit seine Aussagen. Die öffentliche Meinung freilich blieb bei ihrer Parteilichkeit für den Angeklagten. Man las in der Zeitung, dass Herr Fabrikbesitzer Lauer in acht Jahren 130.000 Mark unter seine Leute als Gewinnanteil zu verteilen gehabt hatte, was auf weite Kreise den günstigsten Eindruck machte. Diederich dagegen bekam auch geschäftlich die Folgen seines Verhaltens bald zu spüren. Die Aufträge wurden geringer und somit stellten sich finanzielle Sorgen im Betrieb ein. Es wurde gegen Weihnachten ein Drittel der Leute entlassen und Diederich musste 2.000 Mark als Anzahlung für die neue Maschine aufnehmen. Napoleon Fischer, der sozialistische Maschinenmeister, triumphierte. Denn er sah die nationale Sache unterliegen. Am letzten Adventssonntag, das Landgericht hatte soeben die Eröffnung des Hauptverfahrens beschlossen, predigte in der Marienkirche Pastor Zillig über den Text Liebet eure Feinde und alle Blicke gingen in Richtung auf den hässlingschen Stuhl. Besonders als Zillig sagte, wer aber spricht Rache, der ist des Gerichts, wandte sich alles um und Diederich knickte zusammen. In der ganzen Gesellschaft behandelt man uns schlecht. Deinetwegen. Zu Hause machten ihm die Schwestern eine Szene. Nie mehr wird der junge Oberlehrer Helferich neben mich gesetzt. Und warum? Weil du zu alt bist. Nein, weil du uns unbeliebt machst. Die fünf Töchter vom Bruder des Herrn Buck grüßen uns auch schon nicht mehr. Wer den fünf Ohrfeigen herunterhauen? Ach, das ist Lassgefälligst. An dem einen Prozess haben wir genug. Was, ihr? Was gehen euch meine politischen Kämpfer? Alte Jungfern werden wir noch wegen deiner politischen Kämpfe. Das braucht er nicht erst zu werden. Das ist eine Frechheit. Ihr liegt mir hier unnötig im Hause herum. Ich rackere mich ab für euch und ihr wollt doch noch nörgel und mir meine heiligsten Aufgaben verhegeln. Unverschämtheit. Dann schüttelt doch der Felix den Staub von euren Pantoffeln. Meinetwegen könnt ihr Kinder mitzuhören. So kam für Diederich ein trauriges Weihnachtsfest heran. Es tat ihm leid, dass er die gewohnte Christbaumfeier der Arbeiter abgelehnt hatte, um die unbotenmäßige Gesellschaft zu strafen. Sonst hätte er jetzt mit den Leuten zusammensitzen können. Hier in der Familie war es eine künstliche Sache, eine Aufwärmung alter, verbrauchter Stimmung. Echte Stimmung könnte es nur geben, wenn die eine jetzt hier wäre. Guste. Der Kriegerverein war ihm verschlossen und im Ratskeller hätte er niemand gefunden, wenigstens keinen Freund. Wie fern liegen die harmlosen Zeiten der Neuteutonia. Damals sangen wir in langen, von Wohlwollen beseelten Reihen und tranken Bier. Heute, im rauen Leben bringen keine wackeren Kommilitonen mehr einander ehrliche Schmisse bei, sondern lauter verräterische Konkurrenten wollen sich gegenseitig an den Hals. Ich passe nicht in diese harte Zeit. Er aß Marzipan von seinem Teller und träumte in die Lichter des Weihnachtsbaumes. Ich bin doch gewiss ein guter Mensch. Warum ziehen Sie mich in so hässliche Dinge hinein, wie dieser Prozess, und schaden mir dadurch auch geschäftlich, so daß ich, ach, lieber Gott, den Holländer, den ich bestellt habe, nicht werde bezahlen können. Was hab ich denn noch? Er stahl sich fort ins Nebenzimmer. Im Dunkeln stützte er die Arme auf das Klavier und schluchzte. Alles ist fehlgeschlagen. In Politik, Geschäft und Liebe. Er öffnete das Klavier, ihn fröstelte. Er war so unheimlich allein, daß er Angst hatte, ein Geräusch zu machen. Die Töne kamen von selbst, seine Hände wussten es kaum. Aus Weihnachtsliedern, Beethoven und dem Kommerzbuch klang es durcheinander in der Dämmerung, die sich traulich davon erwärmte, so daß seinem Wohlig dumpf im Kopf ward. Einmal meinte er, daß seine Hand ihm über den Scheitel streife. War es nur ein Traum? Nein, denn auf dem Klavier stand plötzlich ein volles Bierglas. Die gute Mutter. Musik, welche Biederkeit, gemüht der Heimat. Es war still. Eine Stunde war vergangen und er fühlte sich getröstet und gekräftigt. Tja, das war meine Weihnacht. Die ganze Festzeit ward verdüstert durch die Sorge wegen der neuen Maschine des Holländers, der zwar die Lumpen viel schneller und gründlicher zu zerkleinern versprach, zu dessen Anschaffung aber noch weitere 6.000 Mark nötig waren. Das Geld war nicht da und wie die Dinge lagen nicht zu beschaffen. Ein Entschluss musste gefasst werden, denn der Holländer war bereits geliefert. Tja, geliefert haben sie, aber wo bleibt der Monteur? Fischer, Sie als Maschinenmeister müssen doch von der Sache was verstehen. Verstehe ich auch. Ich baue das Ding auf. Also gut, ich zahle doch viel lieber Ihnen die Überstunden als einen fremden Monteur. Schließlich sind Sie ein alter Mitarbeiter. Sehen Sie mal, Fischer, ich bin von dem Holländer nämlich enttäuscht. Nun, was meinen Sie? Halten Sie zum Beispiel den Zug für gut? Ich fürchte, der Stoff bleibt liegen. Müssen wir ausprobieren. Napoleon Fischer sah Dietrich prüfend aber bereits mit Verständnis an. Also stellen Sie das Ding auf, ich zahle Ihnen die Überstunden mit 50% Aufschlag. Wir werden die Bescherung schon sehen. Und schon am nächsten Tag in der Mittagspause teilte Napoleon Fischer seinem Arbeitgeber mit, dass das neue Ding, für das er sich erst eingesetzt hatte, nichts tauge. Der Stoff bleibt liegen. Man muss mit dem Rührscheit nachhelfen. Also offenbar ein Schwindel. Das ist Vertragswidrig. Müssen wir uns das gefallen lassen, Fischer? Das müssen wir uns nicht gefallen lassen. Können Sie mir also bezeugen, dass der Holländer den vereinbarten Bedingungen nicht entspricht? Kann ich. Ach, dann sollen die Leute mich mal kennenlernen. Was sehr bald darauf geschah. Es wurden Briefe gewechselt, mit der Klage gedroht, Falsmann, und eines Tages stand der Vertreter der Firma Büschdi & Co. Eschweiler vor der Tür, Herr Friedrich Kienast. Die beiden Herren nahmen sogleich eine Besichtigung der fehlerhaften Maschine vor. Äh, das ist Herr Fischer, mein Maschinenmeister. Äh, Fischer, ich hab's mir überlegt, Sie sind ja eine zuverlässige Kraft, ich bin mit Ihnen zufrieden. Vom ersten ab erhöhe ich Ihr Gehalt auf 180 Mark. So, na nun führen Sie mal Herrn Kienast die Maschine vor. Nach dieser Vorführung nahm Herr Kienast Diederich beiseite. Wissen Sie, Herr Dr. Hessling, dass die Ventile verstopft sind? Nein, nein. Und was sonst noch los ist mit dem Holländer, kann ich in der Eile nicht sehen. Ach, wollen Sie mir vielleicht insinuieren, dass ich mit meinem Maschinenmeister... Ich habe nichts gesagt. Das müsste ich mir auch streng verbitten. Mein Maschinenmeister ist Sozialdemokrat. Dass er mir einen Gefallen tun soll, ist lachhaft. Ich kann Ihnen nur wiederholen, Herr Dr. Hessling, dass wir jede Reklamation ablehnen werden. Die Maschine ist in einwandfreiem Zustand geliefert. Na, das Gegenteil werde ich Ihnen beweisen. Und der Prozess wird nicht gerade vorteilhaft für Ihre Firma sein. Das wollen wir getrost abwarten. Ich werde Ihnen außerdem in den Fachblättern noch eine besondere Empfehlung mitgeben. Auf Erpressungsversuche gehe ich nicht ein. Ach, wissen Sie was? Einen satisfaktionsunfähigen Knoten wirft man einfach hinaus. Da erschien Magda. Die Herren sind noch immer nicht fertig? Sie hat ihr Pelzjackett von Weihnachten an und sie lächelte rosig. Darf ich bekannt machen, Herr Friedrich Kienast von der Firma Büschling und Co. in Eschweiler. Meine jüngere Schwester Magda. Sehr erfreut, gnädiges Fräulein. Man müsste ein bisschen spazieren gehen vor dem Mittagessen. Apropos, Mama lässt fragen, ob Sie heute Abend Herrn Kienast zum Essen erwarten darf. Da muss ich leider danken, gnädiges Fräulein. Ich reise gleich ab. Und mir würden Sie es auch abschlagen? Ich würde nicht Nein sagen, gnädiges Fräulein, aber weiß ich denn, ob Ihr Herr Bruder damit ein... Ja, 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 Herr Kienast, das wird mich natürlich freuen. Ich meine, vielleicht, dass wir uns auch noch verständigen. Ich hoffe es. Na, sehen Sie. Darf ich das gnädige Fräulein ein Stück begleiten. Wenn mein Bruder nichts dagegen hat? Aber natürlich nicht. Und dann sah Diedrich ihr erstaunt nach, wie sie mit dem Prokuristen von Büschdi und Co. abzog. Was dir auf einmal alles kann? Noch ehe es zum Mittagessen kam, stritten die beiden Schwestern heftig im Wohnzimmer. So macht man es denn doch nicht. Nein, ich werde dich um Erlaubnis bringen. Das würde gar nichts schaden. Überhaupt bin ich an der Reihe. Hast du sonst noch Sorgen? Das ist doch wirklich gefährlich. Kinder, was habt ihr nur wieder? Hast du das Brot noch besorgt, Magda? Ja, das habe ich besorgt. Ja, gut. Dann kommt, lasst uns essen. Der Herr Kinast macht einen sehr soliden Eindruck. Er wird heute Abend unser Gast sein, wenn so ein Comi nicht mal solide sein soll. Mit einer Dame reden kann er nicht. Du bist unverschenkt. Comi scheint ja nicht viel zu haben. Akademische Bildung ist eben nicht zu ersetzen. Aber als schlichtigen Geschäftsmann habe ich ihn kennengelernt. Also, wenn Magda den Menschen heiraten will, ich erkläre, dass ich nicht mehr mit euch verkehre. Amy. Der ist das kompott mit dem Messer. Du lügst. Heirate du bitte einen regierenden Herzog und lass uns in Ruhe. Da legte Amy Messer und Gabel hin und ging hinaus. Am Abend vor Geschäftsschluss erschien Herr Kienast im Büro. Er trug einen G-Rock und sein Wesen war eher gesellschaftlich als geschäftlich. Wissen Sie, lieber Herr Dr. Hessling, meine Vollmacht reicht eigentlich nicht so weit, aber ich nehme es auf meine Kappe. Geben Sie den Holländer in Gottes Namen zurück. Die Unkosten um meine Reise müssen Sie allerdings mit 500 Mark tragen. Na, dann hören Sie mal, das ist ja Wucher. Oben dann bei Tisch erklärten beide Herren, dass sie sich geeinigt hätten und beide miteinander eigentlich recht gut auskämen. Ach, da bin ich aber wirklich froh. Wissen Sie, und ob wir diese eine Maschine zurücknehmen oder nicht, das spielt bei unserem Riesenbetrieb gar keine Rolle. Das kann ich mir denken. Sie müssen uns mal besuchen. Ja, wir haben ein eigenes Hotel, eigens für unsere Kunden. So, was ist das? Ich bewohne die Hälfte der Betriebsvilla und wenn ich mal heirate, bekomme ich die andere Hälfte dazu. Na, dann wäre es ja eigentlich an der Zeit, dass Sie heiraten. Magda schlug die Augen nieder und Herr Kienast ging zu etwas anderem über. Seine Augen aber wurden sehr oft von Magdas Spitzenbluse angezogen, durch die an diesem Abend mehr schimmerte, als Magda sonst dem Familienkreis zum Besten gab. Nur Emmys Anzug und Mine waren grau und alltäglich. Darf ich mir erlauben, mein Glas zu erheben auf die Familie Hessling, auf die verehrte mütterliche Hausfrau und ihre blühenden Töchter? Magda werbte die Brust, um das Blühen anschaulicher zu machen. Umso flacher sah Emmy aus. Ich möchte bitte auch etwas Gemüse, Magda. Bitte. Darf ich erwidern? Also, wir sind eine deutsche Familie. Wen wir in unser Haus aufgenommen haben, den nehmen wir auch in unser Herz auf. Und wenn es auch nur ein bescheidenes Haus ist, die Herzen sind treu. Ich bin schon immer für Bescheidenheit gewiesen, besonders in Familien, wo junge Mädchen sind. Nicht wahr. Woher soll denn sonst ein junger Mann den Mut nehmen? Meine Töchter schneidern alles selbst. Dies war für Herrn Kieners das Stichwort, sich über Magdas Bluse zu beugen, berufseingehender Würdigung. Hübsche Arbeit. Dankeschön. Ja, ja, ja. Na ja, Herr Kieners, nun sehen Sie mal, das ist hier unser Familienfriede. So geht es immer bei uns zu. Also, ich arbeite den ganzen Tag für die Meiden und der Abend vereint uns dann hier beim Lampenschimmer. Und die Leute da draußen kümmern wir uns nicht. Hier war für Emmy der Zeitpunkt gekommen, sich brusk zu erheben. Guten Abend. Und brusk das Zimmer zu verlassen. Also, dann wollen wir jetzt die Tafel aufheben. Dietrich verstand Emmys unmögliches benehmen als einen Wink des Schicksals und begab sich nach nebenan, sodass Magda und Herrn Kieners Zeit zu weiteren Gesprächen blieb. Erst als ein Stuhl drüben umfiel, kam Dietrich wieder zurück. Na, no, was ist denn hier los? Sie scheinen ja ernste Absichten zu haben, Herr Kieners, was? Das Paar löste sich voneinander. Ich sage nicht nein. Oh, das ist doch eine Überraschung. Also, das ist wirklich eine Überraschung. Herr Kieners, machen Sie mein Schwesterchen glücklich. An mir sollt ihr alle Zeit einen guten Bruder haben, so wie ich es bisher gewesen bin. Das darf ich wohl sagen. Mutter. Mutter. Du, Mutter, es ist etwas passiert. Frau Hessling stand schon hinter der Tür, nur konnte sie vor Rührung nicht laufen. Emmi wurde auch gerufen. Sie weigerte sich, macht ihrem Bruder eine Szene, kam aber dann doch hinzu und ließ sich Magdas Triumph am Arm ihres Bräutigams gefallen. Beim Punsch verlangte Dietrich mit seinem neuen Schwager Bruderschaft zu trinken. Friedrich? Friedrich? Oder, darf ich Fritz sagen? Das überlasse ich ganz dir. Prost. So wohl. Am Morgen holte er ihn aus dem Hotel ab und in Klapsch's Bierstube redeten sie ein Wort unter Männern. Nee, 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 also mehr kann ich euch nicht geben. 25.000 Mark bei der Hochzeit und ein Achtel der Fabrik. Erst hast du gesagt ein Viertel. Für beide Schwestern. Aber du kannst ja deine Ersparnisse in die Fabrik stecken, dann hast du mehr. Nein, dann müsste ich nach Netzig ziehen und mich um die Fabrik kümmern. Das kann ich nicht. Ich bleibe vorläufig in Eschweiler. So war man sich einig. Nach Tisch schlug Magda einen Spaziergang durch Netzig vor und da Emmi sich weigerte mitzugehen, blieb auch Frau Hessling zu Hause und Magda, eingerahmt von ihrem Verlobten und ihrem Bruder, zeigte sich den Bürgern von Netzig. Der Spaziergang war lohnend. Gleich an der Ecke der Schweinlichen Straße trafen sie Guste Daimchen. Fräulein Daimchen, hier stelle ich Ihnen meinen Bräutigam vor Herrn Kienast. Aha. Angenehm? Sehr angenehm. Der Bräutigam schien zu entsprechen, denn Guste nahm Diederich beiseite und hielt mit ihrer Bewunderung nicht zurück. Wo haben Sie denn den hergenommen? So nah wie Sie findet nicht jede den ihren, aber dafür solider. Fangen Sie schon wieder an. Aber es ist ja wahr, meiner ist immer Gott weiß wo. Man kommt sich vor wie die reine Witwe. Wer tot ist, kann auch tot bleiben. Es gibt noch genug Lebendige. Dabei drängte er Guste bis an die Häuserwand und sah ihr werbend ins Gesicht und wirklich ihr liebesdickes Gesicht war dann einen Augenblick lang gewährend. Diederich wäre gern noch mit Guste beisammen gewesen, aber da waren Sie schon vor Daimchens Haus angekommen. Man verabschiedete sich. Wenig später kam Ihnen in der leeren, dämmernden Straße jemand entgegen. Wolfgang Buck, Gustes Verlobter. Und Guste stellte sich, als wäre er am Ende der Welt. Das Lügen muss ich ihr austreiben. Da sind Sie ja. Das freut mich. Endlich sehen wir uns. Sie wollen gewiss zu Ihrer Braut. Sie ist zu Hause. Wir haben Sie hinbegleitet. So? Mhm. Nun, ich finde Sie immer noch. Vorläufig bin ich froh, dass ich Ihnen mal wieder begegnet bin. Hier in diesem Nest ist ja nicht viel los, wie? Oh, das will ich nicht sagen. Wie man hier sein Leben verbringen soll. Allerdings, der Wachtposten, der den Arbeiter erschossen hat, hat bis sehr hoch hinauf Sensation gemacht. Ach so. Sie wollen wohl schon wieder nörgeln. Ich stelle fest, dass ich in dieser Sache durchaus auf Seiten seiner Majestät stehe. Lassen Sie nur, ich kenne ihn. Ich noch besser. Wer ihm wie ich ganz allein und Auge in Auge gegenüber gestanden hat, im Tiergarten vorhin Februar nach dem großen Krawall und dies Auge blitzen gesehen hat, dies Fritzenauge, sage ich Ihnen. Der vertraut auf unsere Zukunft. Auf unsere Zukunft, weil ein Auge geblitzt hat. Wolfgang Buchs Mund und Wangen sanken schwer melancholisch herab. Sein Fleckmeindes war verschwunden. Worauf es für jeden persönlich ankommt, ist nicht, dass wir in dieser Welt wirklich viel verändern, sondern, dass wir uns ein Lebensgefühl schaffen, als täten wir es. Dazu ist nur Talent nötig. Und das hat er zweifellos. Ey, wir sind zwar hier unter uns, die Herrschaften vor uns haben etwas Wichtiges zu besprechen, aber ich weiß doch nicht, Sie glauben immer, ich habe was gegen den Kaiser. Ich hätte an seiner Stelle unseren netziger Wachtposten genauso ernst genommen. Wäre das noch eine Macht, die nicht bedroht wäre? Erst wenn es einen Umsturz gibt, fühlt man sich. Was würde aus ihm, wenn er sich sagen müsste, dass die Sozialdemokratie gar nicht ihn meint, sondern höchstens eine etwas praktischere Verteilung dessen, was verdient wird? Ohoho! Nicht wahr? Das würde sie empören. Und ihn auch. Neben den Ereignissen hergehen, die Entwicklung nicht beherrschen, sondern in ihr mit einbegriffen sein, ist das zu ertragen. Im Innern unbeschränkt und dabei außerstande auch nur Hass zu erregen, anders als durch Worte und Gesten. Denn woran halten sich die Nörgler? Was ist ernstliches Geschehen? Auch der Fall mit dem erschossenen Arbeiter ist nur wieder eine Geste. Singt die Hand, ist alles wie zuvor. Aber Darsteller und Publikum haben ihre Sensation gehabt. Und nur darauf, mein lieber Hässling, kommt es uns allen heute an. Er selbst, den wir meinen, wäre am erstauntesten, glauben Sie mir, wenn der Krieg, den er immerfort an die Wand malt oder die Revolution, die er sich hundertmal vorgespielt hat, einmal wirklich ausbrechen. Darauf werden Sie nicht lange zu warten brauchen. Und dann sollen Sie sehen, dass alle Nationalgesinnten treu und fest zu ihrem Kaiser stehen. Gewisse. Das ist die übliche Wendung, wie er selbst sie vorgeschrieben hat. Worte lasst ihr euch von ihm vorschreiben. Und die Gesinnung war nie so gut geregelt, wie sie es jetzt wird. Aber Taten. Unsere Zeit, bester Zeitgenosse, ist nicht tatbereit. Um seine Erlebnisfähigkeit zu üben, muss man vor allem leben. Und die Tat ist so lebensgefährlich. Wollen Sie den Vorwurf der Feigheit in Verbindung bringen mit... Ich habe kein moralisches Urteil ausgesprochen. Ich habe eine Tatsache der inneren Zeitgeschichte erwähnt, die uns alle angeht. Übrigens sind wir zu entschuldigen. Für den auf der Bühne Agierenden ist alle Aktion erledigt, denn er hat sie durchgeführt. Was will die Wirklichkeit noch von ihm? Sie wissen wohl nicht, wen die Geschichte als den repräsentativen Typus dieser Zeit nennen wird. Den Kaiser? Nein. Den Schauspieler? Ich hätte mir gleich sagen können, wie Sie auf das verrückte Zeug gekommen sind. Sie haben doch mit dem Theater zu tun. Sind Sie am Ende schon selbst dabei? Wolfgang Buck bekam unruhige Augen, als Diederich ihn auf die Schulter klopfte. Er entzog sich Diederichs Hand mit einer Wendung, die dieser unkameradschaftlich fand. Ich? Schauspieler? Ach nein. Ach so. Sie wissen noch nicht, warum ich in Netzich bin. Wahrscheinlich Ihrer Braut wegen. Das wohl auch. Vor allem aber habe ich die Verteidigung meines Schwagers Lauer übernommen. Was? Sie sind im Prozess Lauer? Ha. Wundert Sie das? Seit kurzem bin ich beim hiesigen Landgericht als Rechtsanwalt zugelassen. Hat mein Vater Ihnen nicht davon gesprochen? Ich sehe Ihren Herrn Vater selten. Ich gehe nur wenig aus. Meine Berufspflichten, diese Verlobung und, naja, aber dann müssen Sie doch schon oft, wohnen Sie vielleicht schon ganz hier? Nur vorläufig, glaube ich. Also ich muss sagen, ich habe Sie schon öfter nicht verstanden, aber so wenig doch nie wie jetzt, wo Sie mit mir durch halbnetzig gehen. Obwohl ich in der Verhandlung morgen Verteidiger bin und Sie der Hauptbelastungszeuge? Das ist doch nur ein Zufall. Die Rollen könnten auch umgekehrt verteilt sein. Bitte sehr. Jeder steht auf seinem Platz. Wenn Sie vor Ihrem Beruf keine Achtung haben... Achtung, was heißt das? Ich freue mich auf die Verteidigung, das leugne ich nicht. Ich werde loslegen, man soll etwas erleben. Ihnen, Herr Doktor, werde ich unangenehme Dinge zu sagen haben. Sie werden mir hoffentlich nichts übel nehmen, es gehört zu meiner Wirkung. Erlauben Sie, mein Rechtsanwalt, erlauben Sie. Kennen Sie denn meine Aussage? Sie ist für Lauer durchaus nicht ungünstig. Das lassen Sie meine Sorge sein. Jetzt kommen Sie. Lassen Sie uns einen trinken. Diederich war auf einmal von dem Prozess so überfallen worden, dass er sich lieber von Wolfgang Buck verabschiedet hätte, damit Kinas noch nichts davon merkte. So schickte er Magda mit ihrem Verlobten voraus und ging mit Wolfgang in eine Bierstube. Es zieht Sie wohl nicht besonders zu Ihrer Braut, was? Augenblicklich habe ich mir Lust auf einen Kognak. Darauf scheinen Sie immer Lust zu haben. Sehen Sie, äh, Prost. Prost. Sehen Sie, meine Braut, die gehört auch zu meinen Fragen an das Schicksal. Wieso? Na, wenn ich nämlich wirklich ein netziger Rechtsanwalt bin, dann ist Guste Däimchen bei mir vollkommen an ihrem Platz. Ja, ja. Aber weiß ich das? Für andere Fälle, die in meiner Existenz eintreten könnten, habe ich nun drüben in Berlin noch eine zweite Verbindung. Ja, ich habe schon gehört, eine Schauspielerin. Ähm, das heißt, ich will nichts gesagt haben. Also, Sie wissen. Ja, ja. Jetzt ist die Sache die, dass ich vorläufig dort hänge und mich um Guste nicht so viel kümmern kann, wie ich müsste. Möchten Sie sich da nicht des guten Mädchens ein wenig annehmen? Was? Ich soll... Ja, ja, sozusagen den Kochtopf hier und da ein bisschen umrühren, worin ich Wurst und Kohl am Feuer zu stehen habe, in der ich selbst noch draußen beschäftigt bin. Wir haben doch Sympathie füreinander. Danke. So weit reicht meine Sympathie allerdings nicht. Ich denke denn doch etwas ernster über das Leben. Kellner, zahlen! Das Gespräch war beendet und Diederich verließ das Lokal. Außer der Unmoral des Menschen empörte ihn seine würdelose Vertraulichkeit, nachdem sie sich soeben noch als Gegner erwiesen hatten. Unleidlich, so einer, aus dem er nicht klug wird. Was hat er wohl morgen gegen mich vor? Magda wollte Chinast überreden, noch einen Tag länger zu bleiben. Aber nach einem heftigen Familienkrach verstand sie es, ihren Verlobten auf seine Pflichten hinzuweisen, sodass er noch am Abend abreiste. In der folgenden Nacht zog sich Diederichs Inneres noch mehr zusammen unter dem Gefühl eines schaudererregenden Abgrundes. Wie er sich aufzutun begann zwischen Jarders Sohn, der morgen vor Gericht die Macht vertrat, und ihm selbst, der sich zu nahe ihrem Räderwerk gewagt hatte. Es war aus frommer Absicht geschehen, in übergroßer Verehrung der Macht. Gleich viel, jetzt hieß es, sich besonnen verhalten, damit sie einen nicht ergriff und zermalmte, sich ducken und ganz klein machen, bis man ihr vielleicht doch noch entrann. Und in dieser Stimmung durchschritt er den Korridor, in dem am nächsten Morgen die Bürger netzig standen, in Gruppenführer und wieder die Parteien. Alle Zeugen waren bereits aufgerufen. Herr Dr. Heuteufel, Herr Kohn, Herr Major Kunze, Herr Gymnasialprofessor Kühnchen, Herr Pastor Zillig. An allen ging Diederich vorüber, freundlich gegrüßt nur von Wolfgang Buck in der Robe des Verteidigers, in den Saal, der mit Zuschauern dicht gefüllt war. Herr Dr. Hessling! Diederich riss sich zusammen, um nur in commandmäßiger Haltung an den Zuschauern vorbeizukommen. Er schwankte ein wenig. Links neben dem Beisitzer, der seine Nägel betrachtete, stand drohend aufgerichtet, Ja, das Sohn! Das Licht des Fensters hinter ihm schien durch seine abstehenden Ohren, die blutig leuchteten. Und seine Mine heischte von Diederich eine so leichenhafte Gefügigkeit, dass Diederichs Blick die Flucht ergriff. Rechts, vor dem Angeklagten und etwas tiefer, fand er Wolfgang Buck sitzen. Nachlässig wie immer, mit den Fäusten auf den fetten Schenkeln, von denen die Robe zurückfiel, und so gescheit und aufmunternd anzusehen, als vertrete er den Geist des Lichts. Landgerichtsdirektor Sprezius forderte Diederich, nachdem er den Eid geschworen hatte, auf, den Hergang der Dinge an jenem Abend im Ratskeller zu berichten. Wir waren eine angeregte Gesellschaft und drüben am Tisch saßen auch Herren. Da er schon stecken blieb, war dem Publikum gelacht. Sprezius fuhr auf und hackte mit dem Geierschnabel zu. Ich werde den Saal räumen lassen, wenn hier gelacht wird. Sonst wissen Sie nichts. Ich bitte höflich zu bedenken, dass ich in Folge geschäftlicher Ereignisse und anderer Aufregungen mich der Vorgänge... Da werde ich Ihnen zur Auffrischung des Gedächtnisses Ihre Aussage vor dem Untersuchungsrichter vorlesen. Daraus hervor Diederich zu seinem großen Erstaunen und zu seiner peinlichen Verwunderung, er habe vor dem Untersuchungsrichter Landgerichtsrat Fritzsche die bestimmte Angabe gemacht, dass von Seiten des Angeklagten eine schwere Beleidigung seiner Majestät des Kaisers gefallen sei. Was haben Sie dazu zu äußern? Das kann wohl sein, aber... Es waren viele Herren da. Ob das nun gerade der Angeklagte gesagt hat... Denken Sie nach! Sie stehen hier unter Eid. Andere Zeugen werden bekunden, dass Sie ganz allein auf den Angeklagten zugetreten sind und das betreffende Gespräch mit ihm geführt haben. War ich das? Wenn hier gelacht wird, lasse ich den Saal räumen. Während sich der Saal beruhigte, war Wolfgang Buck, der Verteidiger, aufgestanden. Sein weiches Gesicht ward mit einem sichtbaren Ruck energisch. Sie waren an dem Abend wohl stark angetrunken. Ich beantrage die Frage, mich zuzulassen. Herr Verteidiger, Sie haben nur mir die Frage vorzulegen, ob ich sie dann an den Zeugen richte, ist meine Sache. Diese Frage gehört nicht zur Sache. Sie gehört zur Sache. Das bestimmen nicht Sie, Herr Verteidiger, sondern ich. Ich frage den Herrn Staatsanwalt, ob er noch weitere Fragen an den Zeugen Hässling hat. Im Augenblick nicht. Aber ich beantrage den Zeugen doch nicht zu entlassen. Der Zeuge kann sich setzen. Ich beantrage außerdem die sofortige Vorladung des Untersuchungsrichters Dr. Fritsche, der darüber aussagen soll, wie die Gesinnung des Zeugen Hässling gegen den Angeklagten früher war. Im Zuschauerraum wandte man sich nach Judith Lauer, der Frau des Angeklagten, um, von der man wissen wollte, dass sie mit Dr. Fritsch ein Verhältnis hatte. Zunächst aber wurden weitere Zeugen vernommen. Herr Pastor Zillig! Auch er wurde vereidigt und aufgefordert, über die kritische Nacht zu berichten. Ich möchte sagen, die Ereignisse haben sich damals überstürzt und mein christliches Gewissen schwer bedrängt. Denn just an jenem Abend war in den Straßen von Netzig Blut geflossen, wenn auch zu einem patriotischen Zweck. Das gehört nicht hierher. Und eben jetzt betrat der Regierungspräsident Herr von Vulko den Saal. Im Jagdanzug, mit großen kotigen Stiefeln. Alles sah sich um. Der Vorsitzende machte auf seinem Sitz eine Verbeugung und Pastor Zillig zitterte. Herr Pastor, Sie als Geistlichen brauche ich wohl auf die Heiligkeit des Eides, den Sie geleistet haben, nicht besonders aufmerksam zu machen. Nun ja, ich gebe ja auch zu, dass ich die dem Angeklagten vorgeworfenen Äußerungen gehört habe. Ich habe den Namen des Kaisers gar nicht genannt. Ich habe mich gehütet. Beruhigen Sie sich, Herr Lauer. Wir werden den Beweis erbringen, dass nur die provokatorische Absicht des Zeugen Dr. Hessling den Angeklagten zu seinen hier falsch wiedergegebenen Äußerungen veranlasst hat. Vorläufig bitte ich den Herrn Vorsitzenden, den Zeugen Zillig darüber zu befragen, ob er nicht eine Predigt gehalten habe, die ausdrücklich gegen die Hetzereien des Zeugen Hessling gerichtet gewesen ist. Ich habe nur zum allgemeinen Frieden geraten. Außerdem hat nicht der Zeuge Zillig ein Interesse daran, sich mit dem Hauptbelastungszeugen Dr. Hessling gutzustellen, weil nämlich seine Tochter... Ich prozestiere gegen die Stellung dieser Frage. Ich brauche den Zeugen nicht mehr. Herr Gymnasialprofessor Kündchen! Der kleine Greis stürmte den Saal. Seine Brillengläser funkelten. Die Eidesfommel wusste er auswendig, aber dann schwieg er betreten. Aber Sie müssen sich doch an den Abend erinnern. Tja, meine Herren Richter, wie der Krach mit dem Angeklagten war, das weiß ich nicht. Da habe ich, glaube ich, gerade ein bisschen geschlimmert. Aber nachher ist doch von der Sache geredet worden. Ich nicht. Ich habe egal von unseren glorreichen Daten im Jahre 70 geredet. Die Frontierer, habe ich gesagt. Das war eine Bande. Hier, mein steifer Finger, der hat mir in eine Nein gebissen. Bloß, weil ich mit meinem Säbel ein kleines bisschen die Kehl abschneiden wollte. Da können Sie sehen. Abtreten! Ich verbitte mir, dass hier Partei genommen wird. Gerichtsdiener, rufen Sie den nächsten Zeugen auf. Herr Major Kunze! Als Kunze den Eid nachsprach, klang jedes Wort, als stieße er gegen Spretius eine Beleidigung aus. Dann stand er fast stramm. Ich erkläre, dass ich mit dem gesamten Gesare nichts zu tun habe. Ich bin erst viel später in den Ratskeller gekommen. Ich kann nur sagen, das Verhalten des Herrn Dr. Hessling riecht mir sehr nach Denunziantentum. Aber die Herren, die Ihnen den Vorgang berichteten, waren doch nationale Männer. Das ist mir gleich. Den Herrn Dr. Hessling habe ich gar nicht gekannt. Herr Zeuge, kennen Sie ihn nicht doch recht gut? Hat er Ihnen nicht vor acht Tagen 100 Mark geliehen? Also, Sie werden wohl zugeben müssen, dass die Entrüstung der Nationalgesinnten begründet war. Auch Ihre eigene. Wenn Sie so wollen, ja. Und zweifellos hat der Angeklagte seine Majestät gemeint. Danke. Da der Herr Vorsitzende sehr unnötig findet, es zu rügen, wenn der Herr Staatsanwalt seine eigenen Zeugen beleidigt, kann es auch uns gleich sein. Herr Verteidiger, das ist meine Sache, was ich rüge und was nicht. Eben, das stelle ich fest. Zur Sache selbst behaupten wir nach wie vor und werden durch Zeugen beweisen, dass der Angeklagte den Kaiser gar nicht gemeint hat. Ich habe mich gehütet. Sollte dies dennoch untersteht werden, so beantrage ich, den Herausgeber des gothaischen Adels einmal nachs darüber als Sachverständigen zu vernehmen, welche deutsche Fürsten jüdisches Blut haben. Das ist ja unerhört! Spritzis wollte schon loshacken, sah aber noch rechtzeitig, wer es gewesen war, Herr von Vulko. Der Antrag des Verteidigers wird abgelehnt, da ein Wahrheitsbeweis nicht zulässig ist. Kundgebung der Missachtung genügt zum Tatbestand des Deliktes. Keine weiteren Fragen. Der nächste Zeuge. Herr Redakteur, Notgroschen! Notgroschen ließ sich vom Gericht nicht lange nötigen. Er belastete den Angeklagten auf das Schwerste und redete fließend, als sage er seinen Leitartikel her. Spritzis entließ ihn darauf höchst befriedigt. Es trat der Untersuchungsrichter Dr. Fritsche in den Saal und seine Aussage wurde mit Spannung verfolgt und begutachtet. Die Zuverlässigkeit des Zeugen Dr. Hessling steht nach meinen Ermittlungen außer allem Zweifel. Dass der Zeuge heute kein deutliches Erinnerungsbild mehr haben will, ist nur durch die Erregung des Augenblicks zu erklären. Und der Angeklagte? Auch der Angeklagte hat eher einen günstigen Eindruck auf mich gemacht. Halten Sie bei widerstreitenden Zeugenaussagen den Angeklagten des ihm zur Last gelegten Deliktes fähig? Der Angeklagte ist ein gebildeter Mann. Ausdrücklich beleidigende Worte zu gebrauchen, wird er sich gehütet haben. Das sagt der Angeklagte selbst. Durch seine bürgerliche Wirksamkeit war der Angeklagte gewöhnt, Autorität mit fortschrittlichen Neigungen zu verbinden. Er hielt sich also offenbar zu Kritik berechtigter als die meisten Menschen. Es ist also denkbar, dass er in gereiztem Zustand seinen politischen Anschauungen einen Ausdruck gab, der die beleidigende Absicht hindurchschimmern ließ. Die Erregung, die jetzt im Saal entstand, war kaum zugunsten Dr. Fritsches zu deuten. Der Angeklagte jedenfalls sank enttäuscht in sich zusammen. Als habe er sein Urteil bereits vernommen. Diederich wartet immer wohler. Dieser Fritsche hat er nicht auf mich als Zeugin eine nahezu pflichtwidrige Einwirkung ausgeübt? Und das Ergebnis meiner Aussage ist nun dennoch schwer belastend und Fritsches eigenes Zeugnis erst recht. Er geht nicht weniger rücksichtsvoll vor als Jaderson. Fritsches eine Aussage zu ergänzen wünschen. Und Diederich war schon vorgetreten. Festen Schrittes der Macht, ihr Opfer zu gönnen. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, meine im Vorverhör gemachten Aussagen aufrechtzuerhalten. Ja, ich wiederhole sie hier verschärft und erweitert. Denn, meine Herren Richter, ich leugne es nicht länger, ich habe ihn herausgefordert. Wird er das Wort sprechen, an dem ich ihn packen kann? Er sprach es und ich habe ihn gepackt und habe damit meine Pflicht erfüllt und würde sie heute wieder erfüllen. Auch angesichts der schweren geschäftlichen Verluste, die mir bisher bereits durch mein Verhalten entstanden sind. Ich habe das Beispiel gegeben. Mögen unsere Bürger endlich aus dem Schlummer erwachen, in dem sie sich so lange gewiegt haben und nicht bloß dem Staat und seinen Organen die Bekämpfung der umwälzenden Elemente überlassen, sondern selbst mit Hand anlegen. Das ist der Befehl seiner Majestät. Und meine Herren Richter, da sollte ich zögern, der Umsturz erhebt sein Haupt. Eine Rotte von Menschen nicht wert, den Namen Deutsche zu tragen, wagt es, die geheiligte Person des Monarchen in den Staub zu ziehen. Die Aufgabe der modern gesinnten Männer ist es, auch netzig dem neuen Geist zu erobern im Sinne unseres herrlichen, jungen Kaisers, der jeden treu gesinnten zum Handlanger seines erhabenen Wollens bestellt hat. Ich habe ohne persönlichen Groll gehandelt, allein um der Sache willen. Sachlich sein heißt Deutsch sein. Und so bekenne ich mich ausdrücklich zu meinen Handlungen, denn sie sind der Ausfluss eines tadellosen Lebenswandels, der auch im eigenen Hause auf Ehre hält und weder Lüge noch Sittenlosigkeit kennt. Noch wusste Diederich nicht, wie sehr er die Sympathien der anwesenden Bürger von netzig gewonnen hatte. Als man ihn in der Pause aber umringte und ihn beglückwünschte, zeigte er sich mit männlicher Festigkeit im Glanz des errungenen Sieges über seine Gegner als berechtigter Vertreter der neuen Zeit, die nun über netzig hereinbrechen sollte. Welch eine Wendung durch Gottes Fügung. Die ganze Loge, der freisinnige Wahlverein, Heuteufelkorn, sämtliche Buchs und mit ihnen Guste Daimchen, sie alle gaben sich besiegt. Nach der Pause waren sie verschwunden. Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung. Das Wort hat der Herr Staatsanwalt. Es war eine aufwendige Rede, die alles enthielt, was vorher schon gesagt worden war und deshalb ohne Wirkung. Nur, dass die Ohren des Herrn Assessor Jadas so ungeröteter schienen und dass er in seinem Talar mit den Armen in der Gegend herumfuchtelte, der schwindenden Aufmerksamkeit bewusst, um schließlich helle Empörung hervorzurufen, als er zwei Jahre Gefängnisverlauer beantragte. Ich verbitte mir jede Einmischung im Saal. Das Wort hat der Herr Verteidiger. Meine Herren Richter, die Beweisaufnahme hat ein durchaus günstiges Bild von dem Angeklagten ergeben. Der Herr Staatsanwalt vertritt mit Unrecht die Anschauung, dass die Aussage von Zeugen, die erst in Folge drohender Eingriffe in ihre eigene Existenz schlecht ausgesagt haben, einen Wert hat. Vielmehr hat sie den Wert, dass sie die Unschuld des Angeklagten auf geradezu glänzende Weise belegt. Denn so viele als wahrheitsliebende bekannte Männer wurden nur durch eine Erpressung dazu... Herr Verteidiger, ich entziehe Ihnen das Wort, wenn Sie weiter solche Angriffe führen. Will man aber als Erwiesen annehmen, dass der Angeklagte die ihm zur Last gelegte Äußerung wirklich getan hat, so entfällt hier dennoch der Begriff der Strafbarkeit. Denn der Zeuge Dr. Hässling hat offen eingestanden, dass er den Eingeklagten mit Absicht und Vorbedacht provoziert hat. Es fragt sich also vielmehr, ob nicht eben der Zeuge Hässling durch seine provokatorische Absicht der eigentliche geistige Urheber einer strafbaren Handlung ist, die er mit der unwillkürlichen Hilfe eines Anderen und unter bewusster Ausnutzung seiner Erregung vollführt hat. Ich möchte dem Herrn Staatsanwalt die nähere Beschäftigung mit dem Zeugen Hässling deshalb dringend empfehlen. Aber ich will nicht das Unglück des Zeugen Hässling, den ich als das Opfer eines weit Höherem betrachte. Warum häufen sich in diesen Zeiten die Anklagen wegen Majestätsbeleidigung? Man wird sagen, infolge solcher Vorgänge wie die Erschießung des Arbeiters, ich erwidere, nein, sondern dank der Reden, die diese Vorgänge begleiten, Drohungen und überspannte Ansprüche auf der einen Seite zeitigen Zurückweisungen auf der anderen. Der Grundsatz, wer nicht für mich ist, ist wider mich, zieht eine große Grenze zwischen Byzantinern und Majestätsbeleidigern. Herr Verteidiger, ich kann nicht dulden, dass Sie an den Worten des Kaisers hier Kritik üben. Wenn Sie damit fortfahren, muss das Gericht sich in Ordnungsstrafe nehmen. Ich füge mich der Anordnung des Herrn Vorsitzenden. Ich werde also nicht vom Fürsten sprechen, sondern vom Untertan, den er sich formt. Nicht von Wilhelm dem Zweiten, sondern vom Zeugen Hässling. Sie haben ihn gesehen. Ein Durchschnittsmensch mit gewöhnlichem Verstand, abhängig von Umgebung und Gelegenheit, mutlos, solange hier die Dinge schlecht für ihn standen, und von großem Selbstbewusstsein, sobald sie sich gewendet hatten. Wie er waren zu jeder Zeit viele Tausende, die ihr Geschäft versahen und eine politische Meinung hatten. Was hinzukommt und ihn zu einem neuen Typus macht, ist einzig die Geste, das Prahlerische des Auftretens, die Kampfstimmung einer vorgeblichen Persönlichkeit, das Wirken wollen um jeden Preis, wäre er auch von anderen zu bezahlen. Die Andersdenkenden sollen Feinde der Nation heißen und wären sie zwei Drittel der Nation. Klasseninteressen mag sein, aber umgelogen durch Romantik. Eine romantische Prostration vor einem Herrn, der seinem Untertan von seiner Macht das nötige leihen soll, um die noch kleineren niederzuhalten. Und da es in Wirklichkeit und im Gesetz weder den Herrn noch den Untertan gibt, erhält das öffentliche Leben einen Anstrich schlechten Komödiantentums. Die Gesinnung trägt Kostüm, Reden fallen wie von Kreuzrittern, in des man Blech erzeugt oder Papier und das Pappschwert wird gezogen für einen Begriff wie den der Majestät, den doch kein Mensch mehr außer in Märchenbüchern ernsthaft erlebt. Majestät! Herr Verteidiger, zum letzten Mal fordere ich Sie auf, die Person des Monarchen nicht in die Debatte zu ziehen. Erste, Herr Vorsitzender, hat die Person des Monarchen genannt. Aber da sie nun genannt ist, darf ich ohne Verlegenheit für das Gericht feststellen, dass diese Person durch die Vollständigkeit, mit der sie im heute gegebenen Moment die Tendenzen des Landes ausdrückt und darstellt, etwas fast Verehrungswürdiges bekommt. Ich will den Kaiser und der Vorsitzende wird es nicht auf sich nehmen, mich zu unterbrechen, einen großen Künstler nennen. Kann ich mehr tun? Wir alle kennen nichts Höheres. Eben darum aber sollte es nicht erlaubt sein, dass jeder mittelmäßige Zeitgenosse ihm nachäfft. Im Glanz des Thrones mag einer seine zweifellos einzigartige Persönlichkeit spielen lassen, mag reden, ohne dass wir von ihm mehr erwarten als Regen, mag blitzen, den Hass imaginärer Rebellen herausfordern und den Beifall eines Parterres, das seine bürgerliche Wirklichkeit darüber nicht vergisst, aber ein netziger Papierfabrikant. Die Papierfabrikanten neigen heute dazu, sich eine Rolle anzumaßen, für die sie nicht fabriziert sind. Zischen wir sie aus. Sie haben kein Talent. Das ästhetische Niveau unseres öffentlichen Lebens, das vom Auftreten Wilhelms des Zweiten eine so ruhmreiche Erhöhung erfahren hat, kann durch Kräfte wie den Zeugen Hessling nur verlieren. Und mit dem Ästhetischen, meine Herren Richter, sinkt oder steigt das Moralische. Erlogene Ideale ziehen unlautere Sitten nach sich. Dem politischen Schwindel folgt der Bürgerliche. Mehr Veränderung als alle Wirtschaftsgesetze erzeugt in der Welt das Beispiel eines großen Mannes. Und wehe, wenn es ein falsch verstandenes Beispiel war. Dann kann es geschehen, dass über das Land sich ein neuer Typus verbreitet, der in Härte und Unterdrückung nicht den traurigen Durchgang zu menschlicheren Zuständen sieht, sondern den Sinn des Lebens selbst. Und mit unberechtigter Berufung auf einen Höheren wird er lärmend und unsolide. Kein Zweifel. Die Siege seiner Eitelkeit werden geschäftlichen Zwecken dienen. Zuerst bringt die Komödie seiner Gesinnung einen Majestätsbeleidiger ins Gefängnis. Später findet sich, was man daran verdienen kann. Meine Herren Richter, Sie sind souverän. und Ihre Souveränität ist die erste und die stärkste. In Ihrer Hand ist das Schicksal des Einzelnen. Sie können ihn in das Leben schicken oder ihn sittlich töten, was kein Fürst kann. Die Norm aber der Individuen, die sie gutheißen oder verwerfen, bildet ein Geschlecht. Und so haben sie Macht über unsere Zukunft. Bei ihnen liegt die unermessliche Verantwortung, ob künftig Männer wie der Angeklagte die Gefängnisse füllen und Wesen wie der Zeuge Hässling der herrschende Teil der Nation sein sollen. Entscheiden Sie sich zwischen den beiden. Entscheiden Sie zwischen Streberei und mutiger Arbeit, zwischen Komödie und Wahrheit, zwischen einem, der um selbst emporzukommen Opfer verlangt und dem anderen, der Opfer darbringt, damit Menschen es besser haben. Der Angeklagte hat getan, was erst wenige vermochten. Er hat sich seines Herrentums begeben, hat denen, die unter ihm standen, gleiches Recht zugebilligt, Behagen und Hoffnungsfreude. Und jemand, der in seinem Nächsten so sehr sich selbst achtet, sollte fähig sein, von der Person des Kaisers mit Nicht-Achtung zu sprechen? Das Erwachen des Bürgers, die wahrhafte nationale Gesinnung, die stille Tat eines Flauer tut mehr dafür als hundert hallende Monologe selbst eines gekrönten Künstlers. Hat der Herr Staatsanwalt noch noch etwas dagegen anzuführen? Es erübrigt sich, Herr Vorsitzender. Das Urteil war bald gefunden. Aus den beantragten zwei Jahren wurde ein halbes Jahr Gefängnis wegen Majestätsbeleidigung, was allen die natürlichste Lösung schien. Dazu war noch auf Verlust der vom Angeklagten bekleideten öffentlichen Ämter erkannt worden. Der Verurteilte war sofort verhaftet. Die Netziger fanden, nun sei es wohl aus mit Lauer und Stadtverordneter durfte er nun auch nicht mehr sein. Als dann in den folgenden Tagen in der Stadt bekannt wurde, Judith Lauer habe ihre Koffer gepackt und sei nach dem Süden gereist und als man erfuhr, dass der Herr Landgerichtsrat Dr. Fritsche plötzlich Urlaub genommen und aus Genf Kartengrüße verschickt hatte, waren die Empörung über die beiden und das Mitleid mit dem armen Lauer, der nun oben in der Vogtei seine Strafe absaß, viel größer als alles Gerede über den Herrn Dr. Hessling. Die Netziger Zeitung trug der veränderten Lage in der Stadt Sofort Rechnung. Ihr Direktor wandte sich an das Hesslingsche Werk wegen eines Teils der Papierlieferung. Aha, die haben Angst. Der alte Klüsing steckt dahinter, aus Furcht vor dem Regierungspräsidenten, der sich auf meiner Seite ist. Aber so billig tun wir es nicht. In dieser harten Zeit. Wenn ich erst Vulko ganz sicher hinter mir habe, ich beerbe ihn einfach. Die Macht wird ihn gnädig zu sich empor ziehen. Herr von Vulko. Major Kunze will meine Aufnahme in den Kriegerverein durchsetzen. Das ist Vulkos Werk. Vulko ist deine Macht. Er organisierte selbst die Feier seiner Aufnahme in den Kriegerverein. Major Kunze verlas dabei die Adresse, die Diederich gefordert hatte. Mit glänzender Unerschrockenheit hat sich seine treudeutsche und kaisertreue Gesehnung bewährt, allen Verleumdungen trotzend. Durch sein Eingreifen ist es gelungen, den vaterlandslosen Elementen Netzigs eine empfindliche Schlappe beizubringen. Aus einem unter den größten persönlichen Dietrich Hessling als lauterer echtdeutscher Charakter hervorgegangen. Meine Freunde, lassen Sie uns in dieser Stunde erneut bekräftigen. Einzig unser scharfes Schwert sichert unsere Stellung in der Welt. Und es scharf zu halten ist der Beruf seiner Majestät des Kaisers. Wenn der Kaiser ruft, wird es herausfliegen aus der Scheide. Die Gesellschaft im Reichstag, die da was dreinreden will, mag sich hüten, dass es sie nicht zuerst trifft. Wir sagen, es geht nicht zu spaßen, meine Herren, das kann ich Ihnen sagen. Neulich hat der Kaiser im Reichstag den Standpunkt klar gemacht. Er hat gesagt, wenn die Kerls mir meine Soldaten nicht bewilligen, räum ich die ganze Bude aus. Diesen Satz wollen wir im Kriegerverein uns ganz besonders zu Herzen nehmen. Vaterlandslose Feinde der göttlichen Weltordnung müssen ausgeratet werden bis auf den letzten Stupf. Diederich Hessling nahm es mit großer Genugtuung zur Kenntnis, dass seine beiden Schwestern Emmy und Magda, deren Verlobter soeben wieder nach Eschweiler abgereist war, eine Einladung zum Nachmittagstee bei Frau von Vulko erhalten hatten. Und beide Damen Hessling wurden von der Hohen Frau gebeten, in dem Theaterstück, das die Frau Regierungspräsident selbst verfertigt hatte, mitzuwirken. Die Gunst der Regierenden breitete sich also über die ganze Familie Hessling aus. Nur Guste Daimchen bezog Diederich noch immer nicht in ihre Gunst ein. Und Diederich wusste nicht, was er noch anstellen sollte, dass Guste ihre Verlobung mit Wolfgang Buck, jenem Verteidiger im Prozess, der Diederich so schwer angegriffen hatte, löste, um, nun, wenn auch nicht gleich eine aus dem Markt mit diesem Luftikuss durchbringen. Von dem hat sie sowieso nichts. Ein Mensch wie eine Qualle und von einem geistigen Dünkel. Gott behüte mich vor solcher alles zerfressenen Überzeugungslosigkeit. Sie ist in einer Familie das sichere Zeichen des Niedergangs. Aber wen wundert das? Der Vater wurde schon wegen seiner Gesinnungslosigkeit zum Tode verurteilt. Außer der Unmoral, die Diederich an Wolfgang Buck festzustellen, glaubte, empörte ihn dessen würdelose Vertraulichkeit. Was hatte dieser Wolfgang Buck ihm vorgeschlagen? Er solle sich um Guste seiner Verlobte kümmern, weil er in Berlin sein Verhältnis zu einer Schauspielerin für wichtiger hielt? Ich soll sozusagen den Kochtopf hier und da ein bisschen umrühren, hat er gesagt, worin er Wurst und Kohle am Feuer zu stehen hat, in der Später vielleicht. Soeben war Guste da gewesen. Er hatte ihr stolz seiner Fabrik gezeigt. In der Lumpenkammer hatte er es wieder einmal versucht, ihr Zärtlichkeiten abzuzwingen. Sie hatte ihn abgewiesen oder vielmehr so getan. Sie hat mich nicht abgewiesen, das habe ich genau gefühlt. Sie weiß, dass ich nicht so ohne bin. Und sie hat auch geweint nachher. Vielleicht aus Wut. Jedenfalls der Knopf mit dem Brillanten, den sie unter den Lumpen gefunden hatte, verwandelte Gustes Traurigkeit in helle Freude. Sie versprach Diederich, dass sie ihn zu ihrem schönsten Ringwälder verarbeiten lassen. Dann war sie davongelaufen. Da kenne sich einer aus mit diesen Weibern. Da ist Käthchen Zillig doch anders. Mit Guste braucht es viel Zeit. Käthchen Zillig, die Tochter des Pastors. Diederich hatte sie unlängst in einem zweideutigen Lokal am Rande der Stadt überrascht. Dort traf sie sich mit Herrn Assessor Jadasson von der Staatsanwaltschaft. Die Pfarrerstochter im grünen Engel. So ein Weib, ein Doppelleben führte sie. Diederich war erschüttert bis ins Bodenlose. Bei spätere Betrachtung aber gewann Käthchen wieder in Diederichs Augen. Dann aber siegte sein sittliches empfinden und er fand, er müsse seine Familie vor dieser sittenlosen Pfarrerstochter schützen. Sofort, gleich heute beim Abendessen. Mit Käthchen Zillig verkehrt ihr nicht mehr. Schmeckt's dir nicht, mein Sohn? Sie ist eine Verworfin. Was hast du gegen sie? Kommet sie sich zu wenig um dich? Dann musst du dich bei Herrn Assessor Jadasson mal erkundigen. Ach so. Ach, ihr alle Weiber sind das. Auch Guste Deimchen. Lach nicht. Auch Guste Deimchen hat schon einmal davon geredet. Wenn du vielleicht ernste Absichten gehabt hast, Paiketchen, uns hast du ja nicht gefragt. Ich verbitte mir derartige Zumutung. Es gibt ja wohl hoffentlich noch anständige Mädchen. Du brauchst ja nur deine Schwestern anzusehen, mein lieber Sohn. Und Dietrich sah sie wirklich an. Er glaube, euch zieht man einfach die Kandare fester. Wenn ich eine Frau habe, die soll sich wundern. Vielleicht wirst du dich wundern. Was heißt das? Käthchen ist schön dumm, aber begreiflich ist es ja, wenn man so lange warten muss und keiner kommt. Wie kannst du das glauben, was die Männer von Kädchen reden? Das ist abscheulich. Sollen wir alle wehrlos sein gegen den Klatsch? Vielleicht benimmt sich Guste Daimchen bei einer so langen Verlobung. Es gibt Situationen, wo es nicht mehr Klatsch ist. Und wenn schon. Käthchen tut, was sie will. Wir Mädchen haben ebenso gut wie ihr Männer das Recht, unsere Individualität auszuleben. Die Männer sollen froh sein, wenn sie uns nachher noch kriegen. Das will ich in meinem Hause nicht hören. Von meinem manche denken materieller nehmen mit dem Geld auch mal was in Kauf, worüber die Leute reden. Zum Beispiel der Herr Oberinspektor Daimchen. Wieso? Gott, nun, er ist tot, es kann ihm gleich sein. Aber seinerzeit hat man doch viel geredet. Über ihn? Was denn? Na ja, das mit Frau Daimchen und dem Herrn Buck. Guste kam doch zu früh. Das ist das Neueste. Was? Was war das? Der alte Buck und Frau Daimchen? Och, ist ja schon lange her, nur damals sagten es alle. Und der Herr Buck hat der Frau Daimchen doch auch die Mitgifts geschenkt. Also das ist doch... So sehen in der Familie Daimchen die Erbonkel aus. Ach was? Guste hat einen Onkel aus Magdeburg beerbt. Er hat mit sich horrie gehandelt und war sehr reich. Und der Bräutigam, Herr Rechtsanwalt Buck, kommt der auch aus Magdeburg? Seine eigene Schwester heiratet? Es kommt so manches vor. Solche Gerüchte. Bin ich denn hier unter Räuber und Mörder geraten? Ich kann euch natürlich nicht hindern, eure feine Wissenschaft in die Stadt hinaus zu posaunen. Aber was mich betrifft, ich werde erklären, dass ich mit euch nichts mehr zu tun habe. In die Zeitung werde ich gesetzt. Diederich ging ab. Er vermied den Ratskeller und bedachte einsam in der Klapschen Bierstube eine Welt, in der solche Gräuel umgingen. Dagegen war mit Comang-mäßigem Verhalten freilich nicht aufzukommen. Wenn es Wahrheit ist, was seine Mutter enthüllte, dann mit gepanzerter Faust und das Deckelklappen, womit er das vierte Glas herbeirief, klang wie Schwertgeklirr. Nach einer Weile verlor seine Haltung an Härte. Bedenken kamen. Sein Eingreifen würde immerhin bewirken, das die ganze Stadt mit den Fingern auf Guste Daimchen zeigte. Kein Mann, der halbwegs Comang hat, heiratet solch ein Mädchen noch. Das sagt mir mein ganzer Idealismus. Schade. Schade. Um Gustes 350.000 Mark, die nun herrenlos und ohne Bestimmung waren. Die Gelegenheit wäre günstig gewesen, ihnen eine zu geben. Aber zuerst kommt die Pflicht. Es gilt, ein Verbrechen zu verhindern. Das Weib mag dann sehen, wo es bleibt im Kampf der Männer. Was liegt an so einer? Sie verraten jeden um jeden Preis. So bedurfte es nur noch des fünften Glases und Diederichs Entschluss stand fest. In der netziger Zeitung las man nicht, dass Herr Dr. Hessling sich von seiner Familie losgesagt habe. Stattdessen sorgte die ganze Familie einmütig dafür, dass das Gerücht mit einer viel größeren Auflage als hier ein Provinzblatt erreichen könnte die Runde machte und sozusagen Stadtgespräch wurde. Just in dem Augenblick, als die feine Bürgerschaft von Netzig zum ehrenvollsten Fest des Jahres zum Theaterabend der Harmonie rüstete. Ein weitaus tragischeres Ereignis, ein Unfall in der hesslingschen Papierfabrik, bei dem eine junge Arbeiterin sich in der wenig abgesicherten Stahlwalz einen armschwer Verletzter, geriet infolge dieser Klatschfogen und durch Diederichs geschickte Verhandlung mit Napoleon Fischer, dem Maschinenmeister, gar nicht erst an die Öffentlichkeit. Napoleon Fischer hatte zwar den Herrn Fabrikbesitzer darauf aufmerksam gemacht, dass man in dem Vorfall einen Akt erheblicher Fahrlässigkeit seitens der Fabrikleitung sehen wird. Aber wieso denn? Ich habe doch die Arbeiterinnen immer wieder vor dieser Maschine gewarnt. Sie hat sich das Unglück selbst zuzuschreiben. Ich bin zu nichts verpflichtet. Das weiß ich nicht, Herr Dr. Hessling. Also Fischer, setzen Sie erst mal hin. Wir werden einen Cognac holen. Kann man nicht brauchen auf den Schrecken. So, noch mal einen Trinken. Prost, Fischer. Prost. Also seien Sie auch mal ehrlich. Glauben Sie wirklich, dass ich zahle. muss. Ich meine, die Schutzvorrichtung an der Maschine halten Sie doch wohl auch für genügend. Gott. Sie wollen sagen, ich kann es auf einen Prozess ankommen lassen. Nein, das tue ich aber nicht, Fischer. Ich zahle gleich. Wie? Was wollen Sie zahlen? Na ja, die Leute sollen meine Arbeiterfreundlichkeit kennenlernen. Für meine Leute tue ich alles. Sie werden sehen. Das kann nicht bloß dieser Lauer, dieser Majestätsbeleidiger, der seine Leute am Gewinn beteiligt hat, wie er sagt. Ich suche mir praktischere Mittel aus, um eine soziale Gesinnung zu bekunden. Und darum habe ich mir entschlossen, Fischer, dem Mädchen die ganze Zeit, die es im Krankenhaus liegt, seinen Lohn weiterzuzahlen. Wie viel ist es denn? Eine Mark fünfzig. Na ja, soll sie acht Wochen liegen. Da soll sie zwölf Wochen liegen. Ich meine, ewig geht es natürlich nicht. Sie ist erst 14. Sie kann Schadenersatz verlangen. Was Schadenersatz? Kann sie. Ach, sie wollen wohl den Fall ausnutzen, was? Die Gemeinheiten der Kapitalisten erzählt ihr euch natürlich besonders gern in euren Versammlungen. Die werdet ihr wahrscheinlich ebenso ausposaunen wie das Gerede über den Herrn Buck. Ich verstehe sie überhaupt nicht, Herr Doktor. Ach, was, es ist ihnen das Mädchen heiraten lässt, mit dessen Mutter er selbst was gehabt hat. Und zwar vor Geburt der Tochter. Aber ich wäre durchaus nicht einverstanden, Fischer, wenn meine Leute sich deswegen den Mund verrenken und wenn sie, wenn sie, Fischer, nun vielleicht die Arbeiter gegen die städtischen Behörden aufhetzen, weil ein Magistrat etwas getan hat, was ihm keiner beweisen kann. Sehen Sie, mir hat man schon mal nachgesagt, dass ich den Prozess lauer und deshalb soll das Mädchen sein Krankengeld kriegen und nun setzen Sie die Leute davon in Kenntnis und sorgen Sie dafür, dass in meinem Betrieb über Herrn Buck nicht geredet wird. Ich will an nichts schuld sein. Verstehen Sie mich? Meine Leute sollen sich ruhig verhalten. Ah, weil ich doch Ihren Einfluss kenne, Fischer. Plötzlich war seine Hand offen und auf ihrer Fläche lagen drei große Goldstücke. Napoleon sah sie und verzerrte das Gesicht, als erblickte er den Teufel. Nein und abermals nein. Meine Überzeugung kann ich nicht verraten. Für allen Mammon der Welt nicht. Die Wahrheit muss ans Licht. Dafür werden wir Proletarier sorgen. Das können Sie nicht verhindern, Herr Doktor. Die Schandtaten der besitzenden Klasse Aber Fischer, nun hören Sie doch auch. Trinken wir doch erst nochmal ein. So. Das Geld biete ich Ihnen doch einfach dafür, dass mein Name in der Sache nicht genannt wird. Ach was? Zeugniszwang, Herr Doktor, üben wir nicht. Wir nicht. Wer uns mit Agitationsstoff versorgt, hat nichts zu fürchten. Na ja, dann ist doch alles in Ordnung. Ich wusste schon, Fischer, dass Sie ein großer Politiker sind. Und darum, ich meine, wegen der verunglückten Arbeiterin. Ich habe Ihnen doch soeben mit meiner Mitteilung über die Buchschenschweinereien einen Gefallen getan, was? Weil, Herr Doktor, sagen, dass ich ein großer Politiker bin. Ja, das sind Sie, Fischer. Ich will von dem Schadenersatz weiter nicht reden. Intimitäten aus den ersten Kreisen sind für uns doch wichtiger als ein Mädchen. Ja, 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 Fischer, Sie denken eben immer als Politiker. Immer. Na, Mahlzeit, Herr Doktor. Mahlzeit, Fischer, Mahlzeit. Er zog sich zurück, in das Diederich feststellte, dass die proletarische Politik ihre Vorzüge habe. Er schob die drei Goldstücke wieder in die Tasche. Am Abend des nächsten Tages waren alle Spiegel des Hauses im Wohnzimmer zusammengetragen. Emmy und Magda Hässling drehten sich dazwischen umher, bis sie in die Hälse schmerzten. Der Wagen stand schon lange bereit und Diederich drängte so lange, bis die Damen sich losrissen und in der Kutsche Platz nahmen. Frau Eingang kicherten immer die Damen, weil eine Statue der Freundschaft dastand, die zwar eine hohe Perücke aber sonst nichts anhatte. Die beiden dünnen Bogen der Treppe griffen durch die Luft wie zwei vom Alter abgemagerte Arme, droben aber, wo sie sich vereinigten, lächelte auf dem Gelände aus seinem blanken Marmorgesicht noch immer der bezopfte Bürgermeister, der dies alles der Stadt hinterlassen hatte und der ein Buck gewesen In der tiefen Spiegelgalerie war es ganz still. Eine einzelne Dame nur hielt sich da hinten auf. Sie schien durch einen Türspalt in den Festsaal zu spähen und plötzlich wurden die Mädchen von Entsetzen ergriffen. Oh, bitte Ruhe, Emily. Magdor, 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 es geht gut, mein Stück gefällt. Sie kommen gerade rechtzeitig, Fräulein Hessling, gehen Sie nur, kleiden Sie sich um, Sie haben ja erst im zweiten Akzent. Ja, gut, Gestatten, Dr. Hessling, Dietrich Hessling. Ah, Sie sind wohl der Bruder meiner beiden Schauspielerinnen. Jawohl, Frau Präsidentin, äh, Frau Greifin. Ach, sehr schön, aber jetzt, jetzt dürfen Sie nicht hinein, es würde stören. Natürlich nicht, entschuldigen Sie bitte, Frau von Vulko, ich, ich, Frau Greifin. Frau von Vulkos Gegenwart, auf die Dietrich nicht gefasst war, hatte ihn völlig aus der Fassung gebracht. Er rollte die Augen, wobei er zwischen den gemalten Ranken der halberblindeten Wandspiegel seinem geheimnisvoll blassen Abbild begegnete. Der zartgelbe Lack der Wände zeigte launische Sprünge und auf den Panos starben die Farben der Blumen und Gesichter. Dies Haus ist so romantisch, finden Sie nicht auch, Herr Doktor? Ja. Wenn man sich hier einen Spiegel sieht, dann glaubt man einen Reifrock anzuhaben. Worauf Dietrich immer ratloser ihr Hängekleid ansah. Die entblößten Schultern waren hohl und nach vorn gebogen, die Haare von slavischem Weißblond und Frau von Vulko trug einen Zwicker. Also, Sie passen hier glänzend herein, Frau Präsidentin. Entschuldigen Sie bitte, Frau Gräfin. Tatsächlich sollte man kaum glauben, dass dieses Haus seinerzeit nicht für eine wirklich vornehme Gesellschaft gebaut worden ist, sondern nur für die guten netziger Bürger. Ja, das ist in der Tat komisch, aber heute können sich zweifellos nur Frau Gräfin hier ganz zu Hause fühlen. Sie haben gewiss Sinn für das Schöne. Aber gewiss, Frau Gräfin. Ach, dann dürfen Sie den ersten Akt doch nicht ganz versäumen. sehen Sie wenigstens mit mir durch den Türspalt. Herr Major Kunze wird gleich abgehen. Er ist ja nicht besonders gut, aber was wollen Sie? Er sitzt im Vorstand der Harmonie und hat den Leuten die künstlerische Bedeutung meines Werkes erst zum Verständnis gebracht. Ach, so ist das. Das Stück heißt Die heimliche Gräfin. Oh, sehr interessant. Wenn Sie dann die Vorgänge auf der Bühne beobachten, dann werden Sie selbst feststellen, um was es geht. Nur, müssen Sie wissen, das junge Bauernmädchen, das mit Kunze spricht, ist seine natürliche Tochter. Was, Moment, der Kunze hat eine Tochter? Meine Grafentochter. Ach so. Hier im Stück. Ja, ich wollte schon sagen. Nein, nein, nein. Im Stück natürlich. Ja, natürlich. Deshalb ja auch der Titel, verstehen Sie. Ja, ja, das ist verständlich. Kunze klärt Sie gerade auf über Ihre Herkunft. Ach, hören Sie nur. Mein Stück ist hell. Sie haben mich wohl nicht erwartet. Oh, wer ist denn diese grässliche Person? Ach, das ist der Jarlason. Aber, aber, ich lasse mich nicht abspeilen. Aber warum wartet er denn nicht ab, bis der Applaus vorüber ist? Herr Assessor, Jarlason ist ein schlechter Charakter. Und ob, ja. Kennen Sie denn mein Stück? Nein, nein, nein. Aber ich kann mir natürlich denken, was er will. Jarlason ist der Sohn und Erbe des alten Grafen Kunze. Deshalb bin ich hier. Ich habe alles mit angehört. Ich verlange mein Recht. Das Recht des Adels, das seit Jahrhunderten geübte Recht. Sehen Sie? Mir allein gehört alles. Er ist nicht gesonnen, die Hälfte seiner ihm vom Gott verliehenen Besetztümer an die Nächte abzutreten. Ich verlange gebieterisch, dass du augenblicklich das Feld träumst. Wieder jedenfalls ich dich als Erbschleicherin verhaften lasse. Passen Sie nur auf, er geht aufs Ganze. Und dich, mein greiflicher Vater, lasse ich entmündigen. Ach, das ist doch eine Gemeinheit. Sie ist doch seine Schwester. Nicht so laut, sehr eifersüchtig. Entschuldigen Sie bitte. Ich schließe doch lieber die Tür. Sie lassen sich hinreißen. Er ist nicht so gemein, wie Sie glauben, mein Wester. So, ich hatte schon. Er hat Recht. Wenn er ein Fideicumis aus den Gütern machen will, er arbeitet eben fürs ganze Geschlecht, mag auch der Einzelne zu kurz kommen, wie die heimliche Gräfin. Das ist natürlich tragisch. Also, wenn man so recht bedenkt. Dietrich war hoch erfreut. Das ist ja alles sehr gut. Dieser aristokratische Gesichtspunkt kam auch ihm selbst zu statten. Vorzüglich. Wenn er keine Neigung fühlte, mag er bei ihrer Verheiratung am Geschäft zu beteiligen. Also, Frau Gräfin, ich muss Ihnen sagen, Ihr Stück ist erstklassig. Pssst, der erste Akt wird bald zu Ende sein. Mal sehen. Eine wirkliche Schande, die wir unsere aristokratische Familie bringen. Ach, er übertreibt. Ich habe es ihm immer gesagt. Na ja, aber die Leute gehen mit, Frau Gräfin. Also, freilich, den Jaderson hätte ich nicht mitspielen lassen, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Schon wegen der großen Ohren. Pssst. Ich dachte nicht, dass Sie auf der Bühne so wirken würden. Glauben Sie, dass mein Stück deswegen ein Misserfolg wird? Aber was? Nein. Ein Stück wie die heimliche Gräfin ist nicht umzubringen, Frau Gräfin. Nicht wahr? Es kommt beim Theater doch wohl auf die künstlerische Bedeutung an. Gewiss. Und wo doch der zweite Akt noch viel besser ist. Ist er das? Er spielt in einer protzigen Fabrikantenfamilie und die heimliche Gräfin dient dort als Stubenmädchen. Ach, das ist. Ja, und dann ist da ein Klavierlehrer, kein feiner Mensch. Einer der Töchter hat er sogar geküsst. Na. Ja, und nun machte der Gräfin einen Heiratsantrag, den Sie ihn natürlich weit von sich weist. Das ist doch sehr verschämt. Ja, ein Klavierlehrer. Klavierlehrer, natürlich. Wie könnte sie. Ja, wie könnte sie. Aber nun sehen Sie, wie tragisch. Ja. Die Tochter, die sich von dem Klavierlehrer hat küssen lassen, die verlobt sich auf einem Ball mit einem Leutnant. Was? Ein Leutnant kommt davon? Ja, und wie der Leutnant ins Haus kommt, da ist es derselbe Leutnant, den der alte Graf seiner Tochter zum Mann geben will und er versprochen hatte, sie in der ganzen Welt zu suchen. Ach, das ist ja toll. Nun hat er sie gefunden. Oh Gott, Frau Gräfin. Also wie kommen Sie nur auf diese Geschichte? Ja, das ist nämlich das Interessanteste. Nachher weiß man es nicht mehr. Manchmal es geht so geheimnisvoll zu im Gemüt. Also manchmal denke ich, ich muss es geerbt haben. Ja, haben Sie denn so viele Dichter in der Familie? Nein, das nicht. Aber es kommt schließlich immer auf das Blut an. Ja, jetzt fällt hervor, Entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss mich um meine Schauspieler kümmern. Bis gleich. Aus dem Festsaal strömte das Publikum jetzt in die Spiegelgalerie ans Buffet. Alle Honorationen der Stadt. Pastor Zillig mit Frau und Tochter Kätchen, Herr Bürgermeister Dr. Scheffelfeiß mit Frau und Schwiegermutter und der alte Herr Buck, umgeben von einem Schwarm junger Mädchen, denen er versprochen hatte, die von lokaler Künstlerhand in diesem historischen Gebäude der Harmonie angebrachten Gemälde zu erklären. Und auch Guste Daimchen trat jetzt aus dem Saal am Arm ihres Verlobten Wolfgang Buck. Kätchen Zillig grüßte sie nicht. Und auch die anderen feinen Bürger sahen weg oder machten heimliche Bemerkungen. Das Gerücht, von dem die beiden offenbar keine Ahnung hatten, folgte ihnen mit aberhundert Augen. Das Paar steuerte in fröhlicher Stimmung geradewegs auf Diederich zu, den die Gräfin soeben verlassen hatte. Die Präsidentin hat wacker gedichtet, nicht wahr? Ein sehr kluges Werk, ja. Nur Jardassons Ohren haben Sie gehört? Jardassons soll eine Amtshandlung vornehmen und seine Ohren konfiszieren. Also ich mache keine Witze, wenn es jemandem schlecht geht. Eine Affenschande. Herr Professor Kühnchen ging an Ihnen vorbei. Auf Pastor Zillig zu. Guten Abend, Frau Pastor. Eine ausgewachsene Affenschande. Dort sprechen Sie auch davon. Wovon? Wir wissen schon. Und wer es aufgebracht hat, weiß ich auch. Wieso? Ich verstehe nicht. Warum werden Sie denn gleich rot? Aber wie können Sie sagen... Es ist Ihnen wohl heiß, Sie? Hässling ist ein vorsichtiger Politiker. Er hört nicht gern mit an, dass der Bürgermeister zwar einerseits ein guter Ehemann ist, aber andererseits auch seiner Schwiegermutter nichts abschlagen kann. Also das ist doch eine Gemeinheit. Wie kann sich jemand eine solche Gemeinheit ausdenken? Erstens scheint es Tatsache zu sein, denn die Frau Bürgermeister hat die beiden überrascht und sich einer Freundin anvertraut. Dann aber lag es ihr auf der Hand. Na, Sie, Herr Doktor, wären natürlich nie darauf gekommen. Aha, jetzt weiß ich freilich genug. Und er drehte Ihnen den Rücken zu. Sie erfanden also Selbstgemeinheiten, noch dazu über den Bürgermeister. Diederich durfte den Kopf hoch tragen. Diese Gesellschaft, das wird sich ändern. Er steuerte auf den Bürgermeister zu und wo immer er vorbeikam, empörte man sich. Nicht über den Bürgermeister mit seinem Einerseits und Andererseits, sondern über die Familie Buck. Man scherzte über den alten Sünder, der nun, um das Geld zusammenzuhalten, seinen Sohn mit seiner Tochter verheiraten will. Dieser alte Herr indes sah plötzlich die ihn umgebenden Mädchen davonlaufen. Andere wurden von ihren Müttern Brüst fortgeholt. Er wurde verlegen. Diederich betrachtete ihn aus der Entfernung. Er fragte sich, ob die Klatschgeschichte seiner Mutter denn etwa wahr sei. Da das Phantom, das er selbst in die Welt geschickt hatte, hier einen Körper annehmen und immer drohender um sich greifen sah, war ihm selber bange geworden. Diesmal galt es dem alten Herrn Buck, nicht irgendein Majestätsbeleidiger, sondern dem großen Mann der Stadt, der Verkörperung ihres Bürgersinns, dem zum Tode Verurteilten von 48. Im eigenen Herzen fühlte Diederich ein Sträuben gegen sein Unterfangen. Auch schien es Wahnwitz. Ein Streich wie dieser zerschmetterte den alten Buck noch lange nicht. Und wenn die Geschichte herauskommt... Ach was, der Streich hat getroffen, die ganze Familie und den Alten mit. Der Bruder vor dem Bankrott, der Schwiegersohn im Gefängnis, die Tochter auf Reise mit einem Liebhaber, noch von den Söhnen, einer verbauert, der andere verdächtig, durch Gesinnung und Lebensführung. Und jetzt schwankt er selbst zum ersten Mal. Herunter mit ihm. Damit Diederich hinaufkam. Trotzdem war es ihm bange bis in den Leib hinein. Er machte sich auf, um die Nebenräume zu besuchen, während es zum zweiten Akt klingelte. Da stieß er auf den Bürgermeister und zugleich hörte er in unmittelbarer Nähe wiederholt, was er von Gust und Wolfgang Buck soeben über der Stadt überhaupt gehört hatte. Und das hielt ihn nicht mehr. Er eilte auf den Bürgermeister zu, der seine Damen vorausschickt und mit Diederich zum Buffet zurückging. Das ist einmal ein gelungenes Fest. Was, lieber Doktor? Aber Diederich zeigte sich gar nicht geneigt, auf die nichtssagende Herzlichkeit einzugehen, die Dr. Schiffelweiß so sehr liebte. Er schwieg, bis sie am Buffet waren und richtete sich so dann auf wie das Verhängnis und blitzte. Herr Bürgermeister, ich, äh, ich fühle mich nicht berechtigt, Sie im Unklaren zu lassen über gewisse Dinge, die, äh, die, die vorgehen. Ich bitte Sie, lieber Hessling, ja, ich weiß ja, ich weiß ja alles. Es ist die fatale Geschichte mit unserem allverehrten, ja, wollte sagen, die Schweinerei des alten Buck. Es ist mehr. Sie dürfen sich nicht länger täuschen, Herr Bürgermeister. Es betrifft Sie selbst. Junger Mann, ich muss doch Sie erbitten. Stehen zur Verfügung, Herr Bürgermeister. Dr. Schiffelweiß irrte, wenn er hoffte, dieser Kelch sei durch Aufbegehren besser abzuwenden als durch Flehen. Er war in Diederichs Hand. Die Spiegelgalerie hatte sich geleert, er sah sich ihm gegenüber, allein. Buck und Genossen führen einen Gegenschlag. Sie sind entlarvt und reichen sich. An mir? Verleumdungen. Ich wiederhole, infame Verleumdungen werden gegen Sie gerichtet. Kein Mensch würde Sie glauben, aber in diesen Zeiten der politischen Kämpfe, ich weiß nicht. Ja, wie, aber ich bin doch... Dr. Schiffelweiß war sichtlich kleiner geworden. Da bekam Diederich die Stimme des Gerichts. Herr Bürgermeister, Sie erinnern sich an unsere erste Unterredung in Ihrem Hause mit Herrn Assessor Jadesson. Es war damals, als ich gerade aus Berlin nach Netzich zurückgekehrt war. Ich habe Sie schon damals darauf vorbereitet, dass ein neuer Geist in diese Stadt einziehen werde. Die schlappe, demokratische Gesinnung hat abgewirtschaftet. Stramm national muss man heute sein. Sie waren gewarnt. Aber Herr Dr. Hessling, ich war innerlich schon immer auf Ihrer Seite. Umso mehr, lieber Freund, als ich ein besonderer Verehrer seiner Majestät bin. Unser herrlicher junger Kaiser ist ein so origineller Denker, impulsiv und... Die persönlichste Persönlichkeit. Persönlichkeit. Aber ich in meiner Stellung, die nach beiden Seiten blickt, kann Ihnen auch heute nur wiederholen, schaffen Sie neue Tatsachen. Und mein Prozess? Ich habe die Feinde seiner Majestät glatt zerschmettert. Ich habe Ihnen nichts in den Weg gelegt. Ich habe Sie sogar beglückwünscht. So, mir nicht bekannt. Wenigstens im Stillen. Heute muss man sich offen entscheiden, Herr Bürgermeister. Seine Majestät haben selber gesagt, wer nicht für mich ist, ist wieder mich. Unsere Bürger sollen endlich erwachen aus dem Schlummer und bei der Bekämpfung der umwälzenden Elemente selbst mit Hand anlegen. Wo aber bleibt der Bürgermeister? Ja, ja, sehen Sie, ich weiß, ja, ja, die neue Jugend weiß, was sie will. Und einerseits bin ich ja bereit, aber andererseits, wissen Sie, junger Freund, Sie als Vertreter der harten Zeit... Diederich mit herabgezogenen Mundwinkeln nahm die Huldigung entgegen. Er genoss einen der Augenblicke, in denen er mehr bedeutete als sich selbst und im Geist eines Höheren handelte. Er sah auf den Bürgermeister hinunter, als hätte er gethront. Nächstens haben wir Stadtverordnetenwahlen, da kommt es nun ganz auf Sie an, Herr Bürgermeister. Der Prozess Lauer hat einen Umschwung der öffentlichen Meinung bewirkt. Die Leute haben Angst vor mir. Wer mir behilflich sein will, ist mir willkommen. Wer sich mir entgegenstellt... Ich bin ganz Ihrer Meinung. Freunde des Herrn Buck dürfen nicht gewählt werden. Das liegt in Ihrem eigensten Interesse. Bei den Schlechtgesinnten untergräbt man Ihren guten Ruf, Herr Bürgermeister. Könnten Sie es heute überleben, dass die Gutgesinnten den abscheulichen Verleumdungen nicht mehr widersprechen? Ich... ich verstehe. Es kommt nur auf Sie an. Oh. Guten Abend, Herr Regierungspräsident. Diederich trat plötzlich zurück und machte einen Kratzfuß. Der Regierungspräsident von Vulko kam herbei unter elastischem Schwenken des Bauches und legte seine schwarze Tatze dem Dr. Schäffelweiß auf die Schulter. Na, Bürgermeisterchen? So solo hier? Ihre Stadt verordnet, nahm Sie wohl rausgeworfen. Diederich sah sich plötzlich besorgt nach der Saaltür, um die zum Glück geschlossen war. Dennoch trat er vor Vulko hin und flüsterte ihm einige Worte zu, infolge deren der Präsident sich abwandte und seine Kleider ordnete. Sie sind wirklich sehr brauchbar, Doktorchen. Ihre Anerkennung, Herr Präsident, macht mich außerordentlich glücklich. Sie können gewiss auch sonst noch allerlei. Oh ja, oh ja. Wir müssen mal drüber reden. Er streckte den Kopf vor, braunfleckig, mit slavischen Backenknochen und glotzte Diederich an aus den Mongolenfalten seiner Augen, die voll einer barmblütigen, schalkhaften Gewaltsamkeit war. Glotzte, bis Diederich schnaufte. Dieser Erfolg schien Vulko zu befriedigen. Na nun los, der Klimm-Bimm ist wohl schon im Gange. Ach Gott, Ottochen. Na, da ist sie ja. Dacht mir schon, wenn's zum Klappen kommt, scheut sie. Ach Gott, Ottochen. Mehr reiter jeist, meine beste Frieda. Ich hab nun mal solche grauenhafte Angst. Ich weiß wohl, man sollte freudigen Herzens in die Schlacht gehen. Besonders, wenn sie im Voraus gewonnen ist, Frau Greifel. Ach, Sie. Herr Dr. Hessling hat mir nämlich schon während des ersten Aktes Gesellschaft geleistet. Er hat Sinn für das Schöne. Er gibt einem sogar nützliche Winkel. Hab ich gemerkt. Es ist aber ein prächtiges Stück mein Kompliment, Frau Drewein. Trotzdem bin ich dafür, wir bleiben gleich hier beim Viché. Ja, das war auch mein Schlachtplan. Ich habe diese kleine Tür zum Saal entdeckt und kann so dem Spiel folgen. Bürgermeisterchen, den Hummersalat sollten Sie sich kaufen. Ja. Übrigens, in der Sache mit dem städtischen Arbeitsnachweis hat der Magistrat mal wieder eine jammervolle Rolle gespielt. Und diesmal können Sie sich nicht mal auf den alten Bug rausreden. Die Anwendung tut es. Und die ist Ihre Sache. Einerseits, ja, Herr Regierungspräsident. Andererseits, Quatsch, mit Ihrem Arbeitsnachweis ziehen Sie unser Eim, der im Osten begeht, dann ist die Arbeiter fort, das doch mal sicher. Und ferner, Sie haben sogar Vertreter der Arbeit an Ihrem miseraten Arbeitsnachweis und dabei vermitteln Sie auch für die Landwirtschaft. Hohen Steuern Sie also? Nach der Koalition der Landarbeiter. Sehen Sie wohl, Bürgermeisterchen, wir kommen Ihnen hinter die Schliche, wird nicht geduldet. Ja, aber es ist doch wegen der Arbeitslosen. Einerseits... Die Frau Gräfin hatte leider Diederichs Aufmerksamkeit derart in Anspruch genommen, indem sie ihm weiter ihr Stück erklärte, dass dieser sich Außerstande sah, an dem ihn sehr interessierenden Gespräch der Herren teilzunehmen. Erst jetzt löste er sich aus dem Bann der Dichterin und bestätigte Vulkurs Protest mit einem Kratzfuß. Sehr gut gesagt. Ich weiß, diese Stelle in meinem Stück ist mir gelungen. Sie hatte Diederichs Anerkennung selbstverständlich auf sich bezogen. Ja, das ist Kunst, die zum Herzen spricht. Das ist ein Skandal! Ich ertrage das alles nicht mehr! Hochdramatisch ist das auch. Ja, natürlich! Also, meine Hand, ich bin nicht verstanden. Es geht ja umfurchtbar. Ich danke Ihnen sehr, Frau Gräfin. Vielen Dank. Nächste Woche, Herr Präsident, werden zwei Stadtverordnete gewählt für Lau and Book Junior. Gut, dass er von selbst geht. Dann sorgen Sie nur dafür, dass anständige Leute reinkommen. Ja, selbstverständlich. Sie sollen ja mit der netzigen Zeitung gut stehen. Also, ich halte mich vorläufig noch zurück, Herr Präsident. Für die nationale Sache ist es besser. Sieh mal an. Sie möchten sich wohl selbst wählen lassen. Ich, ich würde das Opfer bringen, ja. Und was wollen Sie machen, wenn Sie drin sind? Dafür sorgen, dass der Arbeitsnachweis aufhört. Na ja, als nationaler Mann. Niemand will freudiger einen Geist. Kennen wir, Bürgermeisterchen. Freudig begrüßen können Sie, wenn es nicht kostet. Aber einen glatten Strich ziehen zwischen Kaisertreuen und Umsturz. Meine Herren, verkennen Sie mich nicht, ich bin zu allem bereit. Aber mit dem Strich ist nicht geholfen. Denn bei uns hier bedeutet er bloß, dass fast alle, die nicht freisinnig wählen, sozialdemokratisch wählen. Ach, was denn? Eine heiße Wurst bitte. Wenn die Wahlen nicht von selbst kommen, müssen Sie ihm gemacht werden. Aber womit? Wie wollen Sie denn die Netzige an die Kandar nehmen, Doktor? Herr Präsident, Netzig wird kaisertreu, dafür bürge ich Ihnen mit allem, was ich bin und habe. Schön. Denn wir haben einen Agitator, den ich als erstklassig bezeichnen möchte. und das ist seine Majestät selbst. Die persönlichste Persönlichkeit, originell, impulsiv. Naja, also, meine Herren, ich will Ihnen mal was sagen. Ich glaube, der Reichstag wird aufgelöst. Ist das wahr? Der Kriegsminister war neulich mit mir auf der Jagd, bei meinem Vierter von Quirzin. Einige Herren dieses Reichstages passen sowieso schon lange nicht mehr. Wenn Sie die Militärvorlagen nicht schlucken, ist Schluss. Das ist, das ist großzügig, Herr Präsident. Das ist ganz sicher. die persönliche Initiative seiner Majestät. Dann sind schon wieder Reichstagswahlen und ich war froh, dass wir unseren bewährten Abgeordneten hatten. Das heißt natürlich, Landgerichtsdirektor Kühlemann ist auch ein Freund der Freisinnigen. Ach, was ein Mördler. Ein Vaterlandsloser Geselle ist es aber. Herr Präsident, diesmal ist das aus mit diesen Leuten hier netzig. Lassen Sie mich nur erst Stadtverordneter sein, Herr Bürgermeister. Was denn? Dabei ist es ganz sicher, dass er eine Million erbt. Niederich wurde jäh unterbrochen. Die Tür zum Festsaal wurde eilig geöffnet und wieder geschlossen. Es war Kühlemann selbst. Der Greis schleppte seine schwere, kranke Masse eilig durch die Spiegelgalerie. Seit dem Prozess ist er noch mehr verfallen. Der hätte Lauer lieber freigesprochen. Nierensteine führen wohl schließlich zur Auflösung. Und im Reistag sind wir seine Nierensteine. Sein Testament. Er hat die Stadt zum Ärmer eingesetzt. Wahrscheinlich bauen wir von dem Geld ein Säuglingsheim. Bauen Sie es aber. Einen nationaleren Zweck können Sie sich wohl nicht denken, was? Ach so, die Stadt beerbt ihn. Wie viel Pinke hat er denn? Eine halbe Million wenigstens. Sieh mal an. Ich wäre glücklich, wenn es zu machen wäre. Es ist zu machen. Glatt. Schief gehen kann es immer nicht. Wenn man einander versteht, Herr Präsident, dann nicht. Kühnemann wird nicht wieder kandidieren für den Reichstag. Die Freisilligen wollen Dr. Heuteufel aufstellen. Das werden Sie ja wohl zu verhindern, wissen Doktorchen. Und zwar noch, bevor jemand etwas von der Auflösung des Reichstages erfährt. Gewiss, nur einerseits, wissen Sie, Herr Präsident... Wir bringen der Bande noch ihr Sinnung bei. Was, Doktorchen? Das verspreche ich Ihnen, Herr Präsident. Na denn, hat meine Frau sich schon zum Tee eingeladen, umso bald mal vorbei. Als die Herren sich trennten, fiel im Saal der Vorhang und wieder zeigte man sich in der Spiegelgalerie. Frau Gräfin von Vulko hielt Zerkel. Und wie Dietrich den Kopf wandte, sah er, dass auch um den alten Buck sich eine Gesellschaft wohlwollend reinschauender Bürger sammelte. Es war erstaunlich, aber man lernte die Menschen kennen. Sie ertrugen es nicht, dass sie in der Pause vorhin ihren instinktenfreien Lauf gelassen hatten. Mit beteuerndem Gesicht machte einer nach dem anderen sich an den Alten heran und wollte es nicht gewesen sein. So groß war noch nach schweren Erschütterungen die Macht der Bestehenden von Alters her anerkannten. Nachdem Vulko gegangen war, fand auch Dietrich es angezeigt, nicht in auffälliger Weise hinter der Mehrheit zurückzubleiben. Der Alte saß eben allein in dem Polstersessel, der für ihn bereitgestellt worden war, als Dietrich auf ihn zuging. Da sind Sie, mein lieber Hässling. Ich habe es oft bedauert, dass Sie nicht kamen. Ach, wissen Sie, die Geschäfte, die Familie, man hat so seine Sorgen. Es ist schön, dass Sie mir das eingestehen. Sie sind jung und handeln wohl unter den Antrieben, denen die Geister heute gerorchen. In die Unduldsamkeit des Alters will ich nicht verfallen. Ich achte den Kampf und kenne ihn zu gut, um jemanden zu hassen, und der gegen die Meinen kämpft. Ach, man kommt da so in Sachen hinein, dieser Prozess. Ich weiß, ich weiß. Sie suchen und haben sich selbst noch nicht gefunden. Sagen Sie, Sie haben das Haus hinter dem Ihren nun doch nicht gekauft? Ihre Pläne haben sich wohl geändert. Dietrich ahnte, dass der Alte alles wusste und sah schon seine heimlichsten Berechnungen enthüllt. Sollten Sie etwa Ihre Fabrik zunächst verlegen und erst dann weiter wollen? Ich könnte mir denken, dass Sie Ihr Grundstück zu verkaufen wünschen und nur auf eine gewisse Gelegenheit warten, die auch ich in Betracht ziehe. Die Stadt hat vor, ein Säuglingsheim zu errichten. Durchaus nicht, Herr Böhm. Also mein väterliches Erbstück gebe ich nicht her. Nun, nun, nun. Ich bin kein Versucher. Ihre Pietät ehrt Sie. Esel. So werden wir uns eben nach einem anderen Terrain umsehen. Ja, vielleicht werden Sie dabei mitwirken. Uneigennützigen Gemeinsinn lassen wir uns nicht entgehen. Auch nicht, wenn er einen Augenblick in falsche Richtung zu wirken scheint. Wollen Sie Stadtverordneter werden, so haben Sie meine Unterstützung. Diederich starrte ohne zu begreifen. Die Augen des Alten waren blau und tief. Und er bot Diederich eben das Ehrenamt an, um das Diederich seinen Schwiegersohn gebracht hatte. Sollte man nun ausspucken oder sich verkriechen. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen, Herr Bock. Sie sehen, der Gemeinsinn schlägt Brücken von jung zu alt und sogar zu denen, die nicht mehr da sind. Wie diese Bilder hier an den Wänden beweisen. In diesem Haus lebt die Geschichte fort. Aber sehen Sie nicht nur die politische, auch unsere Gesellschaft finden Sie in diesen Räumen wie in einem Spiegel. Mit allen Launen, allen Spielen. Sehen Sie dort? Ach, kommen Sie doch mal mit. Ja, danke. Er führte Diederich hinter eine Pflanzengruppe und zeigte ihm an der Wand zwei Figuren. Einen jungen Schäfer, der sehnsüchtig die Arme öffnete und jenseits eines Baches eine Schäferin, die sich anschickte, hinüber zu springen. Was meinen Sie? Werden die beiden zusammenkommen? Das wissen viele nicht mehr. Ich weiß es noch. Er sah sich um, ob niemand ihn beobachtete und plötzlich öffnete er eine kleine Tür, die man nie gefunden haben würde. Die Schäferin bewegte sich dem Liebenden entgegen, doch ein wenig und hinter der Tür im Dunkeln musste sie ihm in den Armen liegen. Der Alte wies in das Zimmer, das er aufgedeckt hatte. Es heißt das Liebeskabinett. Laternenschein von irgendeinem Hof fiel durch das Fenster ohne Vorhang. Er beglänzte den Spiegel und das dünnbeinige Kanapé. Sehen Sie, mein junger Freund, für so etwas hatte man Sinn damals. Und damit schloss er die geheime Tür wieder. Jemand drängte sich an ihn, Herr Landgerichtsrat Fritzsche, soeben aus Italien zurückgekehrt, wohin er, wie man wissen wollte, mit der Tochter des alten Buck, Judith Lauer, deren Mann nun im Gefängnis saß, heimlich gereist war. Der Alte stand da so steif, dass sein Rücken sich aushüllte und blickte kühl und unverwandt auf den Mann, der seine Tochter entführt hatte. Dietrich schämte sich für Fritzsche und blieb vor dem Liebeskabinett stehen, während die beiden davongingen. Seine Haltung macht Eindruck, aber er weiß, dass seine Zeit gekommen ist. Na nun, Herr Doktor, so völlig in Gedanken. Ach so, Fräulein Ketjen. Ketjen Zillig, die Pastorentochter und heimliche Geliebte von Assessor Jaras Sohn und sicher noch anderer Herr in der Stadt stand vor Dietrich. Na, was denken Sie denn über den grünen Engel? Der grüne Engel? Sind Sie das? Sie sollten wirklich vorsichtiger sein. Ich fühle mich geradezu verpflichtet, Ihren Herrn Vater aufmerksam zu machen. Meinem Papa habe ich neulich gleich von unserem Ausflug erzählt. Sie wissen doch. Na, und ob ich es weiß? Was macht es denn? Es waren doch nur Sie. Und Janerson war auch noch da, mit seinen großen Ohren. Ach, auf die Ohren kommt es doch nicht an. Aha. Sehen Sie mal hier. Sehen Sie mal hier. Meinen Sie, die Schäferin wird über den Bach springen und den Schäfer glücklich machen? Weiß? Schaaf. Sehen Sie? Hier, sehen Sie? Sie springt. Diederich hatte die geheime Tür geöffnet. Käthchen streckte neugierig ihren Hals in das Zimmer. Da hatte sie einen Stoß und war ganz drin. Diederich warf die Tür zu, er fiel stumm über Käthchen her mit wildem Schnaufen. Lassen Sie mich hinaus, ich kratze. Sie wollte kreischen, aber sie musste lachen, was sie wehrlos machte und dem Sofa mehr brachte. Der Kampf mit ihren entblößten Armen und Schultern versetzte Diederich voll ins Außer sich. Jawohl, jetzt kommt was, jetzt kommt was. Schaaf, weil ich damals im grünen Engel gegangen bin und sie mit Jadason allein ließ, jetzt kommt was. Bin ich noch ein Schaf? Wenn man denkt, ein Mädchen ist anständig und man hat ehrliche Absichten, ist man ein Schaf. Jetzt kommt was. Mit einem letzten Ruck schleuderte er sie hin. Was kommt denn jetzt? Dann lassen Sie mich los. Plötzlich war ihre Verteidigung ernst, sie rang sich hervor und der Streifen Gaslicht, den das kahle Fenster hereinließ, beschien ihre Unordnung und ihr Gesicht, von der Anstrengung wie geschwollen, war nach der Tür gerichtet. Diederich wandte den Kopf. Ach. Da stand Guste Däimchen. Sie starrte entgeistert her. Käthchen quoll in die Augen heraus und Diederich auf dem Sofa knien, verrenkte sich den Hals. Endlich zog Guste die Tür an und ging entschlossen auf Käthchen zu. Du gemeines Luder, selber eins. Es handelt sich um einen Scherz. Sie kenne ich, von Ihnen kann ich es mir denken. So, du kennst ihn, dass ich sowas muss mit ansehen. Du hast gar nichts gesehen. Wozu siehst du es dir überhaupt an? Von dir finde ich es sowieso sonderbar, wer so viel Butter auf dem Kopf hat wie du. Ich? Was tue ich denn? Das wirst du wohl selbst wissen. Mir ist das zu peinlich. Gar nichts weiß ich. Was habt ihr überhaupt alle? Ja, es ist wohl doch besser, wenn wir jetzt das Lokal verlassen. Keinen Schritt tue ich, bis ich es weiß. Den ganzen Abend merke ich es schon, dass sie mich anglotzen, als ob ich einen toten Fisch verschluckt hätte. Siehst du? Sei froh, dass sie dich nicht hinauswerfen mitsamt deinem Halbbruder Wolfgang. Mit wem? Meinen Halbbruder? Nein, nein. Wieso Halbbruder? Ach so, so eine Gemeinheit. Ihr seid neidisch wegen meinem Geld. Ach Quatsch, dein Geld brauchen wir nicht. Es ist doch nicht wahr. Ach Gott, oh Gott, was haben wir da angerichtet? Sehst du wohl? Fräulein Guste, Fräulein Guste, bitte, bitte, Sie wollen doch nicht, dass die Leute kommen. Weinen Sie doch nicht so laut. Naja, sowas kann man doch nie wissen. Ich meine, ähnlich sehen sie sich nicht. Du, du bist überhaupt eine feine Nummer, du verlogene Pastorentochter. Von dir sag ich, was ich gesehen habe. Streich dir wenigstens dein Kleid glatt. Dann mach aber schnell, sonst bin ich eher hier draußen und dann sage ich den Leuten, dass du hier drin bist mit diesem Herrn. Hier war Diederichs Blick in Gustes Augen geraten. Er verständigte sich mit ihrem Blick, dann glitten Diederichs Augen an Guste hinunter bis sie auf den Brillanten trafen, der an ihrem kleinen Finger blitzte und den sie vor nicht langer Zeit gemeinsam aus den Lumpen gezogen hatten. Da lächelte Diederich ritterlich und Guste tief errötet trat so nah zu ihm, als lehne sie sich an. Käthchen schlicht zur Tür. Diederich neigte sich zärtlich über Gustes Schulter. Ihr Verlobter lässt sie aber lang allein. Ach der. Er senkte das Gesicht und drückte es auf ihre Schulter. Sie hielt ganz still. Schade. Da zog er sich unerwartet zurück, dass Guste ausglitt. Sie begriff auf einmal, dass ihre Lage sich wesentlich geändert hatte. Ihr Geld war nicht mehr Trumpf, es war entwertet. Ein Mann wie Diederich war mehr wert. Sofort bekam sie einen Blick wie eine Hündin. An der Stelle ihres Verlobten würde ich allerdings anders vorgehen. Wie kommt man denn hier wieder raus? Durch den Eingang können wir nicht, da sind Leute. Und sie zog die Türe fest dazu. Es dauerte lange, bis Diederich eine zweite Tür entdeckte. Ein Spiegel löste sich aus der Wand. Hier, hier, hier kommt man raus. Auf seiner Rückseite war das Bild des Schäfers, der sich entfernte. Hier, das ist der Ausgang, wenn man es hinter sich hat. Ich habe gar nichts hinter mir. Ich auch nicht. Sie trennten sich, dann war der letzte Akt vorbei und der Tanz begann. Guste saß die meiste Zeit allein, von allen geniedeln. Diederich machte einen Gang durch die Seitenzimmer und entdeckte dort an einem Tischchen Wolfgang Buck. Er zeichnete in sein Notizbuch die Mütter, die um den Saar herum warteten. Sehr talentvoll. Haben Sie auch schon Ihr Fräulein Braut porträtiert? In der Beziehung interessiert sie mich nicht. Mit Ihnen weiß man überhaupt nicht... Mit Ihnen weiß man immer. Damals vor Gericht während Ihres großen Monologes hätte ich Sie zeichnen müssen. Wollen wir nicht eine Flasche Sekt zusammen trinken? Na, habe ich nur gerade mit Ihnen. Aber gut, das Gericht hat durch sein Urteil festgestellt, dass Ihre Vorwürfe sich nicht allein gegen mich, sondern gegen alle nationalgesinnten Männer richtete. Damit sehe ich die Sache als erledigt an. Also, eine Flasche Sekt bitte, aber trocknen. Jetzt kann ich es Ihnen ja sagen. Ihre Rolle vor Gericht hat mich mehr interessiert als meine eigene. Später zu Hause vor meinem Spiegel habe ich sie Ihnen nachgespielt. Meine Rolle? Sie wollen nur sagen meine Überzeugung. Freilich für Sie ist der repräsentative Typus von heute der Schauspieler. Und deshalb brauchen Sie keine Überzeugung. Gott, ich habe auch welche, aber immer dieselben. Bitte sehr, die Herren. Danke, Herr Ober. Na, denn Prost. Prost. Sie würden mir wohl anraten, zum Theater zu gehen. Na ja, ich würde... Gustav war hereingetreten und Diederich errötete. Wolfgang bemerkte sie nicht. Inzwischen würde mein Topf mit Wurst und Kohl mir überkochen. Und es ist ein so gutes Gericht. Die Herren unterhalten sich wohl gut. Ach, da bist du ja. Soll ich wieder gehen? Aber nein, bitte, bitte. Bleiben Sie doch, bitte. Ihr beiden passt eigentlich großartig zueinander. Bloß, dass ihr so förmlich seid. Das ist die gegenseitige Achtung. Eigentlich, so oft ich mich von Ihrem Herrn Bräutigam trenne, habe ich Wut auf ihn. Aber beim nächsten Wiedersehen freue ich mich. Wenn ich nämlich noch kein nationalgesinnter Mann wäre, würde er mich dazu machen. Und wenn ich es wäre, würde er es mir abgewöhnen. Das ist der Leiz. Jetzt sage ich dir was, Wolfgang. Wecken, dass du umfällst. Herr Ober, einen Hennessy. Dietrich erschrak. Er ahnte, was Gustav vorhatte. Ein Hennessy? Herr Doktor auch? Nein, nein, danke. Wolfgang mischte sorgfältig den Kognak mit Sekt, während Dietrich immer verlegener wurde. Sie werden doch keine Dummheiten machen. Dr. Hessling hat Angst. Er findet die Geschichte zu gemein. Ich finde sie bloß ulkig. Was sagst du? Dein Vater soll mit meiner Mutter. Verstehst du? Und infolgedessen sollen wir. Verstehst du? Wenn schon. Wieso wenn schon? Nun, wenn die Netziger an sowas glauben, muss es bei ihnen wohl alle Tage vorkommen. Tut also nichts. Hören Sie, überall können Fehltritte vorkommen. Aber über die Meinung seiner Mitmenschen setzt sich niemand ungestraft hinweg. Da siehst du, Dr. Hessling ist nicht wie du. Er an deiner Stelle würde sich die Leute kaufen, die sich unterstehen und verklatschen mich. Wolfgang drehte immerfort sein Glas und spiegelte sich darin. Plötzlich ließ er es los. Wer sagt euch denn, dass ich mir nicht auch ganz gern mal einen kaufen würde, einen herausgreifen, ohne besondere Auswahl, weil doch alle so ziemlich gleich dumm und gemein sind? So was sagt man, aber die sind gar nicht so dumm. Die wissen, was sie wollen. Der Dümmer ist immer der Klügere. Ja, ja. Wolfgang sah Dietrich plötzlich an aus Augen, die auf einmal wie irrsinnig waren. Wenn ich aber... Er bewegte die Fäuste mit krampfigem Zittern um seinen Hals her. Wenn ich den einen am Kragen hätte, von dem ich wüsste, er zettelt alles an. Wolfgang! Er fasst in seiner Person zusammen, was an allen hässlich und schlecht ist. Ihn am Kragen hätte, der das Gesamtbild wäre, alles Unmenschlichen, alles Untermenschlichen. Wolfgang! Dietrich war weiß, wie sein Frag kämmt und wicht zurück. Das ist der Kognak. An die Mischung bin ich gewöhnt. Es ist nur, damit ihr seht, wir können auch das. Ach, Sie sind doch nur ein Komödiant. Finden Sie? Na dann, hau, misiert euch nur weiter so. Dann trinken Sie doch. Prost! Später. Wissen Sie, dass ich erst jetzt rechte Lust bekomme, voll ein Däumchen zu ehelichen? Ich hielt die Sache für nicht sehr sensationell, aber die Einwohner von Netzig machen geradezu eine Pikanterie daraus. Ah. Was will Sie finden? Warum nicht? Sie und ich? Wir beiden Gegenpole führen doch hier die vorgeschrittenen Tendenzen der moralfreien Epoche ein. Wir machen Betrieb. Der Geist der Zeit geht hier noch in Filzschuhen über die Straße. Wir werden ihm Sporen anlegen. Prost! Prost! Aber meine Sporen, Ihre Skepsis und Ihre schlappe Gesinnung sind nicht zeitgemäß. Mit Geist ist heute nichts zu machen. Die nationale Tat hat die Zukunft. Die Zukunft? Das ist eben die Verwechslung. Die nationale Tat hat abgehaust im Lauf von 100 Jahren. Was wir erleben und noch erleben sollen, sind Ihre Zuckungen und Ihr Leichengeruch. Es wird keine gute Luft sein. Von Ihnen habe ich nichts anders erwartet, als dass Sie das Heiligste in den Schmutz ziehen. Heilig! Unantastbar! Sagen wir gleich ewig! Nicht wahr? Außerhalb der Ideale eures Nationalismus wird nie, nie wieder gelebt werden. Früher mag es sein, in der dunklen Periode der Geschichte, die Euch noch nicht kannte. Jetzt aber seid Ihr da und die Welt ist angelangt. Dünkel und Hass der Nationen, das ist das Ziel. Darüber hinaus geht es nicht. Wir leben in einer harten Zeit. Weniger hart als verkalkt. Ich bin nicht überzeugt, dass die Menschen, deren Dasein in den Dreißigjährigen Krieg fiel, an die Unabänderlichkeit ihres auch nicht weichen Zustandes geglaubt haben. Und ich bin überzeugt, dass die Rokoko-Willkür von denen, die ihr unterlagen, für überwindbar gehalten worden ist. Sonst hätten sie nicht die Revolution gemacht. Wo ist in den Räumen der Geschichte, die wir seelisch noch betreten können, die Zeit, die sich in Permanenz erklärt und aufgetrumpft hätte vor der Ewigkeit mit ihrer traurigen Beschränktheit, die jeden nicht ganz in ihr Befangenen abergläubisch bemäkelt hätte. Nicht national sein erregt bei Euch noch mehr Grauen als Hass. Aber die vaterlandslosen Gesellen sind Euch auf den Fersen. Dort, im Saal. Seht sie! Diedrich verschüttete seinen Sekt so schnell fuhr er herum. Ihm war als sein Napoleon Fischer mit seinen Genossen in den Saal eingedrungen. Bemühen Sie sich nicht. Ich meine nur das stille Volk auf diesen Wänden. Warum scheinen Sie so heiter? Was gibt Ihnen das Recht auf Blumenwege, leichten Schritt und Harmonie? Ah, ihr Freunde! Wolfgang war aufgestanden und näher an die Wandfresken mit den Tanzenden herangetreten, deren fröhliches Dasein er soeben beschrieben hatte. Und über sie hinweg schwenkte er sein Glas. Ihr Freunde der Menschheit und jeder guten Zukunft, weitherzig und unbekannt mit der düsteren Selbstsucht eines nationalen Vetternbundes, Weltseelen, ihr kehrt wieder. Selbst unter uns noch erwarten euch einige. Auf euer Wohl! Da, da ziehen Sie sich mal den Bürgermeister an auf dem Bild. Die Farben, die er trägt, sind nicht die euren. Es ist die französische Trikulore. Sie war neu damals und nicht die eines Landes, sondern der allgemeinen Morgenröter. Sie zu tragen, war beste Gesinnung. Es war, wie ihr sagen würdet, streng, korrekt. Prost! Sie sind ja besoffen. Gelder! Noch eine Pulle! Sie scheinen nicht daran zu denken, dass seitdem ein Bismarck da war. Nicht nur einer. Von allen Seiten ist Europa in diesem nationalen Durchgang getrieben worden. Aber nehmen wir an, das war nicht zu vermeiden. Doch seid ihr eurem Bismarck etwa gefolgt, solange er im Recht war? Ihr habt euch zerren lassen. Ihr habt mit ihm im Konflikt gelebt. Erst jetzt. Da ihr über ihn hinaus sein solltet, hängt ihr euch an seinen kraftlosen Schatten. Denn euer nationaler Stoffwechsel ist entmutigend langsam. Bis ihr begriffen habt, dass ein großer Mann da ist, hat er schon aufgehört, groß zu sein. Sie werden ihn kennenlernen. Blut und Eisen bleibt die wirksamste Kur. Macht geht vor Recht. Die Macht? Die Macht lässt sich nicht ewig auf Bayonetten davontragen wie eine aufgespießte Wurst. Die einzige reale Macht ist heute der Friede. Spielt euch die Komödie der Gewalt vor, prahlt gegen eingebildete Feinde draußen und im Innern. Taten glücklicherweise sind euch nicht erlaubt. Nicht erlaubt, sondern was er hat gesagt. Lieber lassen wir unsere gesamten 18 Armeekurs und 42 Millionen Einwohner auf der Strecke. Denn wo der deutsche Arr nicht Parlamentsbeschlüsse, die einzige Säule ist das Heer. Ihr seid berufen, mich in erster Linie vor dem äußeren und inneren Feind zu schützen. Einer hochverräterischen Schar zu wehren. Eine Ratte von Menschen. Nicht wert, den Namen Deutsche zu tragen. Verwandte und Brüder niederschießen. Sie müssen ausgerattet werden bis auf die Letten stumpf. Eine Flasche flog an die Wand. Durch die Zuschauer, die sich inzwischen eingestellt hatten, drängte sich Guste. Wolfgang! Einer nur ist der Herr im Reich, keinen anderen dullig. Ich kann sehr unangenehm sein. Einen Feind und der ist mein Feind. Herrliche Tage! Vater, landslose Feinde der göttlichen Welt, auch nun Verschmärterin! Als Dietrich Hässling gegen Mittag am Tage nach dem Ball in der Harmonie das Familienzimmer betrat, wunderte er sich, dass seine beiden Schwestern Emmy und Magda es entrüstet verließen. Später wurde ihm die Szene vorgehalten, in der er keine sehr ehrenvolle Rolle gespielt haben musste. Habe ich das wirklich getan? Noch viel schlimmer hast du es getrieben. Getobt hast du und dieser Wolfgang Buck auch. Von diesem Menschen erwartet man es nicht anders. Wenn er nun sogar seine eigene Schwester heiratet. Aber du! Du hast mit Sektflaschen geworfen und geschrien, vaterlandslose Feinde der göttlichen Weltordnung müssen ausgerottet werden. Ich zerschmettere sie und was weiß ich für Unsinn. Ich verbitte mir, die Aussprüche seiner Majestät unseres jungen Kaisers als Unsinn zu bezeichnen. Jedenfalls wirst du dich bei allen Leuten entschuldigen müssen. Ja! Es waren auch Damen dabei. So. Na ja, so. Wenn Damen dabei waren, dann, äh, schön, ich gebe es zu. Es gibt verschiedene Arten, sich als deutscher Mann zu zeigen. Natürlich beeilt man sich in solchen Fällen, die Sache in der loyalsten und korrektesten Weise beizulegen. Ein zweispänniger Paradewagen wurde gemietet, in dem Diederich in der Stadt herumfuhr und Entschuldigungsbesuche machte. Damit war der Fall erledigt. Der Nachmittag gehörte einer schwierigeren Aufgabe. Diederich ließ Napoleon Fischer, seinen Maschinenmeister, in seine Privatwohnung kommen. So, Herr Fischer, nimm da Platz. Hier, ein Glas. Trinken Sie mal. Prost. Prost. Ich habe Sie meine Wohnung kommen lassen. Es betrifft nämlich nicht das Geschäft, es betrifft die Politik. Habe ich mir schon gedacht, Herr Doktor. Ich will nämlich Stadtverordneter werden. Und dazu brauche ich Sie. Ich Sie auch. Ich will nämlich auch Stadtverordneter werden. Na nun. Na nun, hören Sie mal. Na also, ich war ja auf manches gefasst. Nämlich, Herr Doktor. Ja? Den einen von den beiden Sitzen, die da frei geworden sind, hat meine Partei Bomben sicher. Den anderen kriegen wahrscheinlich die Freisinnigen. Wenn Sie die rausschmeißen wollen, brauchen Sie uns. Na ja, so weit sehe ich das ja ein. Ich habe zwar auch den alten Buck für mich, aber seine Leute sind vielleicht nicht alle so vertrauensselig, dass sie mich, den Kaiser treuen, wählen, wenn ich mich als Freisinniger aufstellen lasse. Sicherer ist, dass ich vertrage mich mit euch. Und ich habe auch schon eine Ahnung, wieso Sie das machen können. Ja? Weil ich nämlich schon längst ein Auge auf Herrn Doktor habe, ob er nun nicht bald in die politische Arena reinsteigt. Napoleon blies Ringe mit seinem Zigarettenrauch, so sehr war er auf der Höhe. Ihr Prozess gegen den Schwiegersohn vom alten Buck wegen Majestätsbeleidigung und dann ihr Auftreten im Kriegerverein und so, das war alles ganz schön, als Reklame. Aber für einen Politiker heißt es doch immer, wie viele Stimmen kriege ich? Ihr ganzer nationaler Rummel, Moment, Moment, ich muss doch sehr bitten, Herr Fischer. Was wollen Sie denn? Wir in unserer Partei haben gewissermaßen allerhand Achtung vor dem nationalen Rummel. Bessere Geschäfte sind allemal damit zu machen, als mit dem Freisinn. Die bürgerliche Demokratie fährt bald in einer einzigen Kutsche ab. Und die vermöbeln wir auch. Prost. Prost. Aber ein Gewerkschaftshaus, bei dessen Bau die Partei von der Stadt unterstützt wird. Was? Und das erdreisten Sie sich, von einem nationalen Mann zu verlangen? Wenn wir dem nationalen Mann nicht helfen, dass er gewählt wird, wo bleibt dann der nationale Mann? Also. Hier, kommen Sie mal her. Ich habe das Papier schon aufgesetzt. Sie brauchen bloß zu unterschreiben. Hier, bitte. Ich nicht nur selbst für das Gewerkschaftshaus stimme, sondern auch die Stadtverordneten bearbeiten werde. Also nur hören Sie mal, Herr Fischer. Die Unterredung ist beendet. Herr Doktor, seien Sie vorsichtig. Und seien Sie froh, dass Sie es nicht mit meinem Parteigenossen Rille zu tun haben. Der will nämlich auch Stadtverordneter werden. Und wenn der erfährt, was ich weiß und so, also ich empfehle Ihnen doch lieber, für mich ein bisschen die Werbetrommel zu rühren in der Presse, mit der Sie gut stehen. Aber das ist doch... Aber wenn fremde Leute, zum Beispiel Herr Rille, sollten die Nase in Ihre Geschichten stecken, Herr Doktor, dafür werden Sie sich wohl bedanken. Bei uns beiden ist was anderes. Wir haben schon mehr Dreck zusammen verscharrt. Also? Unterschreiben Sie? Ja, so. So. Sehen Sie? Und nun gehe ich wieder. Schon mehr Dreck zusammen verscharrt? Natürlich. Die Maschine, deren Ventile verstopft waren, wo sie doch erst neu geliefert worden war. Und dann der Unfall der Arbeiterin. Schadenersatz. Aber wir sprechen uns wieder. Und wenn es zehn Jahre dauert, die Abrechnung kommt. Hiernach oblag es Diederich, dem alten Buck einen Besuch zu machen und sein biedermännisches und schöngeistiges Gerede mit Ergebenheit anzuhören. Dafür war er Kandidat der freisinnigen Partei und tatsächlich auch mit Hilfe der Sozialdemokraten als Stadtverordneter gewählt. Und Napoleon Fischer wurde zwar in der Netziger Zeitung unfreundlich behandelt, was aber nur bewirkte, dass alle seine Rivalen sich hinter ihn stellten und auch er mit Glanz durchs Ziel ging. Bürgermeister Dr. Scheffel-Weiß beglückwünschte beide mit dem Hinweis, dass einerseits der tätige Bürger, andererseits der emporstrebende Arbeiter. Und schon in der nächsten Sitzung griff Diederich in die Verhandlungen ein. Zur Debatte stand die Kanalisation der Gebelchenstraße in der Vorstadt. Der Magistratsvertreter hatte große finanztechnische Bedenken, aber ihm trat Diederich energisch entgegen. Eine Forderung der Kulturehre darf kleinlichen Rücksichten nicht weichen. Deutschstum heißt Kultur, meine Herren. Es hat kein Geringer gesagt, als ein Majestät der Kaiser. Und bei anderer Gelegenheit als ein Majestät das Wort gesprochen, die Schweinerei muss ein Ende nehmen. Wo nur immer großzügig vorgegangen wird, da leuchtet uns das erhabene Beispiel seiner Majestät voran. Und darum, meine Herren. Hurra! Das war Fischers Stimme aus der linken Ecke des Saals. Sehr richtig. Ich kann nicht besser schließen. Sein Majestät der Kaiser. Hurra! 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 In der Netziger Zeitung las man tags darauf, Dr. Hessling habe eine Rede gehalten, die man als erfrischende Tat eines unbefangenen Patrioten bezeichnen müsse. Dass es sich aber um einen wahrhaft bedeutenden Vorgang handelte, ward erst klar, als es im Berliner Lokalanzeiger stand. Das Blatt seiner Majestät war über das mutige Auftreten des netziger Stadtverordneten Dr. Hessling des Lobes voll. Es stellte mit Genugtuung fest, dass der neue, entschlossene nationale Geist, der für den Kaiser eintrete, nunmehr auch im Lande Fortschritte mache. Diese Nummer des Lokalanzeigers trug Diederich schon acht Tage auf dem Herzen. Da schlich er sich um die stille Mittagsstunde unter Vermeidung der Kaiser-Wilhelm-Straße von rückwärts in die Bierstube von Herrn Klapsch, wo er Gesellschaft fand. Napoleon Fischer und der Parteiwirt Rille. Die drei zogen sich in den äußersten Winkel zurück und achteten sorgfältig darauf, dass kein Wort ihrer Unterredung entdeckt wurde. Der Wirt hatte nur einmal gehört, wie Diederich empört erklärt hat, er mache da nicht mit. Wobei, er fuhr Klapsch nicht. Seine Tochter aber wollte beim Zahlen auf dem Tisch ein Papier gesehen haben, das von allen drei Herren unterschrieben war. Denselben Tag hatte Diederich Grund, sich auf ein Ereignis zu freuen, auf das er seit dem Ball in der Harmonie schon lange gewartet hatte. Eine Einladung des Regierungspräsidenten, Herrn von Vulko. Sie erging zwar an die Schwestern Diederichs von Frau von Vulko, aber Diederich entschloss sich, die Schwestern zu begleiten. Und während die beiden Damen mit Offizieren flirteten, einer Gesellschaft, in der Diederich sich nicht sehr wohl fühlte, weil er merkte, wie benachteiligt er gegenüber den schmucken Uniformierten war, folgte er der Anregung der Dame des Hauses, die ihm empfahl, sich vom Diener beim Herren Präsidenten melden zu lassen, der in seinem Arbeitszimmer saß. Diederich wartete vergeblich auf den Diener, lange Minuten. Dann aber trat der wulkosche Hund ein, schritt riesenhaft und voll Verachtung an Diederich vorbei und kratzte an der Tür. Schnaps, komm rein! Und schon klingte die Dogge die Tür auf. Da sie vergaß, sie wieder zu schließen, erlaubte Diederich, sich mit hineinzuschlüpfen. Herr von Vulko saß in einer Rauchwolke am Schreibtisch, er wendete den ungeheuren Rücken her. Guten Tag, Herr Präsident. Na nun, quatschst du auch schon, Schnaps? Vulko sah sich nicht um. Er faltete ein Papier, zündete langsam eine neue Zigarre an und begann etwas anderes zu schreiben. Interesse an Diederich nahm nur der Hund. Offenbar fand er den Gast hier noch weniger am Platz als sein Herr, denn seine Verachtung ging in Feindseligkeit über. Mit gefletschten Zähnen beschnupperte er Diederichs Hose. Fast war es kein Schnuppern mehr. Dann knurrte die Dogge drohend, doch gelang es Diederich zwischen sich und seinen Feind einen Stuhl zu bringen, an den er sich klammerte und sich umherdrehte, immer auf der Hut vor Schnaps Seitenspringen. Dann hatte der Hund genug von dem Spiel. Er ging zum Herrn und ließ sich streicheln. Und neben Vulkos Stuhl hingelagert, maß er mit kühnen Jägerblicken Diederich, der sich den Schweiß wischte. Gemeines Vieh. Und plötzlich wallte es auf in ihm. Empörung und der dicke Qualm verschlugen ihm den Atem. Er keuchte. Wer bin ich, dass ich mir das bieten lassen muss? Mein letzter Maschinenmeister lässt sich so etwas von mir nicht bieten. Ich bin Doktor, ich bin Stadtverordneter. Dieser ungebildete Pflegel hat mich nötiger als ich ihn. Die Fäuste ballten sich ihm von selbst. In einem Anfall von stummer Raserei sah er das ganze Pack der Staatsbeamten und Militärs, die vorhin auch so hochnäsig waren, niedergeworfen. Diese Menschenschinder, Säbelrassler, Herren des Staates. Alle gehören sie niedergeworfen. Alle Machtverbände. Und sie selbst, die Macht. Die Macht, die über uns hingeht und deren Hufe wir küssen. Gegen die wir nichts können, weil wir sie alle lieben. Die wir im Blut haben, weil wir die Unterwerfung darin haben. Ein Atom sind wir von ihr, ein verschwindendes Molekül von etwas, das sie ausgespuckt hat. Von der Wand dort über dem Schreibtisch hinter blauen Wolken sah eisern hernieder ihr bleiches Gesicht. Eisern gesträubt, blitzend. Der Kaiser. Riedrich aber in wüster Selbstvergessenheit hob die Faust. Da knurrte der vulkursche Hund. Unter dem Präsidenten hervor aber kam ein donnerndes Geräusch, ein lang hinrollendes Geknatter. Und Riedrich erschrak tief und wartete weiter. Der Herr Regierungspräsident hatte wichtige Staatsgeschäfte. Na, Doktorchen, was mit Ihnen los? Sie werden ja der reine Staatsmann. Setzen Sie mal auf diesen Ehrenplatz. Er hatte seine Staatsgeschäfte offenbar beendet. Riedrich setzte sich erleichtert. Ich darf mir schmeicheln. Einiges habe ich schon erreicht für die nationale Sache, Präsident. Vulkob ließ ihm einen mächtigen Rauchkegel ins Gesicht. Dann kam er ihm ganz nah mit seinen warmblütigen, zynischen Augen und ihrer Mongolenfalte. Sie haben erstens erreicht, Doktorchen, dass Sie Stadtverordneter geworden sind. Wie, das wollen wir mal auf sich beruhen lassen. Jedenfalls konnten Sie es brauchen, denn Ihr Geschäft soll ja eine ziemlich faule Karre sein, was? Nun zucken Sie mal nicht gleich zusammen. Sie sind mein Mann. Was meinen Sie, was ich da geschrieben habe? Da verlange ich vom Minister einen kleinen Piepmatz für einen gewissen Dr. Hessling in Anerkennung seiner Verdienste um die gute Gesinnungennetzig. Für so nett haben Sie mich wohl gar nicht gehalten. Ich, äh, äh, natürlich, Herr Regierungspräsident, ich weiß tatsächlich nicht, ich meine meine bescheidenen Verdienste... Aller Anfang ist schwer. Es soll auch nur eine kleine Aufmunterung sein. Ich verstehe. Ihre Haltung im Prozess Lauer war nicht übel. Na, und Ihr Kaiserhoch in der Kanalisationsdebatte hat die antimonarchistische Presse ganz aus dem Häuschen gebracht. Schon an drei Orten im Lande ist deshalb Anklage wegen Majestätsbeleidigung erhoben. Ja. Da müssen wir uns Ihnen wohl erkendlich zeigen. Also, mein, mein schönster Lohn ist es, Herr Präsident, dass der Lokalanzeiger meinen schlichtbürgerlichen Namen vor die allerhöchsten Augen selbst gebracht hat. Na, nun nehmen Sie sich mal eine Ciara. Danke, danke, Herr Brüste. Diederich begriff, dass jetzt die Geschäfte kamen. Vulcors Gnade hatte sicher eine ganz besondere Ursache. Diederich tastete sich vor. Für die Bahn nach Ratzenhausen wird die Stadt nun wohl doch den Betrag bewilligen. Ihr Glück. Wir haben sonst ein billigeres Projekt. Darauf wird netzig überhaupt nicht berührt. Also, sorgen Sie dafür, dass die Leute Vernunft annehmen. Unter der Bedingung dürft ihr dann dem Rittergut Quizzin euer Licht liefern. Ja, das will der Magistrat auch nicht. Die Stadt hat Schaden dabei. Der Herr von Quizzin zahlt uns keine Steuern. Aber ich meine, ich als nationaler Mann... Das möchte ich mir auch ausbitten. Mein Vetterherr von Quizzin baut sich sonst selbst ein Elektrizitätswerk. Das hat er billig. Was glauben Sie? Zwei Minister kommen bei ihm zur Yacht. Na, und dann unterbietet eure Preise. Also, ich bin fest entschlossen, Herr Präsident, das nationale Banner trotz aller Anfechtungen hochzuhalten. Einen Feind können wir übrigens loswerden. Einen besonders schlimmen. Den alten Klüsing in Gausenfeld. Der? Klüsing von der Papierfabrik? Der frisst mir aus der Hand. Der liefert doch Papier für die Kreisblätter. Na ja, aber wissen Sie, ob er für schlechte Blätter nicht noch mehr liefert? Darüber, Herr Präsident, verzeihen. Darüber bin ich doch wohl besser informiert. Die Netziger Zeitung ist jetzt in nationaler Hinsicht zuverlässiger geworden. Ja, und zwar seit dem Tag, an dem der alte Klüsing mir, Herr Präsident, einen Teil der Papierlieferung hat anbieten lassen. Vielleicht hat er Angst, dass, äh, dass der Präsident das Papier für die Kreisblätter lieber bei einem nationalen Werk bestellt. Also, Sie liefern jetzt für die Netziger Zeitung? Niemals. Niemals. Nicht so lange noch freisinniges Geld drin ist, Herr Präsident. Na schön, jetzt brauchen Sie nicht mehr zu sagen. Sie wollen bei der Netziger Zeitung das Ganze. Die Kreisblätter wollen Sie auch, wahrscheinlich, auch die Papierlieferung für die Regierung. Sonst noch was? Herr Präsident, ich bin nicht Klüsing. Mit dem Umsturz mache ich keine Geschäfte. Wenn Sie, Herr Präsident, auch als Vorstand der Bibelgesellschaft mein Unternehmen stützen wollen, ich darf sagen, die nationale Sache würde nur gewinnen. Na schön, schön. Herr Präsident, unter Klüsing ist die Papierfabrik Hausenfeld eine Brutstätte des Umsturzes. Bei seinen 800 Arbeitern ist nicht einer dabei, nicht einer, der anders wählt als sozialdemokratisch. Na und bei Ihnen? Gott ist mein Zeuge, dass ich keinen einzigen Mann bei mir dulde, von dem ich weiß, er ist nicht kaisertreu. Doktorchen, ich bin doch nicht vom Gestern. Nun legen Sie los. Was haben Sie mit Ihrem Maschinenmeister ausgeknobelt? Präsident, ich... Na, das ist auch einer von den Kaisertreuen. Wie, Herr Stadtverordneter? Herr Präsident, der Mann will in den Reichstag. Und vom nationalen Standpunkt ist er besser als Heuteufel, den die Freisinnigen aufstellen werden. Denn die werden vor Schreck national. Und außerdem kriegen wir, wenn Napoleon Fischer gewählt wird, ihn netzig ein Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Ich habe es schriftlich. Hier. Er breitete ein Papier hin vor dem Präsidenten, Vulko Lars. Dann stand er auf, warf den Stuhl mit dem Fuß fort und ging rauchausstoßend durch das Zimmer. Also, der alte Landgerichtsdirektor Kielemann kratzt ab und vermacht der Stadt sein ganzes Geld. So ist es doch. So ist es, Herr Präsident. Und von seiner halben Million baut die Stadt kein Säuglingsheim, wie die Freisinnigen wollen, sondern ein Kaiser-Wilhelm-Denkmal, wie Sie es wollen. So ist es, Herr Präsident. Merken Sie sich das, mein Lieber. In Ihrem eigenen Interesse, wenn netzig nachher ein Sozialdemokraten im Reichstag, aber kein Willem den Großen hat, dann lernen Sie mich kennen. Ich mache Frikassee aus Ihnen. Ich schlage Sie so klein, dass Sie nicht mal mehr in dem Säuglingsheim Aufnahme finden, dass die Freisinnigen dann bauen werden. Herr Präsident, ich setze alles ein für die nationale Sache, aber natürlich, auch mir kann etwas Menschliches passieren. Dann gnade Ihnen Gott, um meinen Kopf geht's auch. Wohlkulis sich krachend auf seinen Sitz fallen. Als die Wolken zergingen, hatte er sich aufgeheitert. Was ich Ihnen neulich gesagt habe, dabei bleibt es, dieser Reichstag macht es nicht mehr lange. Arbeiten Sie vor in der Stadt. Helfen Sie mir gegen den alten Buck, ich helfe Ihnen gegen Krüsing in Gausenfeld. Herr Präsident, wenn Sie ihn unter der Hand wissen ließen, dass Sie ihm eventuell die Aufträge entziehen. Ich meine, an die große Glocke hängt er es nicht. Das brauchen Sie nicht zu fürchten. Aber, aber vielleicht verhandelt er mit seinem Nachfolger. Wenn Sie wüssten, Herr Präsident, Gausenfeld ist sozusagen eine Maschine mit tausend Pferdekraft. Und es steht da und verrostet, weil der Strom fehlt. Ich will sagen, der moderne, großzügige Geist. Ja, den scheinen Sie zu haben. Im Dienste der nationalen Sache. Noch etwas, Herr Präsident. Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal-Komitee wird sich glücklich schätzen, wenn es uns gelingen würde, dass Sie so gut sind, Herr Präsident, und bekunden der Sache Ihr geschätztes Interesse durch, ja, durch Annahme des Ehrenvorsitzes. Gemacht. Das Komitee wird das entsprechend zu würdigen wissen. Was ist? Erklären Sie sich mal näher. Also man, man wünscht das Denkmal mit einem Volkspark zu umgeben, damit nämlich die, die unlösbare Verbindung von Herrscher und Volk sinnfällig in Erscheinung tritt. Die Stadt hat da an ein größeres Grundstück gedacht. Auch die Nachbargrundstücke wären zu haben. Es ist in der Maisestraße. So, so, in der Maisestraße. Ja, ja. Wo Sie Ihre Fabrik haben. Ja, Gott, der Gedanke ist aufgetaucht, dass wir uns die betreffenden Grundstücke sichern, um unbefugten Spekulanten zuvor zu kommen. Äh, unser Herr Ehrenvorsitzender hätte natürlich das erste Anrecht. Herr, für wen halten Sie mich? Bin ich Ihr Geschäftsagent? Das ist ja unerhört. Das war ja noch nicht da. So ein Kof mich mutet dem königlichen Regierungspräsidenten zu. Er soll seine schmutzigen Geschäfte mitmachen? Nein, das ist ein Missverständnis, Herr Präsident. Sie machen sich einer schweren Beamtenbeleidigung schuldig, Herr. Jawohl. Ich kann Sie augenblicklich verhaften lassen. Sie jammerprinzip. Herr Präsident. Bring Sie ins Zuchthaus. Ich ruiniere Sie für Ihr Leben. Jawohl. Wir brauchen eine gefährliche Feier. Selbstverständlich, Herr Präsident. Bitte sehr. Bitte sehr. Herr Präsident, wie gesagt, ein Missverständnis. Tief bedauerlich, aber sehen Sie, wenn ich auf meinen Vorteil sehe, anstatt dass ich immer nur das nationale Interesse im Auge habe, dann wäre ich doch heute bei Herrn Buck, denn der Herr Buck hat mir zugemutet, ich soll mein Grundstück an die Stadt verkaufen, für das freisinnige Seuglichsheim. Ich habe das Ansinnen zurückgewiesen und bin zu Ihnen gekommen, Herr Präsident. Ja, was eigentlich soll ich mit Ihnen nicht weiter verhandeln? Ich bitte Sie. Verkaufen Sie Ihr Grundstück und Dalli. Nachher können wir reden. In dem Fall bleibt es bei unseren Bedingungen. Ich meine, der Orden, der Wink an Klüsing, der Ehrenvorsitz. Meinetwegen. Aber sofort verkaufen. Jawohl. Ich bringe das Opfer, Herr Präsident. Oh, ja. Dietrich zog sich zurück, stolz auf seinen Abgang. Wen auch beengt durch die Empfindung, dass der Präsident ihn als Bundesgenossen nicht lieber ertrug, als er selbst seinen Maschinenmeister. Im Salon warteten bereits Emmy und Magda auf ihn. Alle Gäste waren schon fort. Und er schwärmte von Präsidenten und seinem Erfolg. Emmy schwärmte von Herrn von Brizen und erklärte, dass sie Reitstunden nehmen werde. Dietrich in seiner gehobenen Stimmung, glücklich über den Ausgang der Unterredung mit dem Präsidenten, sah auch im Falle seiner Schwester Emmy rosig und sich als Schwager des Herrn Leutnant von Brizen. Die Reitstunden wurden gewährt und Emmy stieg in seiner Achtung. Man mag denken, wie man will, aber ein Offizier ist nun mal ein Offizier und das Höchste. Es zieht einen hin zu diesen Leuten. Als er etwas Abstand gewann zu den Ereignissen, sah er, dass der Vertrag mit Vulko nur seine Sorgen vergrößerte. Der handgreiflichen Verpflichtung, sein Haus zu verkaufen, stand nichts gegenüber als Hoffnungen und Aussichten, nebelhafte Aussichten, allzu kühne Hoffnungen. Es froh, es gingen immer weniger Leute im Stadtpark spazieren. Auf einem einsamen Pfad begegnete Diederich in der Dämmerung Wolfgang Buck und sie gingen gemeinsam statt einwärts. Ich habe mich nun doch entschlossen. Ich gehe zur Bühne. Und Ihre bürgerliche Stellung? Und Ihre Heirat? Ich habe es versucht, aber das Theater ist vorzuziehen. Es wird dort weniger Komödie gespielt, wissen Sie, man ist ehrlicher bei der Sache. Auch sind die Weiber schöner. Das ist kein Standpunkt. Ich muss zugeben, das Gerücht über Gust und mich hat mir Spaß gemacht. Andererseits leidet das Mädchen darunter. Ich kann sie nicht länger kompromittieren. Aber Sie werden wohl wissen, was Sie da anrichten. Ein anderer nimmt Sie jetzt natürlich auch nicht mehr leicht. Es gehört schon verdammt viel ritterliche Gesinnung dazu. Für einen wirklich modernen, großzügigen Mann müsste es eine besondere Genugtuung sein, ein Mädchen unter solchen Umständen zu sich hinaufzuziehen und für sie einzutreten. Hier, wo auch Geld ist, würde zweifellos Edelmut zuletzt das Fell. nicht behaupten. Unmerklich hatte Wolfgang seinen Begleiter in die Schweinigenstraße geführt und sie standen vor Gustes Haus. Kommen Sie mit hinein. Wo denn hinein? Ach so, zu Guste. Ja, ich muss es ihr doch sagen. Sie könnten vielleicht... Was, was, was? Sie haben es ja noch nicht gesagt. Vorher erzählen Sie es in der ganzen Stadt umher. Nein, 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 mein Lieber, lassen Sie mich da aus dem Spiel. Den Bräuten anderer Leute pflege ich nicht, die Verlobung zu kündigen. Machen Sie eine Ausnahme. Mir werden Szenen im Leben so schwer. Kommen Sie, Sie brauchen nichts zu sagen. Sie sollen mir nur in einer stummen Rolle als moralische Unterstützung dienen. Moralisch? Als Vertreter sozusagen des verhängnisvollen Gerüchtes. Was wollen Sie damit sagen? Ich scherze. Da, bitte kommen Sie. Und Diederich, betroffen durch Wolfgangs letzte Wendung, ging mit. Frau Däimchen war ausgegangen und Guste ließ auf sich warten. Wolfgang Buck ging nachzusehen, was sie mache. Endlich kam sie, aber allein. Wolfgang war ausgerissen. War nicht auch Wolfgang da? Ja, das begreife ich nicht. Der ist ausgerissen. Ach. Dabei hatte er doch etwas ganz Dringendes bei Ihnen vor. So? Ja, also dann, dann empfehle ich mich auch. Was wollte er denn? Und wozu bringt er Sie mit? Also ich, ich muss es ablehnen, dass ich mir mit den Angelegenheiten Dritter soll den Mund verbrennen. Doch dazu, wenn der Dritte durchgeht und entzieht sich seiner nächstliegenden Verpflichtung. Gustes aufgerissene Augen sahen die Worte einzeln aus seinem Munde kommen. Als das letzte Gefallen war, warf sie die Hände vor das Gesicht und schluchzte. Tränen rannen durch ihre Finger. Hier, hier, nehmen Sie doch mein Schnupftuch. Danke. Nein, er hat schließlich ist ja nicht so viel an ihm verloren. Das sagen Sie. Sie sind derjenige, welcher und haben immer gegen ihn gehetzt. Aber, dass er ausgerechnet sie muss herschicken, kommt mir mehr als sonderbar vor. Wie meinen Sie das bitte? Sie mussten wohl reichlich so genau wissen wie ich, geehrtes Fräulein, was Sie von den betreffenden Herrn zu erwarten hatten. Denn wo die Gesinnung schlapp ist, da ist alles schlapp. Ich habe Ihnen alles richtig vorausgesagt. Weil es Ihnen so passte. Aber er hat mich doch selbst angestellt, dass ich seinen Kochtopf sollte umrühren. Und wenn der Kochtopf nicht in braune tausend Mark Scheine gewickelt gewesen wäre, hätte er ihn schon längst überkochen lassen. Also haben Sie eine Ahnung. Das ist es ja. Das kann und kann ich ihm nicht verzeihen, dass ihm immer alles wurscht war. Sogar mein Geld. Naja, mit so einem, mit so einem soll man sich eben nicht einlassen. Wem das Geld wurscht ist, der versteht das Leben nicht. Dann verstehen Sie es glänzend. Naja, was wollen wir doch hoffen. Sie kam näher zu ihm. Durch ihre letzten Tränen blinzelte sie ihn an. Recht haben Sie ja nun behalten. Was meinen Sie wohl, dass ich mir da rausmache? Ich habe ihn doch überhaupt nicht geliebt. Bloß auf die Gelegenheit habe ich gewartet, dass ich ihn loswerde. Nun ist er so gemein und geht selbst. Dann machen wir es ohne ihn. Mit einem verlockenden Blick wandte sie sich an ihn. Aber Dietrich nahm nur sein Schnupftuch zurück, für alles andere schien er zu danken. Wusste Begriff, dass er noch ebenso streng dachte wie auf den Ball in dem dunklen Liebeskabinett. Umso demütiger verhielt sie sich. Sie spielen gewiss auf meine Lage an, wo ich nun drin bin. Wenn die Leute Gemeinheiten über mich reden, dafür kann ich doch nicht. Ich auch nicht. Naja, ich muss es wohl einsehen. So eine wie ich verdient nicht mehr, dass ein wirklich feiner Mann mit ernsten Ansichten vom Leben sie noch nimmt. Und dabei schielte sie immer von unten nach der Wirkung. Naja, es kann ja auch sein, ich meine, nehmen wir mal an, jemand, jemand hat im Gegenteil die allerernstesten Ansichten vom Leben und er empfindet modern und großzügig. Naja, und in im vollen Gefühl der Verantwortlichkeit gegen sich selbst, sowohl als gegen seine künftigen Kinder wie gegen Kaiser und Vaterland übernimmt er den Schutz des wehrlosen Weibes und zieht es zu sich empor. Gustes Mine war immer frommer geworden. Sie lehnte die Handflächen aneinander und sah ihn mit schiefem Kopf innig flehend an. Dies schien noch nicht zu genügen. Er verlangte offenbar etwas ganz Besonderes. Und so viel Guste plumps auf die Knie. So soll es sein. Na nun, was ist denn hier los? Ach Gott. Hier trat Frau Deimchen ein. Mutter, helf mir doch bloß. Mein Ring muss ja irgendwo am Boden liegen. Aber Kind, ein Ring, ich meine Mutter. Ach, hat ihn schon. Die Komödie war beendet. Dass du es nur weißt, Mutter, ich habe mich verändert. Ach. Also, Herr Doktor, da wollen wir doch mal Was weiter folgte, war ein einziger Handel um Gustes Mitgift. Liederich ruhte nicht eher, bis alles nach seinem Wunsch geregelt war. Und wenn auch Frau Deimchen immer wieder beteuerte, ganz andere Partien in Aussicht gehabt und gegen die Vornehmerfamilie Buch käme Dietrich nicht an, es nützte nicht, es wurde ihm auch die verlangte Gütergemeinschaft gewährt. Was ich nachher mit dem Geld anfange, das ist meine Sache. Es darf mir natürlich niemand reinreden. Ja, ja, ist ja gut. Ja, so nun haben wir es also besprochen, Aber das kann ich Ihnen sagen, Herr Doktor. Sie haben ja mehr Glück als verstanden, denn der Herr Leutnant von Britzen hätte Guste auch gekriegt. Darauf war man sich einig über alles und feierte das Ereignis sogleich mit einer Flasche Sekt. Welche Überraschung als Nett sich den Umschwung der Dinge erfuhr. Und auch bei Hässlings daheim gab es eitel Sonnenschein und die Zeit bis zur Hochzeit verging mit Brautbesuchen und Vorbereitungen, denn man hatte beschlossen, Herrn Kienast, Magdas Verlobten aus Eschweiler abzurufen und eine Doppelhochzeit zu halten. Und dann war der Hochzeitstag da, denn beide hatten Eile, Guste wegen der Leute, Diederich aus Gründen der Politik. Es gab einige Schwierigkeiten. Friedrich Kienast, Magdas künftiger Mann, hatte seine Forderungen nach der Mitgift erhoben und Diederich hatte Mühe, seinen Schwager zu besänftigen. So saß er öfter in seinem Privatkontor über seinen Büchern, um dort Zahlen zu ermitteln, die geeignet waren, Kienasts Gewinnansprüche am Unternehmen zu verringern. Sogar am Morgen der Trauung saß er am Schreibtisch, als ihm sein Buchhalter eine Karte überreichte. Karnauke, Premierleutnant, außer Dienst. Hm, was kann der wollen? Na, Offizier kann man nicht warten lassen. Und Diederich ging den Herrn persönlich zu empfangen. Da erschien aber bereits in der Tür ein ungewöhnlich strammer Herr in einem grünlichen Sommermantel, der troff und den er am Hals festgeschlossen trug. Unter seinen spitzen Lackschuhen entstand sofort eine Lache von seinem spitzen Agrarierhütchen, das er merkwürdigerweise aufbehielt, regnete es. So schritt er zunächst zum Ofen, während Diederich dafür sorgte, dass die Tür festgeschlossen war. Zunächst wollen wir uns mal trockenlegen. Verkaufen, was? Klemme, was? Herr Premierleutnant, haben sich gewiss in der Hausnummer geirrt. Quatsch, weiß Bescheid. Nur keine Fisumatenten. Höherer Befehl. Entschuldigen Sie, Schnauze halten und verkaufen. Sonst Gnade Gott. So mein Herr, ich muss protestieren. Ich stehe Ihnen zur Verfügung. Jan von Quicin und von Vulko werden in meinem Auftrag mit Ihnen reden. Ach so. Ach so ist das. Ja, dann, bitte, bitte setzen Sie sich doch. Ich habe wenig Zeit. Kaufe, was Platz hat. Haben Sie einen Hinterband? Was wollen Sie damit sagen? Ach so. Vermittle Kavalieren. Ehrensache. Was bietet Ihr Auftraggeber? 120 die Kiste. Wie? Das ist doch wohl mein Grundstück ist mindestens 150 wert. 120 die Kiste. Das ist nicht zu machen. Präsident von Vulko eklig hinterher, dass Sie verkaufen. Sonst kein Geschäft mit ihm zu machen. Ihr Fetter Quicin arrondiert Besitz hier herum. Rechnet bestimmt auf Ihr Entgegenkommen. 120 die Kiste. Also ich sage noch einmal nicht unter und... Hier versagte Dieter richtig Stimme, als er noch einmal von 150.000 anfangen wollte zu reden. dieser Wulko spielt sich auf. Beamten Ehre. Unbestechlich wie das jüngste Gericht. Und jetzt schickt er mir diesen Kerl und liefert mich ihm aus. Das hätte man doch wirklich neulich unter vier Augen. Notar ist verständigt. Muss weiter. Als Käufer muss in den Kaufvertrag unbekannt gesetzt werden. Unbekannt. Der Rest der Meisestraße auch von Herrn Quicin gekauft. Dann grenzt er bis an den Stadtpark? Platz für riesige Anlagen. Bitte beeilen wir uns. Ich habe wenig Zeit. Weiß Bescheid. Hier. Alles mit. Gesellschaftsanzug gleich angezogen. Ein Freudentag. Frühstück Hotel Reichshof. Das war noch eine andere Überraschung, die der Herr Premierleutnant für Diederich hatte. Als er viel zu spät bei seiner Braut erschien, die schon glaubte, auch diese Verbindung ging in die Brüche, begrüßte ihn von weitem Herr Karnauke. Dann, beim Essen, nach der Suppe, brachte er einen Toast auf die Braut aus, mit Anspielungen, denen die Versammlung nach Maßgabe ihres bisherigen Weingenusses noch nicht gewachsen war, und Andeutungen, die Kinas Magdas nun angetrauten Ehemann stutzen ließen und er um ein Gespräch unter vier Augen mit seinem Schwager bat. Aber da klingelte der Premierleutnant heftig ans Glas und man sah an seinen gespitzten Fingern ein blaues Band hängen und darunter ein Kreuz, dessen Rand golden funkelte. Und Tumult und Glückwünsche als Karnauke Diederich das Kreuz überreichte. Diese Handlung überwältigte Diederich. Unter der Gnadensonne fühlte er, dies war die Rettung und der Sieg. Vulko hält den Pakt. Die Macht hielt Dietrich den Pakt. Der Kronenorden vierter Klasse blitzte und es wacht Ereignis, Geschäft und Ruhm. Der Orden, das Denkmal Wilhelms des Großen und Gausenfeld. Diederich trug den Orden noch, als er am gleichen Tag mit Guste gen Süden reiste nach Italien. Sie bestiegen die erste Klasse, er spendete drei Mark und zog die Vorhänge des Abteils zu. Sein von Glück beschwingter Tatendrang litt keinen Aufschub. Guste hätte so viel Temperament nie erwartet. Als sie aber schon hinglitt und die Augen schloss, richtete sich Diederich nochmals auf. Eisern stand davor ihr, Orden behangen Eisern, blitzend. Bevor wir zur Sache selbst schreiten, gedenken wir seiner Majestät unseres allergenächsten Kaisers. Denn die Sache hat den höheren Zweck, dass wir seiner Majestät Ehre machen und tüchtige Soldaten liefern. Die Freuden der Hochzeitsreise wurden vermehrt durch ein Ereignis besondere Art. In Zürich las Diederich in der Zeitung, dass seine Majestät der Kaiser unterwegs nach Rom sei zum Besuch des Königs von Italien. Guste, die an seiner Seite bereits fest schnarchte, musste die Koffer packen und das Hochzeitspaar reiste noch an der gleichen Nacht nach Rom. Die heilige Stadt wurde für Diederich die Stadt des nationalen Ereignisses, denn ihm wurde die Gnade zuteil, wie damals in Berlin, als er noch Student war, seinem herrlichen Kaiser zu begegnen. Gemindert wurde dieses eindrucksvolle Erlebnis nur durch Diederichs Sorgen, dass während seiner Abwesenheit seine Rivalen vielleicht hinter seinem Rücken die schwereroberte Stellung als Stadtverordneter untergraben könnten. Als dann die Nachricht bis nach Rom drang, der Reichstag sei aufgelöst worden und der Kaiser werde abreisen, hielt es auch Diederich nicht länger in Italien aus und das Paar beeilte sich nach Netzig in die deutsche Provinz zurückzukehren. Den Ruß von der Reise noch im Bad begab sich Diederich hintenrum zum Präsidenten von Vulco, um sich noch einmal zu vergewissern, ob es wirklich dabei bliebe. Den Orden hatte er schon, aber es musste noch die Sache mit der Papierfabrik Gausenfeld eingeleitet werden, der Wink an Klüsing und dann das Kaiser Wilhelm-Denkmal, weswegen sich Diederich auch mit seinem Maschinenmeister und Wahlgegner Napoleon Fischer sofort in Verbindung setzte. Das Wichtigste aber war, eine Zusammenkunft des Kriegervereins noch am gleichen Tag zu ermöglichen. Major Kunze, Pastor Zillig und Professor Kühnchen sahen sich gezwungen, auf ihre kleinen Sonntagsvergnügen zu verzichten und sich im Lokal und sich im Lokal des Kriegervereins einzufinden, wo Diederich sie in alles einweihte, was in den kommenden wichtigen Wochen auf sie zukam. Vor allem müssen wir einen nationalen Kandidaten für die nächsten Reichstagswahlen aufstellen. Und das muss jemand sein, der den Gegenparteien gewachsen ist, der sich messen kann mit Dr. Heuteufel von den Freisinnigen und Napoleon Fischer von den Sozialdemokraten. Und da sehe ich persönlich nur einen Mann, der hier in Frage kommt, Herr Major Kunze. Jawohl, Herr Major. Sie gehen doch ran wie ein Blücher. Hurra! Sie halten mich ja wohl für naiv, Herr Doktor. Nationaler Kandidatin Netzig. Was dem alles passiert, darauf bin ich nicht neugierig. Wenn alles so gewiss wäre wie der nationale Durchfall. Meine Herren, ich spreche hier ja doch wohl zu den Vertretern des Kriegervereins, wie? Den Kriegerverein wollen die Herren mit in Rechnung stellen. Er ist eine unschätzbare Operationsbasis. Von ihr aus schlagen wir uns in gerader Linie durch, wenn ich das mal so sagen darf, bis zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Und dort wird die Schlacht geschlagen. Bravo! Darf ich fragen, was Sie mit dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal meinen, Herr Doktor? Ach so. Ja, das will ich erklären. Das ist meine Erfindung. Von dem Geld, das der Herr Landgerichtsdirektor Kühlemann der Stadt nach seinem Ableben vermachen wird, wollen wir ein Kaiser-Wilhelm-Denkmal bauen. Ja, aber es soll doch ein Säuglingsheim davon errichtet werden. Das Denkmal muss uns wichtiger sein für die nationale Sache. Und so glaube ich, ist niemand dagegen, dass wir sogleich die Initiative ergreifen. Herr Major, nehmen wir an, dass Sie sich dem Dienst am Vaterlande, an den Sie auf so verdienstvolle Weise ja gewohnt sind, nicht länger verschließen. Ja, aber warum lassen Sie sich denn nicht selbst als Kandidaten aufstellen, Herr Doktor? Herr Major, mich würden die Netziger nicht wählen. Meine Sache aber werden Sie wählen. Und darum trete ich zurück. Denn sachlich sein heißt Deutsch sein. Mhm. Na ja. Ich lasse Ihnen, Herr Major, neidlos die Ehren und die Freunden. Bravo. Also, Herr Major, da können Sie mich nähe sagen. Herr Major, es ist Gottes Fügung. Willigen Sie ein. Der Herr hat Sie berufen, mit dem Schwert für das Vaterland zu streiten. Und jetzt ruft er Sie für die nationale Sache. Diederichs blonde, behaarte Hand streckte sich über den Tisch und die braun behaarte des Majors schlug zögernd doch kräftig hinein. Diederich war es gelungen, die Begeisterung zu entfachen, ohne seinen Pakt mit Napoleon Fischer überhaupt zu erwähnen. Und zufrieden und wohlgefällig führte er seine Freunde in den Ratskeller. In aller Frühe, als die vier Herren heimgingen, klebten an den Mauern zwischen den weißen Wahlaufrufen Heuteufels und den roten des Genossen Fischer die schwarz-weiß-rot gerenderten Plakate, die Herrn Major Kunze als Kandidaten der Partei des Kaisers empfahlen. Der Major selbst ging in den folgenden Tagen mit Forschern an eine Aufgabe und machte den Mitgliedern des Kriegervereins den Standpunkt klar. Das rastloseste Pflichtgefühl aber beseelte doch Diederich. Er verschmähte jede Ruhe. Seiner Gattin, die im Bett lag und ihn mit Vorwürfen empfing, begegnete er mit Blitzen. Mein Kaiser hat ans Schwert geschlagen. Und wenn mein Kaiser ans Schwert schlägt, dann gibt es keine ehelichen Pflichten mehr. Verstanden? Worauf Guste sich Schroff herumwarf und das mit ihren hinteren Reizen ausgefüllte Federbett wie einen Turm zwischen sich und den Ungefälligen stellte. Diederich unterdrückte das Bedauern, das ihn beschleichen wollte und schrieb ungesäumt einen Warnruf gegen das freisinnige Säuglingsheim. Hiermit waren nach der Meinung des Nationalen Komitees die Vorbereitungen für die Wahl getroffen. Da man zugleich die Idee des Kaiser-Wilhelm-Denkmals publik gemacht hatte, fanden sich viele Lieferanten, die der nationalen Sache ihre Stimme zu geben, versprachen. Bei einer Wahlversammlung waren sie in so zahlreichem Aufgebot erschienen, dass vorauszusehen war, so viele Lieferanten, wie das Denkmal nun schon hatte, konnte die Stadt nie bezahlen. Und wenn der alte Kühlemann dreimal starb. Diederich sah nicht ohne Neid die Erfolge des von ihm empfohlenen Kandidaten. Mein Verdienst und dieser Gimbel steckt die Lorbeeren ein. Aber es ist besser, sich nicht selbst hinauszustellen. Der Major als nationaler Kandidat ist ja doch nur dazu da, eine Hilfstruppe für Napoleon Fischer anzuwerben. Und diese Hilfstruppe verhalf dem nationalen Kandidaten-Major Kunze zu 3.672 Stimmen. Der freisinnige Kandidat Heuteufel erhielt gegen 8.000 und Napoleon Fischer 6.000 und einige Stimmen. Das bedeutete also Fortsetzung des Wahlkampfes bis zur Stichwahl zwischen Dr. Heuteufel und Napoleon Fischer. Alles ging nach Diederichs Wunsch, denn es war klar, dass die Nationalen mit den Sozialdemokraten zusammengehen würden, um damit zunächst erst einmal die Freisinnigen ihrer Macht zu berauben. Diederich machte sich Gedanken darüber, was nun eigentlich der Regierungspräsident in Gausenfeld für ihn unternommen hatte. Er hätte gern gewusst, wie die Stimmung dort für ihn war. Seine Sorgen wurden ihm genommen, als ein Brief von Klüsing aus Gausenfeld eintraf, just in dem Augenblick, als er in seinem Privatkontor am Schreibtisch saß und telefonieren wollte. Er las und triumphierte. Schon gemacht. Das ist das wirkliche Wahlergebnis. Der alte Klüsing hat begriffen, dass er seinen Freunden Buk und Konsorten kein Geld mehr geben darf. Ja, wie denn? Verkaufen? Äh, ich bin alt und ich sehe in Ihnen, Herr Dr. Hessling, meinen natürlichen Nachfolger. Das ist eine Überraschung. Was hieß das? Diederich setzte sich in die Ecke und dachte tief. Es heißt vor allem, dass Vulko schon eingegriffen hat. Der alte ist in blasser Angst wegen der Regierungsaufträge. Und mit Recht, das gibt ihm den Rest. Wo war die Zeit, als Klüsing sich aus der Klemme zu ziehen glaubte, wenn er Diederich einen Teil des Papiers für die netziger Zeitung anbot? Jetzt bot er eben ganz Gausenfeld an. Man ist eine Macht und natürlich kaufe ich ihm die Klitsche nicht zu dem Preis ab, den sie heute wert ist. Ich kann warten. Die Zeit arbeitet für mich. Der Name war, dass am Schlusse des Briefes nach der Unterschrift noch etwas stand. Ein Zusatz. Na also, da haben wir Sie. Es ist schauerlich, ein Abgrund. Gift für Book und Design, geliefert von Ihrem Freund. Klüsing hat Sie verraten. Aber das haben Sie nicht anders verdient. Ihre Verderbnis hat wahrscheinlich selbst Klüsing angeegelt. Wer da noch Schonung übt, macht sich mitschuldig. Schonung wäre geradezu ein Verbrechen. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Hier heißt es rücksichtslos vorgehen, mit eisernem Besen. Ich übernehme es im Interesse des öffentlichen Wohles. Meine Pflicht als nationaler Mann schreibt es mir vor. Es ist nun mal eine harte Zeit. Am Abend darauf war eine große öffentliche Volksversammlung, einberufen vom freisinnigen Wahlkomitee. Dietrich hatte vorgesorgt, dass die Wähler Heuteufels keineswegs unter sich blieben. Er selbst aber ging erst hin, als die Diskussion begonnen haben musste. Mitbürger, wollt doch dem persönlichen Ehrgeiz Einzelnen nicht Nahrung geben, indem ihr ihn ernst nehmt. Wir Bürger dürfen nicht immer aufs Neue den Fehler begehen, der schon in meiner Jugend begangen wurde, dass wir unser Heil den Bayonetten anvertrauen, sobald auch die Arbeiter ihr Recht wollen. Es lebe die Sozialdemokratie! Ruhe! Ruhe! Nieder mit dem Umsturz! Ruhe! Ihr Vaterland's Verräter! Meine Herren! Meine Herren! Bitte! Bitte! Meine Herren! Das Volk, wir alle, haben angesichts der uns abgeforderten Heeresvermehrung die vielleicht letzte Gelegenheit, unsere Freiheit zu behaupten gegen Herren, die uns nur noch rüsten, damit wir unfrei sind. Ruhe! Ruhe! Wer Knecht ist, soll Knecht bleiben. Das wird nicht nur euch Arbeitern gesagt. Serva! Das sagen die Herren, deren Macht wir immer teuer bezahlen sollen, uns allen. Serva! Bravo, ja! Keinen Mann und keinen Droschen! Der Erbfeind erhebt wieder mal das Haupt. Ein Vaterlandsverräter, wer unserem herrlichen Kaiser versagt, was... Wir brauchen ein starkes Kaisertum! Ein Bollwerk gegen die Schlammflut der Demokratie! Ihr Bollwerk heißt Vulko! Oh! Jawohl! Jawohl! Vulko! 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 Aber meine Herren, bitte Ruhe! Wollen Sie sagen, die Regierung seiner Majestät hat auch ein Bollwerk? Sie haben den Kaiser beleidigt! Spitzel! Er provoziert schon wieder! Er will noch einen ins Loch bringen! Ich werde die demokratische Korruption beweisen! Ah, hier, da sitzt sie auf der Bühne unter denen, die den Vorsitz hier führen! Schmeiß den raus, diese Zähne! Aber nein, aber Ruhe! Bitte Ruhe! Er soll reden! Was meinen Sie mit demokratischer Korruption, Herr Dr. Hessling? Ich will sie Ihnen beweisen! Ruhe! Spitzel! 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 Volko! Nein, nein, Ruhe! Meine Herren, er soll sprechen! Schon damals gab es solche, die statt der Ehre den Nutzen wählten und denen keine Herrschaft demütigend erschien, wenn sie sie bereicherte! Also, ja, lasst ihn reden! Auch ihr Mitbürger lauft Gefahr, von ihm verraten zu werden! Nein, nein, lasst ihn reden! Lasst ihn reden! Dann aber fragt ihn, wie viel eine Gesinnung, die national zu nennen, er die Stirn hat, in barem Geld beträgt! Fragt ihn, wem er sein Haus verkauft hat, zu welchem Zweck und mit welchem Nutzen! Volko! 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 Meine Herren, meine Herren, jedem, der mir nachweist, wie viel ich am Verkauf meines Hauses verdient habe, dem zahle ich ebenso viel! Volko! Nein, 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 nein! Nicht Volko! Ganz andere Leute! Das freisinnige Säuglingsheim! Dafür sollte ich mein Haus hergeben! Das ist mir nahegelegt worden! Ich aber habe mich geweigert, die Stadt zu betrügen und den Raub zu teilen mit einem gewissen Magistratsrat! Sie lügen! Nein, 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 bei mir ist es nicht geglückt, aber in Gausenfeld, lügen, jawohl, Mitbürger, in Gausenfeld, wieso, wieso? Hier, dieser Brief bringt die Enthüllung. Zwei Herren von der freisinnigen Partei sind beim Besitzer gewesen und haben das Vorkaufsrecht verlangt auf ein gewisses Terrain für den Fall, dass das Säuglingsheim dorthin kommt. Ja, Namen, Namen, will ich Ihnen gerne geben. Der eine ist Herr Warenhausbesitzer Kohn. Wenn Herr Kohn soll reden, Kohn soll reden, Lügen! Jawohl, jawohl, Herr Kohn soll reden. Meine Herren, das werden Sie dem Herrn Vorender doch nicht glauben. Ich meine, ich will den Herrn Vorender nicht geradezu dementieren. Das ist die Korruption. Ruhe! Korruption! Moment, Moment, meine Herren, hier ist der Brief, bitte überzeugen Sie sich. Steht da Kühlemann? Da steht Buck. Wenn Kühlemann auch japsen kann, wird er zugeben müssen, dass er es nicht war. Buck war es! Komm Kühlemann nicht mehr Stellung nehmen, er verstarb in der gleichen Nacht. Die Netziger Zeitung widmet ihm einen ehrenvollen Nachruf. Alles weitere geschah wie von selbst. Nur dass Diederich nicht müde war, den heftigen Angriffen gegen den alten Buck und seine Partei zu ergehen, um auch den letzten Bürger von Netzig davon abzubringen, seine Stimme diesem korrupten Gesindel zu geben. Als auch die sozialistische Volksstimme wiedergab, was Diederich in der Wahlversammlung vom alten Buck behauptet hatte, blieb dem ehrwürdigen Kämpfer von 1848 nichts übrig, als die Klage einzuleiten. Nicht gegen Hessling, sondern gegen die Zeitung, was die Sache nur schlimmer machte, denn jeder glaubte ganz sicher an die Richtigkeit der Behauptung Dr. Hesslings. Auch das Ergebnis des Prozesses wurde dem alten Buck zum Nachteil ausgelegt. Der Papierfabrikbesitzer Klüsing in Gausenfeld hütete sich zu reden, er war krank. Seine Aussage war so unentschieden, dass sie den alten Buck von dem Verdacht, der auf ihm lag, nicht freisprach. Der alte Buck war ein ruinierter Mann und netzig die Hochburg des Freisinns war gefallen. Denn mit mehr als 5000 Stimmen wurde Napoleon Fischer von den Sozialdemokraten in den Reichstag gewählt. Das Casavilland Denkmal wurde natürlich genehmigt. Der alte Kühlemann hatte der Stadt 600.000 Mark für diesen gemeinnützigen Zweck hinterlassen. Diederich sorgte dafür, dass er von Vulko den Ehrenvorsitz erhielt. Da las man in der Zeitung, dass die Papierfabrik Gausenfeld verkauft werden sollte, was eine einschneidende Veränderung in diesem für das wirtschaftliche Leben netzig hoch bedeutsame Unternehmen bedeutete. Dass Diederich die Fabrik nicht kaufte, erregte Verwunderung. Nein, ich hätte die Fabrik ja schon früher kaufen können, unter viel günstigeren Bedingungen. Jetzt bin ich zu sehr anderweitig engagiert, obwohl ich gern zugeben will, dass Gausenfeld eine Goldgrube ist. Da der Ersatz von der Goldgrube auch in der Netziger Zeitung stand, an die jetzt Diederich das Papier lieferte, wurden die Aktien der Fabrik in Leute wissen, dass die Regierung der Fabrik ihre Aufträge entzogen und sie dem Hesslingschen Werk übertragen hatte. Man sprach von einer Fusion der Papierfabrik Gausenfeld und dem Hesslingschen Werk. Als sie vollzogen war, stiegen nicht nur die Aktien, die Diederich zur reichlichen Hälfte in seinen Händen hielt, sondern er wurde zum Generaldirektor des neuen Unternehmens ernannt. Leute, einige von euch kennen mich ja schon nicht geduldet. Verlasst euch auf mich. Ich werde es mir angedeihen lassen, euren nationalen Sinn zu wecken, um euch zu treuen Anhängern der bestehenden Ordnung zu machen. Jeden Sonntag werde ich mich überzeugen, wer in der Kirche ist und wer nicht. Solange in der Welt die unerlöste Sünde herrscht, wird es Krieg und Hass Neid und Zwietracht geben. Und darum, einer muss der für das neue Kapital war das Hessling'sche Werk erworben, Dietrich hatte ein glänzendes Geschäft gemacht, er war Herr der Lage, er war der Herr der Arbeiterschaft und des Aufsichtsrates aus nur gefügigen Männern. Um aber den obersten Grundsatz des Herrn Generaldirektors einer muss Herr sein zur Geltung zu bringen, wurden alle Räume der Fabrik bedeckt mit Inschriften, die ihn verkündeten. Durchgang verboten, Wasser holen verboten, Flaschenbier holen, essen, schlafen, Kinder mitbringen, alles strengstens verboten. Die Familie unterstand ebenfalls diesem obersten Grundsatz. Sie blühte auf das reinste empor. Nach Gretchen, die 1894 geboren war, und Horst von 1895 folgte 1896 Kraft. Dietrich, ein gerechter Vater, legte jedem der Kinder, noch bevor es da war, ein Konto an und trug vorerst die Kosten der Ausstattung unter Hebamme ein. Seine Auffassung vom Eheleben war die strengste. Die Frauen waren der Kinder wegen da. Frivolitäten und Ungehörigkeiten versagte Dietrich ihnen. Dafür war Guste gehalten, jeden Morgen aus der Bibel vorzulesen. Am Sonntag ging man zur Kirche, weil es oben erwünscht war. Wie Dietrich in der Furcht seines Herren hatte Guste in der Furcht des ihren zu leben. steht es ja immer noch nicht fest, ob der Kaiser und der Zar sich treffen werden. Also wenn es nicht bald kommt, müssen wir uns auf alles gefasst machen. Die Weltgeschichte lässt nicht mit sich spaßen. Du gähnst schon wieder. Ein strafender Blick des Gatten traf sie. Und sie schien sich an eine Pflicht zu erinnern. Sie machte herausfordernde Schlitzaugen und bedrängte ihn sogar mit ihren hatte etwas beängstigend strenges. Er blinzelte sie an, als erwachte er noch mehr. Da er sie unten zu umspannen versuchte, verscheuchte sie voll ins ihre Müdigkeit. Lass das! Sie hatte heftig zugehauen. Kein Wort folgte auf diese Ohrfeige. Diedrich stand auf und drückte sich schnaufend hinter einen Vorhang. Als sie wieder vorkam, zeigte es sich, dass seine Augen keineswegs blitzten, sondern voll Angst und dunklen Verlangens standen. Dies schien Gusti die letzten Bedenken zu nehmen. Sie erhob sich. Indes sie in fesselloser Weise mit den Hüften schaukelte, begann sie ihrerseits heftig zu blitzen. Zugleich streckte sie den wurstförmigen Finger gebieterisch gegen den Boden. Auf die Knie, elender Schklave! Und Diederich immer wortlos tat, was sie heischte. Deine unerhörten und wahnwitzigen Umkehrungen aller Gesetze durfte Gusti befehlen. Du sollst meine herrliche Gestalt anbeten. Ja. Siehst du, so ist es schön. Und nun auf den Rücken. Los. Willst du dich wohl gleich auf den Rücken legen? Wurzmann! Ja. So! So! Auf den Rücken gelagert? So! Lies er sich von Gusti in den Bauch treten. So! So! Hast du genug? Ja. Ich bin die Herrin. Du bist der Untertan. Ja. Und nun aufgestanden. Marsch, marsch! Sie stieß ihn mit ihren Grübchen Fausten vor sich her nach dem ehelichen Schlaf gemacht. Los! Los! Freu dich! Freu dich! Freu dich! Dieser Verheißung entzog sich die durch. Es gelang ihm zu entwischen und das Licht abzudrehen. Im dunklen, versagenden Herzens wobei sie freilich schon wieder gähnte. Dann, als sie schlief, kroch Diederich noch immer des Äußersten gewärtig auf allen Vieren die Estrade hinan und versteckte sich hinter dem bronzenen Kaiser. Regelmäßig nach solchen nächtlichen Fantasien ließ er sich am Morgen das Wirtschaftsbuch vorlegen und wehe, wenn Gustes Rechnung nicht glatt aufging. Durch ein fürchterliches Strafgericht in Gegenwart aller Dienstboten setzte Diederich ihrem kurzen Machtdünkel ein jähes Ende. Autorität und Sitte triumphierten wieder. Abends ging er dann in den Ratskeller zum Stammtisch. Nach alter Sitt in deutscher mit kommt trinkt euch aller Sorgen quitt stand an der Wand in der Stammtischecke was seit einiger Zeit wieder allerseits geschah ohne Unterschied der Konfession und Partei denn auch Kohn und Heuteufel samt ihren näheren Freunden und Gesinnungsgenossen hatten im Laufe der Zeit sich eingefunden ohne viel Aufsehen weil es eben auf die Dauer niemand möglich war den Erfolg zu bestreiten oder zu übersehen der den nationalen Gedanken beflügelte und immer höher trug Der entschiedene Liberalismus dies erkannte jeder konnte nur gewinnen wenn auch er sich mit der Energie des nationalen Gedankens erfüllte denn nicht nur unser Erbfeind Frankreich erhob immer aufs Neue das Haupt auch die Abrechnung mit den unverschämten Engländern rückte näher und am Stammtisch malte man sich die Belagerung von London aus in Farben gegen die jene Belagerung von Paris als eine Bleistiftskizze erschien Inzwischen war Wilhelm der Große 100 Jahre alt geworden und sein Denkmal stand noch immer nicht im Volkspark Die Kämpfe um die Nachtragskredite verzögerten die Großvater als Fußgänger ablehnten und ein Reiterstand Bild befahlen Diederich von Ungeduld getrieben ging öfter an diesen Frühlingsabenden in die Meisestraße um sich vom Stand der Arbeiten zu überzeugen dabei sah er wieder einmal mit gereizten Gefühlen dem glänzenden Geschäft nach das der Rittergutsbesitzer Herr von Quizin hier gemacht hatte Der hat es bequem gehabt naja kunstig wenn man den Regierungspräsidenten zum Vetter hat die Stadt musste bezahlen was er verlangte hier lässt sich atmen wenn einem nicht die Lust dazu vergeht sie haben anderthalb Millionen Schulden gemacht um dieses Müllager zu schaffen Diederich erkannte rechtzeitig den alten Buck und seinen Sohn Wolfgang die hier spazieren gingen und er zog sich ins Gebüsch zurück Wolfgang Buck hatte seinen Schauspielerberuf wieder aufgegeben und versuchte jetzt sich in Netzig als Rechtsanwalt niederzulassen die beiden blieben vor dem unfertigen Aufbau von steinernen Sockeln Adlern Rundbänken Löwen Tempeln und Figuren stehen wer müsste nun dort oben ein her sprengen der alte war nur ein Vorläufer dies mystisch heroische Spektakel wird nachher mit Ketten von uns abgesperrt sein alles Theater und kein gutes und du mein Sohn auch dir schien es einmal der Endzweck zu spielen wie meinem ganzen Geschlecht mehr können wir nicht ich sage nicht dass es mehr war als Eitelkeit weshalb ich die Bühne wieder verlassen habe lächerlich Vater ich bin gegangen weil einmal als ich später ein Polizeipräsident geweint hatte denn ist das erträglich Feinheiten letzten Grades Einsicht in Herzen und hohe Moral Modernität des Intellektes und der Seele stelle ich für Menschen da die meinesgleichen scheinen weil sie mir zuwinken und betroffene Gesichter haben nachher aber liefern sie Revolutionäre aus und schießen auf Demonstranten und Streikende denn denn mein polizeipräsident steht für alle sie sind sehr mächtig geworden aber durch ihre macht ist in die Welt weder mehr Geist noch mehr Güte gekommen also war es umsonst dennoch dürft ihr ihnen das Feld nicht lassen worauf hoffen Vater Sie hüten sich die Dinge auf die Spitze zu treiben wie jene privilegierten vor der Revolution aus der Geschichte haben sie leider Mäßigung gelernt ihre soziale Gesetzgebung baut vor und korrumpiert sie sättigt das Volk gerade so weit dass es sich nicht mehr verlohnt ernstlich zu kämpfen um Brot geschweige Freiheit wer zeugt noch gegen sie der Geist der Menschheit du musst ihm glauben mein Sohn wenn die Katastrophe der sie auszuweichen denken vorüber sein wird sei gewiss die Menschheit wird das worauf die erste Revolution folgte nicht scham und vernunftloser nennen als die Zustände die die unseren waren der würde nicht gelebt haben der nur in der Gegenwart lebte Diederich hatte das Gefühl aus einem bösen wenn auch größtenteils unbegreiflichen Traum zu kommen worin an den Grundlagen gerüttelt worden war tiefer als jeder ihm bekannte Umsturz rüttelte dem einen dieser beiden waren die Tage gezählt der andere hatte auch nicht viel vor sich aber Diederich fühlte es wäre besser gewesen sie hätten einen gesunden Lärm im Lande geschlagen als dass sie hier im Dunkeln diese Dinge flüsterten die doch nur von Geist und Zukunft handelten Es war der aufregendste Tag in Diederich Hässlings Leben gekommen Das Kaiser Wilhelm Denkmal wurde enthüllt Die Festrede war dem Förderer der nationalen Sache übertragen worden und Diederich hatte sich alle Mühe gegeben sie zu einer wirklichen Festansprache vor all den geladenen hohen Gästen zu gestalten Mit dem Kronenorden vierter Klasse und einer schwarz-weiß-roten Scherbe geschmückt hatte er das Festgelände lange vor der Zeit betreten An seiner Seite Guste bläulich geschwollen in ihren Federn Spitzen und Brillanten Jetzt zogen sie ein die leuchtenden Uniformen während auf den Ehrentribünen die Vertreter der Regierung der Kirche und der Stadt schon Platz genommen hatten Pastor Zillig zog eben noch mit den Ehrenjungfrauen einig vor dorthin wo sogleich der Festgottesdienst zopfen sollte Weißer Kühnchen ließ seine Osthafke hatte vorher der Fahnen Kompanie ebenfalls befohlen sich zu rühren Auf der Zivilbühne war das Publikum gehalten sich von den Plätzen zu ergeben die Herren Offiziere taten es von selbst Giderich dachte bei diesem Gebet bald an die Rede die er gleich zu halten und an das große Glück das die Vorsehung gnädig ihm gewährt hatte schon den Fleiß des Studenten hatte das Schicksal belohnt und dann ihn weiter begünstigte als er ohne Rücksicht auf sich oder andere den nationalen Weg beschritten der nun hierher geführt ihm hier die Krönung seines Lebens zuteil werden ließ das das Gebet war gesungen das Gebet hat das Zeichen gegeben während er das Rednerpult bestieg trat feierliche Stille ein Eure Exzellenzen höchste hohe und geehrte Herren hundert Jahre sind es dass der große Kaiser dessen Denkmal der Enthüllung hart durch den Vertreter seiner Majestät uns und dem Vaterlande geschenkt ward gleichzeitig aber und das macht diese Stunde noch bedeutsamer ist fast ein Jahrzehnt vergangen seit sein großer Enkel den Thron bestiegen hat wie sollten wir da nicht vor allem auf die große Zeit die wir selbst miterleben durften einen stolzen und dankbaren Rückblick werfen Dietrich warf ihn er feierte abwechselnd den beispiellosen Aufschwung der Wirtschaft und des nationalen Gedankens und bemerkte das Gewitter nicht das bereits seine düsteren Schatten über die Festversammlung warf dies alles sind Zeichen erhabener Größe in staunender Weise ertüchtigt voll hoher sittlicher Kraft zu positiver Betätigung und in unserer blanken Wehr der Schrecken aller Feinde die uns schneidisch und drohen so sind wir die Elite unter den Nationen und bezeichnen eine zum ersten Mal erreichte Höhe germanischer Herrenkultur die bestimmt niemals und von niemandem er sei wer er sei wird überboten werden können darum kann es mit uns nie und nimmer das Ende mit Schrecke nehmen das dem Kaiserreich unseres Erbfeindes Frankreich vorbehalten war an dieser Stelle blitzte es zwischen dem Militär Cordon und der Brandmauer die der Quizzinschen Habki eine Grenze gesetzt hatte dort also wo das Volk zu vermuten war durchzuckte es grell die schwarze Wolke und ein Donnerschlag folgte der entschieden zu weit ging die Herren im offiziellen Zelt bekamen missbilligende Minen und der Oberpräsident der Wälzt sich immer wieder die Schlammflut der Demokratie her und nur deutsche Mannhaftigkeit und deutscher Idealismus sind der Damm der sich ihr entgegenstellt die vaterlandslosen Feinde aber sind auszurotten bis auf den letzten Stumpf damit wenn wir der einst zum himmlischen Appell berufen werden dass dann ein jeder mit gutem Gewissen vor seinem Gott und seinen alten Kaiser treten kann und wenn er gefragt wird ob er aus ganzem Herzen für das Reiches wohl mit gearbeitet habe er an seine Brust schlagen und offen sagen darf ja die pause die dieterich machte benutzte die zivilbühne um durch unruhe zu bekunden dass sie seine rede für beendet halte denn das gewitter stand jetzt genau über den köpfen der fest versammlung und dem schwefelgelben licht einzeln langsam und als warnten sie klopften immerfort eigroße regentropfen wenn jetzt die hülle fällt wenn zum gruß die fahnen und stand darten sich neigen die degen sich senken und bayonette im präsentiergriff blitzen da krachte es im himmel so ungeheuerlich dass seine rede unterging zugleich stürzten ungeheure wassermengen auf die festversammlung nieder immerhin trat der oberpräsident vor das offizielle zelt hinaus und befahl dass die hülle falle als ihm aber die klänge von heil die im sieger kranz das zeichen gaben nun bis an das denkmal heranzutreten um es zu besichtigen und das erhabene reiterstand bild mit einer ansprache zu ehren des schöpfers dieses kunstwerkes zu gedenken und auch des festredners dr. hässling blickte er verzweifelt zum himmel was einige der anwesenden als ein zeichen des aufbruchs verstanden und sich eiligst davon machten aber wie nicht anders zu erwarten siegte noch einmal das pflichtgefühl und der hohe her wagte sich hinaus in den dichten regen er versuchte zu reden hielt die orten in der hand einen für den schöpfer des denkmal und einen für Diedrich der sich verkochen hatte blitz der Himmel und seine Exzellenz blitzumlodert und wasserspritzend trat er einen beschleunigten Rückzug an und ihm nach der anwesende Flügeladjudant die beiden Divisionsgenerale Dragoner Husaren Ulanen und Tram erinnerte seine Exzellenz sich des noch immer an ihrem Finger hängenden Ordens für den verdienten Stadtverordneten Herrn Generaldirektor Dr. Diederich Hessling und pflichtgetreu und zu den Klängen der Militärkapelle die ebenso ihrer pflichtbewusst und noch immer heil die im Siegerkranz spielte händigte seine Exzellenz den Wilhelmsorden dem Präsidenten von Wulku aus Wulku seinerseits begegnete einem Schutzmann der den Ereignissen noch standhielt und betraute ihn mit der Übergabe der allerhöchsten Auszeichnung worauf der Schutzmann durch Sturm und Grausen irrte auf der Suche nach Diederich Herr Dr. Hessling Herr Dr. Hessling Herr Dr. Stadtverordneten unter dem Rednerpult im Wasser hockend Da haben sie den Wilhelmsorden Warnisch blick ein Blitzein so nah als sollte er die Verleihung des Ordens verhindern Diederich aber hielt ihn fest in der nassen Hand Der Wilhelmsorden Stiftung seiner Majestät wird nur verliehen für hervorragende Verdienste um die Wohlfahrt und Veredelung des Volkes Den haben wir und wenn es Dynamit regnet Sie hörten Der Untertan ein Hörspiel nach dem Roman von Heinrich Mann mit Heinz Drache Walter Andreas Schwarz Veronika Bayer und vielen anderen Hier noch einige Hinweise auf das weitere Programm des Hörverlags Der Zauberberg ein Hörspiel nach dem Roman von Thomas Mann unter anderem mit Udo Samel Konstantin Graudus und Felix von Mantäufel Lolita ein Hörspiel nach dem Roman von Wladimir Nabokov mit Ulrich Mattes Nathalie Spinell Beck Martin Reimke und vielen anderen Der Meister und Margarita ein Hörspiel nach dem Roman von Michael Bulgakov unter anderem mit Thomas Thieme Berbel Röhl und Jürgen Holz Röhl Musik Untertitelung. BR 2018